hallo leute und herzlich willkommen wieder zu einem neuen real life online live stream mit mark rumpe wir sind wieder am start als also sieboss und wir grinden heute für den ferrari f40 ihr wisst den wollten wir eigentlich schon im winter haben also wo noch schnee lag zeittechnisch ging es leider nicht aus mit dem geld technisch kam ein paar sachen dazwischen aber ich glaube dass wir heute ein bisschen grinden gehen wir brauchen auf jeden fall das geld ihr wisst ich will ja noch den ich hoffe nicht gleich entführt zwei schwarze urus hier ja ich glaube ich da ich glaube ich kann überlegen zwischen fühlen wollen auf jeden fall leute lasst schon mal eine positive wertung da lasst auch kostenlosen abo dauern und aktiviert das glöckchen verpasst ihr auch nichts mehr auf diesem kanal wirklich sehr hat freuen und meine lieben damen und herren es ist es ist es ist ähnlich soweit jetzt hashtag werbung ganz wichtig richtig mein plüsch ist raus mein wuppel ist jetzt da ihr könnt ihr jetzt endlich vorbestellen in meinem aufgepasst aufgepasst wo ist er denn in meinem shop in meinem xymerd shop schaut vorbei unten link in der beschreibung oder gerade auch angepinnt wir uns viel mühe gegeben dass der jetzt so aussieht wie er aussieht es ist ein süßes ding er ist wirklich knofig wir haben ihn wuppel genannt also heißt jetzt einfach wuppel das heißt wir haben jetzt einen echten wuppel jetzt macht das jetzt macht das vor doch endlich mal sinn ja das plüscher ist jetzt einfach wuppel wir werden auch so machen die ersten 1000 leute die vorbestellen die bekommen auch eine autogrammkarte dazu wenn die vorbestellungen mehr sein werden als 1000 dann werde ich schauen dass ich noch autogrammkarten nachholen also das vielleicht wenn es jetzt 2000 3000 werde ich schauen dass wir dann auch die stückzahlen hinbekommen mit der autogrammkarte hoffentlich ja nicht 10.000 weil wieso ich 10.000 autogrammkarten unterschreiben und ich stelle hart und weise ja dann werden wir gucken auf jeden fall schaue ich das so viele leute wie möglich die jetzt vorbestellen ihre autogrammkarte auch bekommen auch wenn es über tausende bestellung rausgeht dann werden wir mal gucken auf jeden fall jetzt vorbestellen leute im mai frühestens werden sie dann verschickt also kommt noch nicht jetzt an ist jetzt nur vorbestellung und die vorbestellung ist deshalb da dass wir wissen okay wie viele leute haben interesse daran weil es ist keine massenproduktion muss man auch dazu sagen ist auch deshalb der preis so preis 39,90 also ist jetzt nicht krass teuer aber ist auch nicht krass günstig aber es soll auch die qualität passen es ist keine massenproduktion und das war uns auch wichtig dass das auch passt von der quality auch ja auf jeden fall leute schaut vorbei jetzt vorbestellen so genug werbung gemacht wir starten durch erstmal krumpe und ich hole mal meinen dingsenbumsen raus wisst ihr was mein agera ich fahre in letzter zeit so gerne mein agera ich bin so dankbar dass er mir den freddy geschenkt hat wirklich ich bin so hart dankbar meinem p1 ist anscheinend abgeschleppt perfekt ich hoffe mein agera ist da agera hallo da ist er auch gott sei dank den fahre ich in letzter zeit echt gerne also danke an freddy für den agera und dankeschön ahirsch hat eine mitgliedschaft verschenkt vielen dank vielen vielen dank an ahirsch und ich habe schon vor dem stream ein paar donis bekommen hier zum mark an der lumen vor 13 minuten guten abend eben das plüsch vorbestellt wird sicher nice wie nennt man ein feuerwerk begeisterten osteuropäer pyromine oh mein gott ist das schlecht aber ihr mag in der lump du haust jedes mal eins aufs neue raus was die flachwitze angeht ne ist ja unglaublich wie schlecht die sind sie werden immer schlecht aber das ist ja das schöne dran so sunny ich bin nach langer zeit auch mal wieder dabei aktiv danke nochmal an sunny ey kurs geht raus ach ja ich habe kein geld mein gott ja moin sind ich habe ja kein geld dabei ich habe ja alles aufs konto gelegt ja das war ja wieder komplett das war es wieder für mich wo ist es denn zuck 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 hier bankomatos und ich hole gleich nochmal mein dings ab mein 20.000 mein rubelos hole ich ab mein tägliches rubelos das muss natürlich auch heute dabei sein ohne mein rubelos gehe ich nämlich nicht aus dem haus also ich bin jetzt so voll mit red bull ne ich habe kein red bull ich sehe das nicht doch ich bin voll mit red bull ich merke das nie ne wenn wir red bull erstmal kaufen aber ich trinke das nie in gta aber wenn ich jetzt nur ein 10.000 gewonnen ja komm ja weißt du wenn ich heute lose habe ich ein problem weil wir werden heute ja richtig hart geld machen wollen ja super pech heute ich habe heute ganze sache pech dann werden wir dann den rubelos heute was das gegenteil beweisen außer ich werde heute im knast landen da werde ich schon sehen was ich davon habe so jetzt kann ich erstmal tanken gehen ja erstmal das geld holen zack äh so dankeschön auch an werhautraus.de der roland remser dank für 2 euro auch da karsten wunder plüsch habe ich mir bestellt ich danke dir und vielen dank kurs geht raus auch dich karsten so der saarländer guten abend hab du schon vorbestellt jetzt kommen die vorbestellt rein also ich bin so gespannt wie viele leute interessiert sind ist das 1 zu 7 ne ich denke immer dass das 1 zu 7 ist auf entfernung guck mal die haben eine andere lackierung drauf ich denke immer dass das 1 zu 7 ist auf den ersten blick gut aber dann fahren wir zu 1 zu 7 ich fahr mal auf entspannt hier lang oder ja fahr mal auf ganz entspannt aber ich werde nicht überfallen ich habe nämlich im palito jederzeit angst überfallen zu werden äh ihr wisst warum aber da werde ich ja eigentlich nur das cop überfallen an sich ne an sich werde ich dann nur das cop überfallen das passt schon das passt schon so äh Mipcosi guten abend schön und danke dass du mein Geburtstag streamst oh das war dein Geburtstag alles gute lieber Mipcosi ist das richtig hoffen das ist richtig äh eure Namen sind immer schwer auszusprechen wobei meinen Namen kann auch keiner aussprechen ja sehr sehr wenige so Gaming Mike auch am stadt dank fürs SIP werden dann äh der Kollerkeeks ich grüße den Kollerkeeks auch sehr gerne CivNBK Moin mein bester bis wir mal pünktlich wie die Deutsche waren heute mal wieder richtig pünktlich gewesen da haben wir mal Dankeschön für eine eure Zeit so jetzt hauen wir uns aber wirklich den Red Bulls rein ich habe jetzt echt Durst versteckt wer aber Alter ich müsste gesponsert werden hm hm ja gut sag mal so der Minecraft 12 Stunden Stream ohne Red Bull hätte ich den eh nicht geschafft das hätte ich ohne Red Bull eh nicht überstanden der Minecraft 12 Stunden Stream das war was so ähm Dennis Meis guten Abend viele Grüße aus Mönchengladbach Dankeschön zurück vielen Dank ich bin gespannt ich weiß nicht was war denn zu sieben los ich geh jetzt extra nicht in Funk rein ich will mich immer überraschen lassen wer alles da ist ich muss sowas so zum Anwesen weil ich glaube ich habe keine Waffeln oder warte ich muss mal gucken hab ich noch ah doch ich hab noch meine Waffeln aber dann werde ich die abgeben oder ich behalte sie mir mal schauen die Frage ist wie grind ich heute Geld also wir könnten folgendes machen ich hab ne Idee entweder ich geh heute kochen irgendwo auf ganz entspannt ich geh anbauen weißt du anbauen und kochen ist immer nicht ne schlechte Idee ähm Überfall ist halt die Frage ich habe 3 Gerichtstermine die ich noch also beziehungsweise 3 Fälle die ich von dir jetzt vom Gericht gehen muss wenn es in vieles dazu kommt macht das sehr schlecht Eindruck das ist halt ja also wenn du jetzt einen großen Raub starten würdest du uns das einfallen lassen und wenn du das mit vielen Leuten machst dann lohnt sich es ja eigentlich eh nicht so krass ne vielleicht ein Juve ein Juve wäre cool ein Juve wäre ja schnell also flicks rein mit 3 Leuten und raus ähm das können wir machen aber ich möchte eigentlich wirklich diesen F40 mal haben und ich bin so knapp dabei ich glaube für 1,4 würde ich ihn bekommen und 1,1 habe ich mir fehlt nicht viel Geld Leute und 300.000 haben wir schnell 300.000 haben wir schnell dann wir kochen gehen anbauen gehen und ein Juve vielleicht machen dann kriegen wir das vielleicht hin dass ich den heute sogar noch kaufen kann ja wenn wir mal gucken ob es den hängt wenn nicht dann nicht ne wenn nicht dann nicht aber wenn wir Schulden kriegen irgendwie oder LKW ja LKW fahre ganz klar ja wobei ich krieg für einen entladen LKW für 10.000 dann müsste ich mal 10 mal fahren 10 mal LKW und wir müssten LKW kaufen finden wir jetzt an 100.000 Dollar weg weil man kann LKWs nicht mehr ausleihen das ist das ein großes Problem und ich brauche einen Führerschein weil wenn ich jetzt einen LKW kaufe sind sie auch im Kennzeichen dass ich keinen Führerschein habe das heißt wenn ich jetzt LKW fahren möchte müsste ich erstmal 100.000 Dollar investieren für einen LKW weil ich habe keinen LKW weil man die nicht mehr ausleihen kann und da müsste ich den Führerschein auch noch rein investieren also da mache ich eigentlich muss ich erstmal 10 Aufträge machen mit dem LKW dass ich dass ich mal ja das wieder reingeholt habe was ich ausgegeben habe für die LKW Sache das ist halt das Ding ich muss dann 10 mal fahren ungefähr ja dann äh das ist halt auch sehr time consuming aber werden wir mal gucken warte das ist ja ein Blitzer ne ich hasse diesen Blitzer so sehr ja ich mag ihn nicht wir sind keine Freunde oh toll falsch gefahren mich jetzt auch super kenn ich ja ich wollte ja eigentlich mal zu 1 zu 7 hoch passt schon der Erwin Abi ist auch am Start zuerst und auf dem guten Stream ihr Servus Erwin schön dass du auch dabei bist der Erwin Abi ja einfach bald von äh von der anderen Seite rein ist auch ok so muss auch drauf an ui wer heute alles da ist ich las mich überrasche auf einmal steht Dario vor mir einfach entbannt worden aber ich hoffe so sehr dass Dario bald entbannt wird dass er äh hier endlich mal wieder mitzocken kann und dass Marius bald sind wobei ich glaube Marius hat mittlerweile sind schon ok ein ein Ding steht da und sonst sieht ganz schlecht aus ne aber jetzt mach ich das Fundgerät an dann trage ich mich mal ein ach warte ich weiß jetzt was da ist ja 1 CAD 9 Leute sind eh da jo moin ist irgendwas los ach das sind so 4 Leute da die sind alles da schau mal Wolfi ist da Liam ist da Elena ist da da ist Florian Gambino nicht der mit dem ähm Florian ist doch der der den Dings hatte oder den F40 war das nicht Gambino Gambino ist doch der mit dem Iroh ne der war ja bei den Bikern zuerst ich glaube das ist er ich muss ihn mal fragen weil ich komme oft mit Leuten durcheinander aber das müsste opala das müsste eigentlich Herr Gambino sein wenn ich mich nicht ganz täusche wenn ich mich nicht ganz täusche muss das er gewesen sein so gehen wir mal einen Funk rein in den Funk 1 zu 7 Funk ja check 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 servus Mark ach jetzt kommen die Leute wieder warum ist Mario gebannt ne nicht auf das was fecht ich da immer an ne Marius ist nicht auf RLO gebannt Marius wurde von 5M gebannt mein Gott Marc ja für dich zur Info wenn du auch mit kommst um 19 Uhr ist die Beerdigung von der Anouk äh Frau von Gibi Ok um 19 Uhr wo ist das genau ähm beim Cr mixture von der Ocean System Killado ah dort ok um 19 Uhr alles klar genau weiß ich bescheid oh das ist heute Upps Uppalascha Das ist nicht so schön. Wie machen wir eine Kolonne ab Hauptplatz? Ne Leute, ähm Hallo. Habt ihr irgendwas an, was ihr gleich habt oder? Nicht. Okay. Alles klar. Äh Koopa! Amen, sehr viel Spaß beim Stream und danke, dass du da bist. Ich hab zu danken Koopa, dass du da bist. Danke für 50 Euro. Der Brie haut raus. Mit Maybach bitte zum Hauptplatz. Okay. Ich wollte nur schön meine Waffe einladen in dem Fall. Das heißt, wir haben heute doch noch etwas zu tun. Ja gut, das ist jetzt natürlich im Titel steht Fett, wir werden, wir grinden heute für ein Ferrari 40 und dann stehe ich da im Grab. Das ist irgendwie traurig in dem Fall. Aber da fahre ich jetzt hin. Das Respekt müssen wir weisen. Wenn ich schon da bin, dann geht's hin. Oh, die Golden Man habe ich ja dabei. Stimmt. So, dann lasse ich das drin. Dann gehen wir heute noch auf ein Begräbnis und dann grinden wir rein. Ich meine, hört sich jetzt blöd an, aber ja, ich wusste jetzt nicht, dass das heute ist, das Begräbnis. Ich schaue ja nie in einen Verteiler rein. Ich bin, weil ich so blöd bin. Alter, Koopa, vielen Dank. Ich kuske raus. Also nochmal zu Dario. Magst du dich mitnehmen oder willst du selber, wenn dann allein hinkommen? Wir fahren alle in Maybach, oder? Ja. Ja, ich fahre mit meinem eigenen Maybach. Das gehe ich hin. Alles klar, so okay. Aber danke. Ähm, was ich jetzt sagen wollte. Dario wurde ja nicht von uns gebannt, weil ich, weißt du, sag jetzt hier im Stream, wenn Dario wieder entbannt ist. Damit meine ich nicht, dass er von uns gebannt wurde. Bitte versteht sich falsch, sondern von 5M, weil Dario im Anti-Cheat umgewirkelt hat mit uns zusammen und er einen Hack installiert hatte, dass wir unser Anti-Cheat testen können. Und dafür wurde er von 5M gebannt für ein paar Tage. Ich habe über 200 Tage gebannt bekommen. Und ja, wir sind gerade dabei, dass er da irgendwie wieder entbannt wird, weil er hat ja nichts gemacht, nichts Böses. Er hat ja nur gecheatet, um unser Anti-Cheat voranzukriegen. Muss ich jedes Mal mal dazu sagen, wenn ich das im Chat anspreche, ne? Weil die Leute immer denken, er wird von RLO gebannt oder so. Ne, alles gut, Leute. Alles Chili-Milli. Wir wollen ja selber, dass er wieder herkommt, aber es geht halt nicht, weil er von 5M gebannt wurde. Das ist halt ein Problem. Das ist halt nicht schön. Oh, soll ich mal so hingehen? So wie mit dem Mantel hier? Das sieht doch, das sieht gut aus. Ich gehe mal heute mal mit dem Mantel. Dann rastet wir in der Chat aus. Was? Dario wurde gebannt? Nein. Ja, es ist halt... Er wurde halt nicht von uns gebannt. Wäre schön, wäre schön, wenn er von uns gebannt, dann könnten wir ihn direkt wieder entbannen, aber das geht leider nicht. Er wurde von 5M. Offiziell gebannt. Aber weißt du, so 5M-Support auch geil. Ich schreibe ein Ticket dorthin, wegen Dario, das ihn entbannen soll, weil er für uns gearbeitet hat. Und dann schreiben die halt hin, ja, wir können ihnen bei ihrem Entbannungsantrag nicht weiterhelfen. Und dann habe ich gesagt, es ist kein Entbannungsantrag. Ich wollte nur fragen, wie wir das hinkriegen sollen, auch in Zukunft, wenn wir einen Anti-Cheat testen wollen. Weil irgendwie muss das ja testen. Wie willst du einen Anti-Cheat schreiben, wenn du nicht cheaten kannst? Das ist ja... Was? Ist das, was ich meine? Man muss es ja testen. Damit man die Sachen blockieren kann. Weil... Nee, willst du es sonst machen? Hä? So, weißt du? Wie machen die anderen Leute ihre Anti-Cheats? Wie? Versteht man halt nicht, ne? So, ich fahre das Ding schnell rein in die Garage und dann holen wir unseren Dings und dann geht es los zum Gräbnis. Wir werden sicher zu spät kommen. Wo ist Frau Brot? Ich weiß es nicht. Ich habe sie lange nicht mehr gehört. Mailen tut sie sich auch nicht mehr. Meine letzte Nachricht von Frau Brot. Schau mal gleich mal, wo das war hier. Die letzte Nachricht von Frau Brot. Schau mal. Bitte, huhu, du da. Äh... Oh, das ist richtig cringe. Naja, zum Glück sind wir in Real Life auch zusammen. Sonst wäre das echt hart cringe, ne? Dieses Herzchen da so richtig gefangen im RP. Nee, aber no joke, no joke. Ich finde so RP-Beziehungen. No joke. Ich finde das, ähm... Ich selber könnte es nicht. Für mich wäre es echt cringe. Bei mir geht es, Gott sei Dank, weil ich mit Chandler in Real Life zusammen bin. Ich glaube, sonst könnte ich das auch nicht. Wenn ich so ein Herzchen schreibe und oh, du Süße und so. Aber es gibt Leute, die machen das. Auch auf RLO gibt es Leute, die das machen. Aber ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht. Dann wäre ich gefangen im RP. Aber es sei nicht gefangen. Na, alles gut. Erstmal reinzünden. So, das LFD, äh, weiß über den Brand Bescheid und fährt diesen gleich an. Dankeschön, LFD, dass ihr da seid. In 10 Minuten geht es los. Äh, angezogen habe ich mich schon. Ich brauche nur meinen... Oh, ich hoffe, der ist nicht abgeschleppt. Ich hoffe, der ist nicht abgeschleppt, der Wagen. Auf geht's zur Beerdigung. Habe ich traurige Musik? Ich glaube, ich habe sehr traurige Musik auch da. Ja, hier. Ja, die werden wir heute abspielen, ne? Sag ich euch. Oh, da sind sie schon. Ja, da fahre ich im Konvoi heute mit. Und die Leute werden sicher denken, ein zweiter Krieg bricht aus. Na, nur eine Beerdigung. Alles gut, Jungs. Alles gut. Nur eine Beerdigung. Nur eine Beerdigung. Uiui. Der Typ hat gerade einen Backflip mit seinem Auto gemacht. Was? Wird der das gerade gemacht? Hä? Der Typ wird auch einen Backflip mit meinem Auto machen. Was ist mit dem Brelos? Der macht einfach einen Backflip mit Auto? Ey, bin ich gerade froh, dass ich das recordet habe. Das kommt in so eine Compilation rein, sag ich euch. So, weil Dario schneidet ja gerade hier die RLO-Compilation. Da kommt was richtig Lustiges auf euch zu. So, den nehmen wir, den HBMR. So, darf ich mich jetzt nirgends hinstellen? Also, das ist alles zu, ja. Parkt man da halt mit einem Anblinker, Bastche. Hallo. Servus. Servus. Ich glaube, ich würde die RLO-Compilation nicht umschalten, Alter. Servus. Ich habe davon gar nichts hinbekommen, dass das heute ist. Ja. Du bist nicht so mit dem Internet bewandert. Ich bin nicht so mit dem Internet bewandert, nein. Na. Ist jetzt nicht so, als hätten wir nicht alle. Ja. Aber alles gut. Ja, habe ich. Zum Glück bin ich doch noch da. Dankeschön. Durch Zufall. Jo. Du musst, Mark, du musst einfach sagen, ich bin natürlich nur deswegen jetzt aus dem Haus gerannt, damit ich es ja noch schaffe, da mit dabei zu sein. Ich wollte gerade sagen, aber Mark hat wirklich das Talent, dass er zwar mit dem Internet nicht bewandert ist, aber immer zum richtigen Zeitpunkt da ist. Ja, ich bin mit den richtigen Uhrzeiten da. Das ist das Wochenende irgendwie Nachfeier. Ja. Ja. Jetzt kriegen die Leute sich hier wieder Angst, 15.000 Meibarsfall wieder auf der Straße zu gucken. entweder nächstes Wochenende oder morgen, spontan oder keine Ahnung. Ja. Parkbett ist voll. Mhm. Ja. Ja, 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 ja. Alles klar. Ich habe gedacht, Wenn du willst, können wir das so machen. Also ich habe so gedacht, ich war ja da, wo es im Krankenhaus passiert ist, so, ne? Ja. Ich habe halt zu dem Zeitpunkt noch gedacht, äh, wir draußen waren so, vielleicht kommt es noch durch. Klar. Und auf einmal weiß ich noch, da war die Stimmung dann so richtig arg gekippt und dann wussten wir alle so, oh ne. Genau, das war ja da, wo man mit den Motorraden durchgegangen kann. Ich finde es halt krass, dass ich immer zum richtigen Zeitpunkt da war. Weil da genau das so passiert ist, weißt du, das habe ich ja auch mitbekommen. Und jetzt auch zu dem Zeitpunkt da bin, sonst hätten wir irgendwie so eine Connection gehabt oder sowas. Das ist voll. Du spürst das? Ich spüre das so irgendwie, ja. Ja. Ich spüre, wenn was nicht passt. Wenn irgendwas ist. Das stimmt doch. Dankeschön. Kein Problem. So, wenn ich jetzt nicht komplett bescheuert bin, dann ist der Herr Gambino das mit den roten Haaren. Schussrecht. Gott sei Dank, weil wir haben ja über den F40 geredet, oder? Wie bitte? Haben wir nicht mal, wo Schnee lag, über den F40 geredet? Äh, nein. Wer wollte mir den F40 antreten? Und ich war mir 100% sicher, es war der Herr Gambino mit seinem Iro-Käsen. 100% ich war mir nicht sicher. Du hast Iro-Käsen, Flo? Ja, was ist denn da sonst? Was soll denn da sonst sein, was kein Iro ist? Nee. Der süße Iro ist ja urscht. Als halt ein Iro da nicht aufgestellt ist. Halt ein Iro-Schnitt nicht aufgestellt. Nee, weil ich war mir so sicher, ich war, schau mal, das ist, mein Hirn macht mir echt Probleme. Ich war mir so sicher, wir saßen zusammen in einem, in einem F40 drin, der fulltuned war und ich war mir sicher, dass er das war und ich weiß nicht warum, aber ich hab mir heute wieder gedacht, war das jetzt der Herr Gambino? Da war ich mir so sicher, ach der Herr Gambino, das ist doch, das ist doch der Balkan mit diesem Iro-Schnitt. Das muss ich doch wissen. Dann denk ich mir so, das war aber er, ne? Und jetzt denk ich mir wieder, was ist jetzt wieder los? Anscheinend ist das doch nicht. Nebenwürd' ich mich nicht über Autos unterhalten, weil ich mich mit Autos null auskenn. Boah, wer hat denn, aber haben wir noch, wir haben doch keinen mehr in der Firma, der auch einen roten Iro hat. John. John? Einen roten Iro? Hatte er mal, ja. Ja. Hatte er. Hat er nicht mehr? Doch, hat er. Welche Farbe haben wir jetzt? Ihr macht mich so fertig. John hat auch rote Haare. Ich kann mir einfach nichts merken. John hat rote, doch. Ja, dann war das vielleicht schon. Da war es vielleicht schon. John hat rote Haare. Hatte er erst weiß und dann rot oder andere? Nein. Rot, weiß, rot. Ah, okay. Es ist mir immer schön, wenn die Leute nicht dauerhaft ihren Haarschnitt ändern würden, weil manchmal kenne ich die Leute nicht mehr. Weiß war nur richtig kilt. Jungs, Mädels, ich will nicht unhöflich sein. Wir sind gerne aufsatteln. Ja. Und losfahren, bitte. Ja. Komm mal los. Ach, scheiße. Ah, jetzt kommt Freyna. Ui, das ist was los, Leute. Das erinnert mich an die guten alten Zeiten, oder? Kurz, Moment, muss kurz ein Handy. Welchen Temporat? Oder einfach so. Wow, 100. Hi. Nicht 80? Doch. Hallo, wir fahren jetzt. Ich denke halt langsam, so in der Stadt. Nicht, dass wir angehalten wären. Aber komm du da am besten direkt hin. Ich muss mich noch kurz umziehen und am besten dann noch Volltank. Jetzt sammle dich ein, wenn du wirst. Die Leute, die jetzt gerade eingeschalten haben. Ja, Leute. Gangkrieg 3.0 ist am Start. Nicht Spaß? Steht schon das Kartell. Schau mal, da fahren wir gleich drüber. Nein, nicht Spaß. Beerdigung. Nicht so lustig. Ich wundere, die Polizei hat sich gar nicht beschwert gerade, als ich da so stand. Als sich keiner beschwert eben. Ich mag hier mal den Ort, damit ich nicht falsch fahre. Also ich kann gern voraus fahren, aber er wird mich dann kurz vorher abkapseln, da ich Ryan noch am Haus einsammeln muss. Ja, ist gut. Die Polizei spekuliert auch schon, was da los ist. Ja, ist jetzt lang. Spekulat ist der Polizei. Hören wir mal da rein. Guck mal. Wie in alten Zeiten. Ich hab heute kaum krank. Dachte, wir machen 80er-Tempomat. Wenn es mal wieder anders gepaert, der Kopf hält schon an. Servus. Der fährt irgendwie komisch. Ich hab jederzeit Angst, das ist ja irgendwo in der Ampel abbremst und ich immer voll drauf hau. Aber schau dir das an, den Konvoi hinter uns. Honeymole ist das viel. Das ist ja fast mehr, als im Gangkrieg gewesen. Gangkrieg war, na, wobei fast gleich, doch fast gleich. Also im Gangkrieg, wisst ihr noch, da war auch so ein Konvoi am Start. Vor allem beim, 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 ähm, beim Mafia-Krieg war das so krank, ne? Da haben wir so aufgestellt, weil dann später mit dem Kartell haben wir uns dann ein bisschen anders aufgestellt und sind nicht mehr so auf den Konvoi gefahren. Weiß ich noch, da haben wir uns dann eher aufgeteilt. Ich finde halt, so ein Konvoi macht schon was her. Polizei weiß nicht, was los ist, aber ich glaube, wir werden jetzt, wir werden jetzt erstmal Polizeiproblemchen kriegen, dass die jetzt schon mal schauen werden, was wir machen. Wir werden uns jetzt hundertprozentig irgendwie beobachten, was das soll, dass wir da rumfahren. Weil es ist halt nicht normal, ne? Ich glaube nicht, ob der Leichenwagen ist. Fahren die mit Leichenwagen? Ich weiß es nicht. Aber wir lassen uns überraschen. Ich meine, es ist jetzt schon die, ich glaube die dritte Beerdigung, bei der ich dabei wäre, oder die vierte? Also mit Sven Rumpe die vierte oder fünfte. Aber mit Sven Rumpe waren wir ja auch schon mal auf einer Beerdigung. Bei einem Copter, die echt krass war. Sie sammelt Ryan ein, das heißt, wir fahren weiter. Ach, C Tempomat hätte ich erlauerhaft halten können. dann probieren wir uns doch mal hin. Oh, jetzt geht's los. Nur ein paar Maibachs jetzt da stehen. Einer parkt falsch. Ja, ich bin kein Fahrer, ist zwar mein Fahrzeug, aber ich bin nicht gefahren. Ryan ist auch am Start. wo Freddy ist, ist Freddy heute gar nicht da. Ich habe doch nie so viele Mal was gesehen. Dann sind sie neu im Start. Was? Ich glaube schon Tage, da fahren, da fuhren glaube ich doppelt so viele Mal rum. Theoretisch mit 37 Stunden. Okay, jetzt müssten wir glaube ich nur noch aufs AMR warten. Oder FD. Ich weiß nicht, mit wem ihr mit dem FD. Oh, der Drift King. Okay. Polizei hinten. Ihr sagt doch, die gucken, die gucken 100 Minuten vom Weiten, was hier los ist. Aber dann werden sie sehen, ah, ja, wir haben dir ein Begräbnis, alles gut. Ja, vorhin wollten die uns nicht anhalten am Hauptplatz, wo wir da durch rot gefahren sind und alles. Da haben sie uns nicht angehalten, komischerweise. Ja. Ich kann euch das so vorstellen, wie durch den Funk geht. Ja, das sind schon wieder 50 Meibachs am Hauptplatz. Irgendwas, ich planen die doch. Das ist immer so im PD-Funk, immer. Ja, das sind 50 Meibachs, das gibt es doch nicht. Was ist da los? Was ist in der Sache? Außer, außer, nein, wobei die Frau Geldautomaten hat es ja sicher nicht angekündigt. Auch wenn alle Cops auf den Straßen kurz durch Vollbremsung reingehauen haben und noch mal wieder zurück oder zur Seite gefahren sind. Also beerdigt ja mit Anouk, das war die Freundin von Gibi, das war im Stream auch zu sehen, wo wir die Motorrad-Gang da gegründet haben, die erste. Da sind wir ans Krankenhaus gefahren, das war denen am Anfang vom Stream auch und dann war bekannt, dass sie gestorben ist im Krankenhaus und ja, das ist jetzt die Beerdigung. War wie gesagt nicht geplant, dass ich da heute dabei bin, aber das war wieder mal Zufall, weil ich gucke nicht immer in den E-Mail-Verteiler und schaue, was los ist. Deshalb, habe ich gesagt, das ist immer so random bei mir, ich bin immer dann dabei, wenn irgendwas ist. Ganz komisch. So, Wuppels rechte Pfote, hab gerade ein Wuppel für meinen Kleinen vorbestellt. Fight an Steam Spiegel, Dankeschön an Wuppels rechte Pfote, vielen, vielen Dank, 20 Euro mit Fies, freut mich, Dankeschön. In kackigen Zeiten rettest du mein Leben, danke einfach. Leckos Mio, danke mit 2 Euro und freut mich, dass ich weiterhelfen kann in der Form, wie auch immer. War schön zu sehen. Leuten schlecht geht, dass man sie aufmuntern kann. ist immer gut. Wir warten noch auf Ryan, Ryan braucht ein bisschen. Ah, er ist schon da. Ist die ganze Zeit da. Ich habe kein Negativ. Wie war es nicht weiter? Im Dienst steht es überhaupt? Doch, ich habe dem, der Bescheid weiß, vom FD geschrieben. Das kommen die, kommen die mit dem Leichenwagen? Soweit ich weiß, ja. Okay. Es gab schon Zeiten, da sind sie nicht mit dem Leichenwagen gekommen, deshalb. Kommt da nicht mehr. Ich dachte, da kommt auch noch so Pizzeria vielleicht und Kartellmitglieder. Anscheinend kannte Anouk nicht so viele Leute. Guckt mal, es ist jetzt eigentlich nur 1 zu 7 da. Und halt, und halt vom Start die Leute. Ist irgendwie traurig. Ich dachte, da kommt jetzt noch, was weiß ich, alles dazu zu uns. Aber alles 1 zu 7 gerade. Alles. Außer hier vorne, die drei Leute. That's sad. Da würde alles zu Makrumpes Beerdigung kommen. Da würde auf jeden Fall die Mafia kommen. Da würde auf jeden Fall 1 zu 7 kommen. Der Schandl würde kommen, also die Frau Broth. Wollte von euch noch jemand was sagen, außer Herr Gips da nicht. Ich würde noch was sagen. Okay. Wer war ich? Äh, ja, Larissa. Ah, okay. Alles klar. Frau Brown, dann, äh, Ich kenne Anouk leider nie so gut. Ich kann auch nie so viel sagen. Hinten da hinten. Was ist mit dem los, hä? Ah, ist ein Kopflöse, alles gut. Ja gut, dann. So, Robin, bin auch wieder da. Kennst du mich noch? Es gehen so viele Robins, aber wenn du der allerechte Robin bist, dann kennen die sich. Schoko Zucker, danke für den Euro Snapshot. Ist ja was Plüsches bestellt, freue mich schon drauf. Kuss, Dankeschön. Lukas hat gerießt, vielen Dank. Manuel Ratzka, guten Abend. Wenn du nächstes Mal wieder Karl-Heinz spielst, dann musst du einen Rollator vermieten. Oh mein Gott, gibt es eine Rollator-Mod? Das wäre echt lustig. Der FDler hat nicht geantwortet, aber ich sag mal so, die machen das ja auch üblicherweise nicht, deswegen. Also kommt der jetzt, der ist jetzt vergessen, oder wie? Nee, nee, das glaube ich nicht, weil ich hatte die ganzen Tage Kontakt und Gibi hat vorhin noch mit ihm gesprochen, also der ist wohl auf jeden Fall da. Vielleicht ist er so nicht so vergesslich wie ich, dann vergiss das direkt. Das glaube ich nicht. Oder er ist gerade im Einsatz, weil irgendwo stand noch, dass sie gerade den Brand löschen oder so. Weil gerade da drüben ein FD-Fahrzeug ist nicht. Ja, vorhin fuhr ich gerade eine Leder lang, also mit Rotlicht. Also ich denke mal, dass wir irgendwann das... Das ist der Sound auf der Spinde. Jetzt erstmal warten, der AP. Auf den Wagen, also wenn die jetzt noch 5 Stunden brauchen. Habt ihr schon angerufen? Ich ruf ihn an, ja. Vielleicht nicht schlecht. Bisschen Druck machen, dass es nochmal herkommt. Mit dem Leichenwagen. Hi. Lukas, hey cool, hat meine Frage, woher habt ihr eigentlich die Movia LED in eure Leitbustschrift? Fandt ihr immer cool, aber habt ihr nie was gefunden? Du bist aus der Schweiz. Die haben ja selber gemacht. Die Movia habe ich tatsächlich mal selber gemacht. Die habe ich damals von ELS gemacht, also für ELS. Habt ihr dann irgendwann non-ELS gemacht und habt ihr dann ins Leitbustschrift eingebunden. Also die ist self-made tatsächlich, die Movia. Ja, wir haben gerade bitte schön einen Leichenwagen. Weiß ich nicht. Ja, ich habe das Gefühl, die haben das vergessen, das da. Ich glaube, die haben das vergessen, jetzt no joke. Keine Meinung. Oder demnächst ein Problem, einen Leichenwagen zu besorgen. Ja, ich bin gleich da. Ah, perfekt. Dann kommen sie doch gleich. Wir begleiten auch ab dem Ocean rüber. Ach so. Ja, gut. Warum auch immer. Aber siehst du, stell dir mal vor, wir hätten jetzt nicht angerufen, wir hätten jetzt eine Stunde gewartet. Ja, ich habe ihm schon geschrieben. Ah, okay. Aber... Ja, wir haben auch schon geschrieben, dass wir hier sind, also... Ah, geil. Hier, Stauze. Hallo Xion. Darf ich einen neuen Char machen, wenn sie gestorben müssen, liebe ich das. Natürlich, jeder kann sich einen neuen Char machen. Wir haben ja vier Slots frei. Man darf sich vier Chars machen, wenn einer stirbt, kann man den auch löschen. Also man muss den sogar löschen am Ende. Wenn ein Char stirbt, muss er gelöscht werden. Das heißt, Anouk wird nie wiederkommen. Das ist halt immer das Traurige an der Sache. Oder hinten kommt ein Krankenwagen. Ich glaube, das sind sie. Ich glaube, die haben keinen Leichenwagen. Guck. Die haben das mit einem Krankenwagen angefahren. Hätten die anmieten können, einen Leichenwagen. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob es jetzt kommt. Aber ich glaube, ja, die kommen ohne. Ah, nee, doch nicht. Die fahren woanders hin. Hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt. Ich fahre woanders. Der Köln-Fan. Danke für den Euro und Anime. Wie geht's? Du bist für mich der beste Video. Wie geht's sehr gut, Anime? Ich hoffe, dir auch. Dankeschön. Freut mich. Markus, mach weiter so. Macht Spaß, dir zuzuschauen. Dankeschön, Marco. Freut mich. Also, die Fanboy. Was ist denn los? Bin gerade erst gekommen. Es ist gerade eine Beerdigung. Wir warten noch auf dem Leichenwagen. Aber die kommen gerade noch nicht. Das dauert gerade ein bisschen. Die haben irgendwas falsch verstanden am Telefon vorhin. Also, nicht am Telefon vorhin, sondern wie es abgemacht wurde. Aber die haben eh jetzt angerufen. Und jetzt kommen die bald. Also, sollte jemand eintreffen. Dann gibt's Beerdigung. Und dann machen wir uns auf die Socken. Roger Luca, danke für 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Also, ähm... Ja. Das heißt sterben. Ja, dann ist der Charakter halt tot. Dann kannst du nicht mehr wieder spielen. Und der ist halt, äh... Gelöscht. Und man muss den rauslöschen. So gesehen kommt der nie mehr wieder. Das heißt, sollte ich mit Mark Krumpe irgendwann mal, ähm... Sagen, ja, jetzt lasse ich den Charakter sterben. Dann kann ich den auch nicht mehr zurückholen. Also, dann ist der weg. Und sterben kann man nur, wenn man das selber will. Also, du kannst bei uns auf dem Server tatsächlich, wenn du jetzt, ähm... Einen Bloodout bekommst oder sowas. Und du, ähm... Es kommt ein Krankenwagen. Und du sagst, du willst jetzt sterben, das geht. Aber du kannst jetzt zum Beispiel nicht einfach, äh, sterben, indem du, äh, über einen Haufen geschossen wirst. Und du wirst halt nicht wiederbelebt. Sonst warst du im Krankenhaus auf. Dann, äh, hast du halt Gedächtnisverlust. Aber stirbst nicht. Also, einen Tod musst du halt selber entscheiden. Tatsächlich. Wer da drin liegt. Hallo. Auf 3-0 sieht das dann besser aus. Da haben wir schon, da haben wir schon was Schönes gemacht. Na, warten wir mal. Na, gehen wir da mal ein bisschen weg ein Stück. Mit 3-0 gibt es wirklich einen Sarg, wo man sich reinlegen kann. Du bist dann wirklich im Auto, in einem Sarg drin. Das ist echt heftig. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, ich weiß. Aber dafür haben wir auch für 3-0 das ein bisschen besser gemacht. Hm. Da habe ich ein bisschen mitgedacht. Oh, gut. 16 Leute im Foto. Die Frage ist, wo wird jetzt beerdigt? Das ist der Sound auf der Spende. Ich frage mich, wer ist das Grab, den sie jetzt ausgewählt haben? Okay, nochmal. Mit einer traurigen Musik. Ich frage mich. Amen. Amen. Musik 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 Sagt Heli? Ja, einfach. Ja, einfach. Musik 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 Das ist der Sound, aber ich will nicht schreien. Oh krass. Das ist so blöd, dass die da drin liegt. Ihr könnt ruhig einen Ticken nähen. Dann muss ich vielleicht nicht ganz so laut und doll schreien. Vielleicht sollten wir uns drum herum stellen. Stellt euch ruhig drum herum, genau. Liebe Trauergäste, wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen von Anouk, einer Freundin, einer Ehefrau. Da ist ein Land der Lebenden. Ihr habt dieses Land mit ihr erlebt. Manche von euch sind mit ihr einige Schritte gegangen, andere fast den ganzen Lebensweg. Über die Zeit im Land der Lebenden, gemeinsam mit ihr, habt ihr viele Erinnerungen sammeln können und könnt viel erzählen. Ihr erinnert euch an glückliche Stunden mit ihr in eurer Mitte, an lustige Erlebnisse, an das Lachen, an das Weinen, an die ernsten Gespräche. Ihr erinnert euch an eine aufgetrete, herzliche und aufgeschlossene Person. Wer im Gedächtnis lebt, der ist nicht tot. Tot ist nur, wer vergessen wird. Und da würde ich auch lieber das Wort an Herrn Gips und Frau Crown übergeben. Okay. Unangenehme Stille gerade. Hä? Hat man mich gehört? Entschuldigung. Ich fange aber auf dem Vornamen. Oh. Ich möchte mich mit ein paar Worten von dir verabschieden. Ich finde es schade, dass man sich auf diesem Wege verabschieden muss. Ich möchte dir danken, dass wir einige schöne Zeiten hatten, an die ich mich seit meiner Amnesie erinnern kann. Du bist immer herzensgut und auch eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch gewesen. Wenn es Probleme gab, konnten wir immer über die Probleme sprechen und haben uns auch darüber ausgesprochen. Ich möchte, dass du weißt, ich werde dich nicht vergessen. Der Sonnenuntergang, guck mal. Und dich immer als guten, liebenswürdigen Menschen in Erinnerung halten. Ich werde dich einfach nicht vergessen. Danke dir für alles. Ist noch jemand was hier, oder? Anouk, wir hatten uns damals im Hauptplatz kennengelernt. Du warst von Anfang an sehr aufgeschlossen. Ich habe mit dir sehr viel Zeit verbracht. Wir konnten über jegliche Sachen reden, konnten über Leute auch mal runterlistern, wenn uns irgendwas nicht gepasst hatte. Und trotzdem waren wir immer da füreinander und sind hinter dem anderen gestanden, wenn dieser Probleme hatte. Ich habe jegliche Zeit mit dir und Gibi mitgemacht und mitbekommen. Und habe gemerkt und gesehen, was wahre Liebe bedeutet und was wahre Freundschaft ist. Leider ist unser Weg dann vor einer Zeit nicht so schön geendet. Aber trotzdem möchte ich auch dir danken, dass du dich kennengelernt hast. Er macht das Kervier an. Er braucht das Kervierabzuspielen. Ich hoffe, dass du da oben glücklich bist. Ich komm. Ja, der Rollerfahrer muss ja natürlich wieder mit seinem Stage-Six-Pro-Replica rumfahren, der so laut ist. Mein Gott. Ich wünsche euch dann noch einen schönen. Schaut schon. Glückwunsch dir. Ich wünsche euch dann noch einen schönen. Das Ganze würde ich gerne mit einem Zitat vollenden im Prinzip. Das ist ein Zitat aus dem Buch Johannes, Psalm 16, Vers 22. Ihr seid jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz sich freuen und eure Freude wird euch niemand nehmen. Nun lasst uns schweigen und Abschied nehmen von Anouk. Die Sonne ist jetzt genau runtergegangen. Das ist heftig so. Das Timing ist perfekt. Zornuntergangs-RP. Muss der genau jetzt den Helikopter durchstarten? Wir haben hier eine Zeremonie. Im Stillen verabschieden. Ja, im Stillen verabschieden. Ruhe, in Frieden. Ja, danke schön. Danke. Ich fange mal an mit der Hose. Das soll nicht lustig sein, aber es sieht dumm aus. Die Schubkarre wird halt jetzt mit eingegraben. Oh, hör mir auf. Das ist nicht lustig. Ich kann jetzt nicht reden. Wenn ich jetzt rede, dann gehe ich in Lachflächen. Ich finde diese scheiß Schubkarre da. Boah, aber immerhin bin ich jetzt wieder happy. Oh. Weißt du, geht mit der Schubkarre schlafen? Nee, das geht nicht. Ich nehme eine Rose mit, die ich gepflückt habe. Nee, wenn ich jetzt welche zwar sage, dann kriege ich in Lachflächen mit dieser blöden Schubkarre. Nee, hör auf. Die Arme. Ja, das ist halt echt. Ich kann nicht diese blöde Schubkarre. Ich kann nicht diese blöde Schubkarre. Ich wollte gerade was sagen. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht reden, Alter. Hör mir auf. Ich kann nicht. Nee, ich muss gehen. Ich kann nicht. Ich muss. Ich kann das nicht. Ich wollte reden, aber ich... Warum muss genau diese blöde Schubkarre da reinfallen? Warum? Ich wollte noch schöne letzte Worte sagen, aber ich kann jetzt nicht mehr. Ach, Leute. Aber besser schweigen, als jetzt ein Dachflasch zu bekommen wegen einer Schubkarre. Nee, das ist echt nicht lustig. Also, wenn das bei meiner Beerdigung passieren würde, dann wäre ich endsmet. Direkt quitt, ja. Aber ich habe nochmal hinterlassen und dann ist das trotzdem noch ein schöner Abschied, weil irgendwie keiner was gemacht hat. Passt das schon. Schubkarren-RP. Alter, hör mir auf. Deswegen ist die Stimmung wieder besser. Die Schubkarre hat heute einen Tag noch gerett, dass die Stimmung besser wird. Ruhe. Weißt du, es hat mir gerade echt gedacht, Ruhe in Frieden, Schubkarre, weil die vor mir lag. Das ist halt richtig endsmet blöd. So. Vererdigung. Eine Schubkarre mit begraben, ey. Gut, Gaming. Nur 6, 7. Dank für's Wieshaben. Dankeschön. Philipp Seidel kenne ich noch. Gruß geht raus. Das ist ja auch immer fast am Start. Warte, lacht jetzt gerade. Nee, komm. Wenn man jetzt noch den Geist aufsteigen sehen könnte. Tatsächlich wird der Geist da hinten. Let's one. Ja, aber das wäre heftig. So ein Geist, dass hier so aufsteigt. Da siehst du, in real life wäre auch. Das wäre unrealistisch, ne? Axie, also. Ja, in real life doch. Das wäre doch kein echtes RP. Das wäre Fail-RP, wenn man das sehen würde. Oh, guck mal, da fliegt was. Guck. Siehst du das? Das sind fliegende Seelen. Die rumfliegen. Die seht ihr vielleicht gar nicht. Ah, hier ist nochmal was durchgeflogen. Durch den Himmel sieht man's. So, Chastori. Kann heute auch wieder länger dabei sein. Hab zum Glück frei aufgestellt. Vielen Dankeschön, Chastori. Schön, dass du auch wieder am Start bist. Vielen, vielen Dank. Über am Schlüssel. Ja, es wird noch Abschied genommen und dann geht's los. Weißt du, wenn sie jetzt alle über die Schubkarre lustig machen. Aber ey, komm, das war halt lustig, ne? So ein richtig ernster Moment im RP. Und dann gehst du in die Schubkarre rein. Das ist halt. Das ist halt mein Humor. Ich finde sowas lustig. Ich weiß nicht. Das ist eigentlich voll dumm, aber irgendwie lustig. Ute Knark. Kuss, kuss. Findet ihr in den Streams mega nice. Kannst du mich grüßen? Heißt du Nick? Ich grüße Nick, jawohl. Ey, Ute Knark kenn ich irgendwoher. Der hat ein Script für GTA gemacht. Der hat das Weed-Script geschrieben, Ute Knark. Ute Knark? Doch, der hat... Oder ist das irgendwas, was man kennt? Ich kenne einen, der so ein Script geschrieben hat. Der hieß Ute Knark. Ja, vielleicht so irgendwas, was ich von weiß nicht kenne. Er ist gestorben. Die Frau von Gibi und eine Schubkarre. Die liegen jetzt beide da drin. Die werden jetzt beide miteinander begraben, warum auch immer. Oliver, meine erste Spende. Bist du der besten Beitrag? So, Dankeschön, Oliver. Vielen, vielen Dank. Die Schubkarre hat uns wirklich heute ein bisschen aufgeheitert. Das ist schon... Das ist schon schön. 5000 Eichs für Pfotenbilder. Immer gerne doch. Sehr gerne. Einer für die Roli, ne? Ja, ja. So, der letzte noch mit der Rose. Das haben die alle jetzt von mir geklaut mit der Rose und dem Hinknien. Guck mal, wie sie alle von mir klauen. Aber das ist ein schöner Abschied, wenn man dann die Schubkarre auch nochmal... Eigentlich wollte ich echt noch was Schönes sagen, aber es geht halt nicht. Gut, heute sind wir fertig. Ach, nee. Jetzt werde ich dieses Grab immer mit Schubkarre sehen. Hört mir auf. Das ist der Sound, der wir spenden. Dann gehen wir, oder? Ja. Danke, Frau Harris. Und vielen Dank. Kein Problem. Vielen Dank für Ihre Zeit. Kein Problem. Wir wünschen noch einen schönen Abend. Dankeschön, das wünsche ich euch allen auch. Schönen Abend. Dankeschön. Tschö. Gleichfalls. Danke, gleichfalls. Ey, diese bläde Schubkarre hat alles zerstört. Das ist immer, wenn ich Ihnen helfen muss. Riese. 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 Eieiei. Jetzt aber nix will los. Erstmal grinden heute, ne? Jetzt erstmal grinden und erstmal schminden. Jetzt hauen wir mal ein Like halt raus. Ich bin aufheitern, die Leute. Hier, ist ja alles gut. Jetzt geht es wieder weiter hier. Einmal einen Like halt. Auf die 5000 Likes mit Pfotenbilder. Pause on, der hat schon mehr geschrieben. Machen wir so eine Seite auf, wo es nur Pfotenbilder gibt. Das ist natürlich jetzt richtig grausam. Das kann ich. Efter zulegen. Was hast du nicht gesagt? Ja, bitte. Was soll man sich zulegen? Bin es, weil er die falsche. Er hat anstatt der Kramatte des Liege rausgeholt. Okay. Das ist immer ein super Spaß. Sag mal, hab nur ich die Schubkarre gesehen? Nee. Was? Die Schubkarre? Die Schubkarre, ja. Die wird jetzt mit beerdigt. Das ist übelst komisch. Bei mir steht die noch. Okay. Bei mir. Bei mir nicht. Manche haben es gesehen, manche nicht. Ja, ja, ja. Was tun wir jetzt eigentlich? Was ist? Was tun wir jetzt eigentlich? Irgendwie fahren jetzt alle? Ich weiß es nicht. Also, ich dachte es gibt noch so einen Schmaus. Weißt du, so einen Leichen-Schmaus. Leichen-Schmaus. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Die ist halt auch doof. Bei uns gibt es halt nicht wirklich was. Ich sage mal kurz Kankheit. Das stimmt, du hast recht, ja. Das gesündeste, was es gibt, ist McDonalds. Ja. Wobei ja die Proteinriegel unten, allerdings. Das ist das gesündeste, was es gibt eigentlich. Proteinriegel. Also, wir geben mir zum Leiden die Muckibude. Perfekt. Na, wir können ja mal den Funk fragen, was wir jetzt dann überhaupt noch angehen. Ich wollte heute tatsächlich Geld machen für den F40. Ich will mir das noch leisten können, bevor ich irgendwie mal auch im Grab ende. Weil ich wollte den schon haben, wie der, wie er schnell noch lag. Falls du dich noch erinnern kannst. Ja, da ist halt die Frage, auf welcher Herd magst du Geld machen? Kochen, anbauen, oder? Ja, das ist halt das Ding. Ich schau noch, ich schau noch, was ich mach heute. Mal gucken. Was haltet von einer ganz anderen Sache? Hm. Was denn? Aus der Wartenkammer. Aus der Wartenkammer? Mhm. Weißt du, was das größte Problem ist? Ich habe mittlerweile drei Fälle auf dem Poppes. Drei. Ich leg mich direkt wieder. Gute Nacht zusammen. Aber eigentlich ist mir das egal. Also, wir könnten schon oder gar nicht. Das Problem, aber. Ja, da kriegt man halt der Meister raus. Alles Gute zum Geburtstag. Ich meine, Unrecht hast du nicht. Aber müssen wir halt auch fern aufteilen, ne? Oh, da kommt wer. Nicht, dass sie nicht hören. Nein, das ist sowieso. Besprech mal das mal. Ja. Fahr mal rüber zu 1 zu 7. Ja. Ja. Alter, das wäre ja heftig, wenn wir das behindern würden. Boah, wenn das schief geht, ne, dann war es das für uns. Alter. Okay. Hey, was jetzt noch ein bisschen da sein, kommt mal zum Anwesen rüber. Eventuell eine Asservatenkammer machen. Eventuell. Also, ich finde jetzt gar nicht so schlechte Idee. Ich komme gleich noch mal. Boah, das wäre so heftig, Alter. Wenn wir das jetzt durchziehen heute. Boah, das wäre heftig. Äh, wo fährst du hin? Ich komme gleich. Achso, alles klar. Boah, also, also, der Chat schreibt schon, ja, ja, ja. Aber wisst ihr, wie aufwendig das ist, das zu machen? Wisst ihr, wie heftig aufwendig das ist, in die Asservatenkammer zu kommen? Das ist nicht so einfach, Leute. Das ist nicht so einfach. Hast du denn die Kopfschmerzen bei mir? Ich hab's gesehen. Boah, das war mir so klar, dass ihr es halt den Kopfschmerzen hat. Ja, was fahrt ihr auch so schnell? Ich hab' immer noch kein Führer, der hat den Kopfschmerzen hat. Ich hab' immer noch kein Führer, der hat den Kopfschmerzen. Ich weiß noch, die letzte Asservatenkammer war, glaub ich, auch ne Beerdigung. Aber er will nur nicht, er will nur nicht. Oder, da wurde doch auch wer beerdigt, oder nicht? Ja, ich hoffe, von dir weiter. Komm mir so vor, jetzt, wo wir drüber reden. War da nicht was, dass wir für irgendwen die Asservatenkammer geplündert haben? Doch, 100, doch, das war für jemanden. Für wen war das nochmal? Ich, ich kann mich noch erinnern, wir haben für irgendjemanden, der gestorben ist, ne Asservatenkammer gemacht. Das wär irgendwie, irgendwie wär das, wär das cool, wenn wir das so beibehalten würden. Jedes Mal, wenn jemand stirbt, machen wir die Asservatenkammer. Das ist halt auf Ehrenbruderbasis halt, ne? Warte, ich, ich frag mal. Ey, jetzt, jetzt mal ne Frage wegen Asservatenkammer. Haben wir nicht letztes Mal auch ne Asservatenkammer gemacht, nach nem, nach nem Begräbnis? Ich glaub schon, ja. Kann man jedes Mal gerne wieder machen. Du, nee, mir ist was, mir ist was hängen geblieben. Aber wir haben letztes Mal auch das gemacht, auf, aufgrund dessen, dass wir dann gesagt haben, für die Person, aber ich weiß gar nicht mehr, wer waren das nochmal? Thomas? Stimmt, ich glaub, es war Thomas. Für Thomas, haben wir gesagt. Nee, nee, ich glaub, da war ich damals nicht dabei, weil er verletzt war. Ja, ja, aber das wär, weißt du was ich so krass finde? Wir hatten jetzt ein Begräbnis und er, weißt du, Wolf, wie kommst du auf die Idee direkt der Asservatenkammer? Das ist irgendwie creepy. Find ich cool. Weil genau das das letzte Mal auch so war. Jetzt kommt mir das erst. Das wär richtig heftig. Ey, das ist, über das hab ich jetzt gar nicht nachgedacht, aber jetzt ist mir das reingekommen. Ja, wegen Thomas war das. Wir haben ja gesagt, wir machen Asservatenkammer für Thomas. Das heißt, das... Das machen wir jetzt jedes Mal, wenn jemand stirbt. Asservatenkammer. Das wär eine geile Idee, weil es hätte auch einen Sinn dahinter. Find ich jetzt. Alles gut bei dir? Es hat ja auch ein... Es hat ja dann eine Story. Das hat eine... Eine gewissen... Einen gewissen Reiz dann auch, das jetzt zu machen. Boah, ich hab voll Bock jetzt drauf, ne? Ich jetzt voll Bock. Aber muss der Chat auch richtig Bock drauf haben. Was sagst du? Ich wollte das schon wieder wollen, man sollt. Ach nöck. Ich glaub, das machen wir. Ich glaub, das ziehen wir durch. Der Zeitpunkt passt halt perfekt. Es war jetzt ein Dings und dann haben wir ein gewisses... Gewisse Wiss schon. Aktion zu den Haaren. Kommt noch ein Dosh-Hype hinterher. Hatte... Hatten wir schon lange nicht mehr. Ach komm, wir hauen mal einen raus, Leute. Ah nicht, auch falscher Knopf. Hier nochmal ein Dosh-Hype. Leute, haut mal auf den Like-Button, wenn wir die Asservatenkammer blümmern sollen. Haut mal drauf. Auf eine Asservatenkammer. Haut mal drauf hier auf den Like-Button. Das haben wir echt schon lange nicht mal gemacht. Und ich glaub, das wolltet ihr auch schon wieder lange haben. Aber ich finde, jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen. Weil jetzt die... Die Dings da ist. Die Connection ist einfach jetzt da. Jetzt hat das einen Sinn für mich auch. Das zu machen. Geht gar nicht ums Geld oder so. Einfach aus... Aus... Aus Grunde des Respekts. Und das ist halt Grind auf dem höchsten Niveau, wenn wir da auch noch was bei rauskriegen. Das ist halt auch nochmal geil. Aber wir schauen mal. Das rentiert sich halt viel, viel mehr als eine Bank. Viel, viel mehr. Oh, ich bin schon wieder falsch gegangen. Super, Alter. Na, ganz doll. Ist das hier wirklich der Ausgang schon gewesen? Ja, ich vergiss das immer, dass das ja hier nochmal eine Treppe hoch ist. Ich meine, ich verirr mich doch immer in diesem neuen Anwesen. Das ist ganz schlimm. Ich bring mal kurz Justin's Oceans. Ich hab den anscheinend angefahren, obwohl ich den irgendwie nicht angefahren hab. Das ist ja das neue Outfit, ne? Was wir anhaben sollen. Aber ich werd mir das... Hallo? Ah ne komm, wir ziehen das Tierrad an. Das neue Kriegeroutfit. Passt schon. Dass wir uns schon mal vorbereiten können. Weil das ist das neue Outfit für uns, Leute. Das ist das bessere. Wie ich finde auch. Sieht schöner aus. Dann machen wir mal ne Besprechung und gucken, ob wir das durchziehen heute. Wär auf jeden Fall nice. Lange nicht mehr gemacht. Und das letzte Mal ging das ja richtig, glaub ich... Wobei ging das letzte Mal in die Ausfit, Thomas? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist halt so lang her, ne? Äh, wo sollen wir uns alle treffen? Ich kauf im Gelände. Ja, aber wo genau? Keine Ahnung. Dann warte ich mal vorne. Ich mach nochmal ne Rubbellose auf. Mein Rubbellose hat nämlich gesagt, ich hab heute Pech. Äh, das ist nicht gut, aber... Ja, werden wir mal gucken. Ja, die Goldmann, die werd ich dann später noch wegpacken. Aber die behalte ich jetzt noch. Für blöde Aktionen packe ich die immer ins Ding jetzt rein, seitdem das letzte Mal passiert ist, wo ich gedacht hab, ne die ist jetzt weg. Oh Gott. An die werd ich jetzt immer denken, an die Goldmann. Keine Sorge. Die werd ich jetzt immer bevor ich das mache, wirklich. Ja, der Name kommt von dem Script, aber der Name ist ein Meme bei uns. Ach so, okay. Hä, warum ist der halt ein Meme bei euch? Weil das, ey, allein das ihr das schon erkannt habt, ne? Ute Knark. Weil das Script haben wir modifiziert bei uns auf RLO drauf. Ähm, aber das, das wechseln wir dann auf 3.0, das ist wahrscheinlich zu einem komplett anderen um. So, okay, ist ein Meme bei euch. Wird übelst gar wissen, warum. Ute Knark. Weil der Name so blöd ist. Weil er das Trip damals auch gehabt hat. Ute Knark. Hab mir gedacht, was ist denn das für ein Name. Ute Knark. So, ähm, Stigi, Anter 666, ja, Asservatenkammer, echt der 1-7er, ja, echt der 1-7er machen, Asservatenkammer. Ja, ich hätte voll Bock heute drauf, wirklich. Also, die Kombination ist gegeben. Die eine, das jetzt ein Begräbnis war und die zweite, das ich grinden will für einen F40. Also, die Kombi ist einfach perfekt heute. Weil sonst sage ich immer, nee, lieber nicht. Aber heute wär's perfekt. Perfekter Zeitpunkt. Also, einen perfekteren Zeitpunkt als heute gibt's eigentlich nicht. Finde ich jetzt. Außer es wieder mal ein Begräbnis. Dann wäre ein perfekter Zeitpunkt. Man merkt, Begräbnis ist gleich Asservatenkammer. Äh, gut. Hi, du geiler Wuppler. Ich hab morgen Geburtstag wünscht. Alles Gute vorträglich. Asperus, Saldo zu klein bei Mitgliedschaft tut weh. Aber alles für das schwarze Abzeichen. Ach, du hast bald, äh, Dings, 2 Jahre, ne? Asperus, Russ geht raus. Bruno, einfach mal Danke sagen. Dankeschön, Bruno. Schöne Grüße aus dem Schwarzfeld vom Donnerblitz. Dankeschön, Donnerblitz. 1, äh, 1-7, Dankeschön. Asperus hat sich wirklich nochmal vor den WP geholt. Ist der beste Streamer. Wünsche mir seit Monaten, äh, mitspielen zu können. Aber hat nur eine GTX 680 verbaut. Ui, ich glaub mit der wird's schwer auf dem Server zu spielen. Mit einer 680er. Das wird, glaub ich, schwer, Bruder. Die wird, glaub ich, zu langsam sein dafür. Was ist der Niedernhuber? Äh, Niedernhuber kenn ich immer noch. Der ist immer am Start. Kuss geht raus auch an dich, mein Lieber. Dankeschön. So, Oliver hat das mal vorgelesen, genau. Das mal auflösen. Blut-Game haben wir auch vorgelesen. Ja, perfekt. Passt. Oh, mit dir seit 12 Monaten der Hard Army. Jetzt hat er endlich mal, seit 12 Uhr der Mitgliedschaft. Jetzt hat er das goldene Abzeichen. Ehre. Ey, wo fahrt der hin? Also Maskenladen. Na, perfekt. Ja. Ey, die hätten mich gleich mitnehmen können. Habt ihr noch einen Platz? Ja, klar. Ja, ich muss nämlich auch zu Maskenladen. Perfekt. Rein, da. Ne. Ich hab bei mir aus dem Playlerschrank das Kampfadfit anscheinend rausgerufen, aus Versehen. Ähm. Ja, ich hab meins ohne Maske, das Problem. Ja, Maskenladen ist normal, Einkaufs... Keine was? Normal Einkaufsbummel, ne? Ja. Äh, ne, der Maskenladen ist woanders, nicht im normalen Laden, ne? Ich weiß. Ich muss aber ganz kurz hier hin. Ja, ich ach für nen Helm. Achso, ah ja, Helm. Ich glaub, mit Motorradhelm kann ich nicht viel anfangen. Nein. Hä, ist da hinten Pink bei euch im Auto? Nicht bleed? Okay, komisch. Excuse me, mon amour, bababababa. Gehen wir's an, gehen wir's an. Also wir brauchen wieder so nen Kampfhelm brauchen wir heute? Ey, 149. Ah, danke. Ist das dasselbe bei Männern? Ne. Ja. Da ist er glaub ich 150 oder so. 150? Bist du sicher? Also er ist auf jeden Fall in der Nähe von 150. Müsst du 150 bei Männern sein? Äh, 150 ist es, ja. Ich glaub, ich bleib bei der Maske. Ich find die ganz gut. Zeig mal. Ich find die ganz okay. Ja, Problem ist, dass du ein perfektes Gesicht für die Maske hast. Bei vielen bei uns sieht das richtig kacke drin aus. Äh. Weil die Nasen zu groß sind, die Backen... Achso, ich hab nichts gesagt. Eben genau. Ja, meine Stimme ist ein bisschen zu breit gelaufen. In der Mitte? Ja. Danke schön. Einer große Kreisel. So schön. Du gehst wieder pennen oder was? Ahja. So, jetzt kurz Masken. Ciao, ciao. Nur kurz Masken laden, ne? Wunderbar. Jo. Hm, Stimme schaff ich. Check. Einmal Kampfortfit. Ähm. Wir starten gleich. Wir starten gleich eine größere Aktion. Plus klar. Geil. Ich freu mich. Oh, das wird geil, Leute. Heute, nach langer Zeit, Asservatenkammer. Schnell ruhig an, das wird actionreich. Asservatenkammer bis jetzt immer Pulse of over 9000 gewesen. Wir sind so richtig lustig. Also, ich würde ja nicht sagen, momentan heben die Leute mehr öfters ab. Wie, heben öfters ab mit den Autos oder was? Ja, irgendwie. Jaja, so. Es sieht dann immer so aus, als würden sie abheben und dann irgendwie, keine Ahnung. Also. Flugstunden bei Harry Potter nehmen. Achso, okay. Liegt vielleicht daran, dass Legacy jetzt bald draußen ist. Sie ist das eine, glaube ich, Engel. Ja, weiß. Ja. Sie möchten es mal vorüben. Ja. Die Maske war bei uns. Das ist das Sound, aber ich spring dich. Welche nehmt ihr? Vielleicht nehme ich dann doch wieder die andere. Aber nehmen wir halt die, die wir immer haben, oder? 54. Achso, ich habe ja auch Maske. Oh, shit. Das ist das Sound, aber ich spring dich. Ja, komm, ich bleibs euch gleich. Ja, wir nehmen die Standardmaske, dann können sie keinen sagen, wer genau wer es. Ja, ne. Ich finde das schön, dass wir jetzt kombiniert mit dem Frauenoutfit echt gleich aussehen. Das ist echt gut. Ähm. Echt? Ich finde, ich habe immer noch ein bisschen Kurven wie ihr. Ja, ich wollte dich für die Glückwünsche bedanken. Ja, ja, ich meine schon mehr Kurven. Ich will jetzt nicht sagen, dass du Flachland hast. Das nicht. Von dem Kleidungsstück her. Nein. Das meinte er. Das meinte ich nicht. Aber einfach, dass das Outfit jetzt dasselbe ist. Das wird gleich aussehen. Ja. Ja. Ich hab's noch gut gerettet. Gut gerettet. Ja, ja. Nicht, dass ich was Verreichtes sage. Wie auf dem Deckel. Ja. Ja. Mhm. Von Frau Broth hätte ich dann wieder eine Woche lang nichts gehört. Wobei, von der habe ich eh gar nichts mehr jetzt mittlerweile. Also. Ja. Wann war sie letztens da? Einmal war sie da. Äh, ich glaube das letzte Mal war... Boah, war anders. Was war da überhaupt noch? Lass mich überlegen. Ja. Da waren wir am Grundstück das letzte Mal. Da hab ich sie zurückgebracht wegen irgendwas. Mhm. Irgendwas war da. Da haben wir irgendwas gemacht. Äh. Genau. War das nicht da, wo wir Ding gemacht haben? Äh, äh, probiert haben Habub aus dem Knast raus zu holen? Äh, doch. Ich glaube da war sie da. Ne, ne, da war sie nicht da. Doch, war sie doch kurz da. Ne, ne, ne. Wüsste ich jetzt nicht, dass sie da war. Oder war das mit der Schnitzeljagd? Doch, Schnitzeljagd. Schnitzeljagd. Schnitzeljagd, ja. Schnitzeljagd, ja. Schnitzeljagd, das letzte Mal. Schnitzeljagd. 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 Er steht ja da. Er steht ja da. Er steht ja da. Ich red mal dran vorbei. Ihr habt schon recht, doch. Ganz eigen. Echt schon? Er hat einen Eigengeruch. Er hat einen Eigengeruch. Und wenn er im Auto mit ihm zusammensitzt, dann brauchst du einen wirklich guten Lüfter. Redest du über mich oder was? Nein. Wir reden nur über die Mauer da hinten. Die Mauer, die da hinten steht. Das riecht ein bisschen komisch. Mit der sitzt man auch im Auto, genau. Habt ihr nicht immer ein Stück Mauer dabei? Nein. Ich hab das aus Luftverfrischung im Auto drin, tatsächlich. Ich hab ein Brett vor dem Kopf aber wünscht. Ja, das ist doch nur eines. Sonst ist ja alles gut. Du musst schon mal einen draufsetzen. Was? Ne. Nein. Nein. Nur überleuchtend. Oh mein Gott. Du hast ihn nicht mal berührt? Hä? Du hast ihn nicht mal berührt. Der stand ganz woanders. Der stand hier. Was ist das denn für eine Prankshow hier? Was war denn das jetzt? Was? Ängelchen. Alter. Mein Arsch, Alter. Hä? Hä? Schauspielerei. Hast du ihn nicht mal berührt? Keine Ahnung, Meter weiter an ihm vorbeifahren. Ja. Ja. Perfekt, Junge. Pult ist am Arsch. Kann ich an's fangen. Ja, perfekt. Super. Pult ist am Arsch, Junge. Dein linkes Bein sieht auch nicht aus. Aber ich mag die Lackierung. Die passt super. Danke. Bitte. Es ist das. Ich hab keine Ahnung, wie das passiert ist. Das ist der Sound, ob ich springe. So was es gibt. Jummi. Ja, warten noch auf den Treffpunkt. Also irgendwie sind noch immer nicht alle da. So zur Information. Wir stehen schon vor dem Grundstück und warten, bis alle da sind. Dann steht mir auf den Grundstück. Den Grundstücken? Äh. Äh. Ich bin schüchtern. Ich bin schüchtern. Das sieht eher aus, als wirst du mal müssen. Nnn. Also das finde ich, das finde ich dieser Teil. Oh, schade jemand. Guten Morgen. Ähm, ich bin nicht dabei, ich leiste die Gesellschaft. Ja, alles gut. Alles klar. Das ist noch nie mal das Schlimmste, Mobbing. Nee, das Schlimmste ist echt bei Dario, ja. Oder bei Habub, wenn wir auf Habubs Mutter gehen. Das ist immer das Lustigste. Das Beste war noch mit Habubs Mutter auf der Ladefläche. Da haben wir uns so drüber abgeschmissen. Das war so lustig. Rot, Blau, Pink, Grün. Was ist los mit dir? Warst du wieder im Farbtopf? Was hast du genommen? In den Haaren oder was? Nein, sein T-Shirt. Von mir hat es aus gesehen, linker, seine linke Schulter. Der Hund hat er verschiedenste Farbtöne. Bei mir nicht. Sag jetzt, was hast du genommen? Nee, keine Drogen. Okay. Ganz komisch. Ich frag mal nicht. Nee, es ist... Ich kämp' mir mal ein Foto. Ja, schick' mir mal. Ja, den will ich auch sehen. Post mal auf Instagram oder so. Oder auf Twitter. Wolfi hat mir irgendein Foto geschrieben. Ich post mal auf Twitter. Achso. Wolfi kommt gleich, der ist grad noch beschäftigt. Dreh dich mal ein bisschen kurz. So, dass du... So, dass du... Äh, nach... Nach links. Aber so, dass du mit der Schulter zu... Na, von dir aus, du... Spaß. Genau, genau. Danke. Ich lösche den immer nach wieder. Ich lösche den, ich glaube. Ja, man sieht den noch. Ein bisschen weiter runter scrollt. Was ist die Frage? Black Lady, ich hab vieles falsch gemacht und es tut mir leid. Bin den falschen Weg gegangen und hab's zu spät gemerkt. Deep. Richtig deep. Kann ich das jetzt? Warum geht das nicht? Guck mal vor 22 Stunden. Komm, ich schick dir was so normales Foto. Ich komm mit, der hat nicht klappt. Ordnung, Technik. Danke. Was hast du jetzt gesagt? Das hab ich gesagt, ja. Hast du ein Bild geschossen, wolltest du das einfügen, ne? Ja, muss ich das einfügen? Ja, das ist unten so ein Foto-Icon, da musst du draufklicken. Ach, ich dachte, ich könnte das Bild... Nee, das kannst du einfügen. So ein Foto mach. Geht das nicht, dass ich das... Wenn du es auf Twitter-Posten willst, musst du auf dieses Plus tippen. Wäre aber kein Plus. Hä? Wenn du Twitter öffnest. Ja, das hab ich geschafft. Ja, da rechts unten ist doch so ein blauer Kreis. Das hat Karl-Heinz gepostet. Ja, das hab ich auch geschafft. Das auf dem Plus bin ich schon drauf gewesen. Ja, und dann auf das Kamerazeichen. Ja, ich hab's aufgenommen, aber irgendwie funktioniert jetzt nicht. Oh, Volvo. Für 80.000, heftig. Das ist hier kein Foto. Ja, das siehst du da auch nicht. Da steht dann nur der Link. Ach so. Dann musst du was in das Textfeld eingeben, irgendwas. Ja, 40 gibt's halt nicht. Dann ist es auf Tweet und dann ist es gepostet. Ach sooo. Ja, gibt's nicht. Ja. Sag ich doch. Das Problem sitzt hinter dem Telefon. Hallo. Entschuldigung, steht. Ist das auf Twitter? Ja. Schauen wir uns mal an. Ich find's kacke, dass man die Bilder da nicht vergrößern kann. Ja, man sieht's gut aus. Äh, nee, sieht bei mir nicht so aus. Aber da hat er vielleicht ein Badge oder so dran. Drunter. Bei dir so. Aha. Aber bei uns nicht. Also bei uns sieht das richtig gut aus. Ach, das ist... Sie liegt uns sicher an und hat sicher einen Pixel-Fehler am Telefon. Tut jetzt so. Ja, komm. Ja. Oder hast du dich in Photoshop aufgemacht? Bei mir sind ein paar grüne Punkte auf dem Pulli, aber sonst. Ja, ja, ein paar grüne Punkte, aber sonst ist es okay. Ich auch mal, okay. Ja, komm. Bei mir braucht das Bild fünf Jahre, um zu laden. Ja. Das wundert mich, weil der bleibt warmes Leiter. Ja. Mein Handy soll 5G haben. Man merkt. Angeblich. Facebook sagt ja auch, die sammeln deine Daten nicht. Ja, Google. Ja gut, er flog eh gestern ein Satellit drüber von China, ne? Der wurde ja abgeschossen. Er flog hier drüber, über unser Anwesen. Hundertprozentig. So eine Spielnase-Ballon-Dingsbums. Hugo hat ebenfalls nichts. Ja, Flo, bei dir wundertst du mich so. Wirst du mich wundern? Er hat's, es hat nur er, aber bei Flo hättest du mich nicht wundern. Ja, weil er höchst du bestimmt ein Badge oder sowas drauf hat, wo man immer bei dir. Nee, ich hab's eins zu eins gemacht, hier ist im Teller. Ja, ja, vielleicht, vielleicht, äh... Vielleicht einmal umziehen und dann ist es weg, ich weiß nicht. Ey, warum dauert das hier so lange, bis mal alle da sind? Was ist denn los? Ja, bei Wolfi wird gerade noch irgendwas aus dem Haus seiner Freundin rausgeholt. Achso. Wenn die Drogen oder so ein Schleiß hier gelagert hat. Oh, okay. Lässt er sich scheiden oder was? Nein, nein, äh... Das ist einer von der Pizzeria, glaube ich, wenn er den Lars meint, der aus dem Haus von Wolfis Freundin seine gelagerten Sachen ausholt. Ah, okay. Achso. So. Die Frage ist halt, wer ist alles heute dabei, wenn wir das durchziehen? Weil da brauchen wir schon mehr. Ich glaube. Das ist jetzt noch jemand am Punkt, der nicht mit bei der Aktion dabei sein würde. Ich bin kurz aus, ob er auch ist. Das ist halt nicht die Frage, aber... Ah, da bist du schon. Hallo. Hallo, bin ich oder auch sorry, hatten wir ein bisschen da. Sprich. Hallo, Wolfi. Servus. Wir sind elf Leute eingetragen. Bibi ist wahrscheinlich raus. Ja, Haley ist raus. Haley. Ja, dann. Bibi und Haley sind raus, sprich neun Leute. Die Frage ist... Ich hab das schon mal mit irgendwem letztens diskutiert, ob es Sinn macht, wenn wir da nochmal reingehen, dass wir da einfach mit Gewalt reingehen und uns nicht irgendwo ein hochrangigen Officer suchen. Das Problem ist zu wissen, ob der da Zug fährt oder nicht und dann mit dem versuchen, leise da reinzugehen. Naja, er wird Panic, wird auf jeden Fall aus... sich auf jeden Fall rumsprechen. Wie stellst du das vor, dass wir da reingehen? Weil das ist ja sehr auffällig, wenn wir da mit neun Leuten reinmarschieren, oder? Also, wie willst du das stealthen machen? Also, ich glaub ganz ehrlich, du kommst nur auf die Hautetour rein. Am einfachsten wahrscheinlich, wenn du irgendwie mit den Fallschirmen auf dem Dach rumlandest, oben die Türe ist nicht versperrt und du gehst runter. Das war eine Möglichkeit, aber da bin ich mir zu 100% sicher, dass sich vier Leute aufklatschen werden auf dem Dach. Mhm, ich werd wahrscheinlich nicht jemand treffen. Weil das... Das Problem ist eher, dass da... ...Mannflug, wenn mal schon einer wegfällt, was den Heli fliegen muss, dann muss er so hoch fliegen, dass sie nicht hören, und dann muss jeder auf dem Dach oben verlanden und die Fallschirme darf dann auch keiner sehen. Ja, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen, das gibt sowas von schief. Und dann müssen die Leute erstmal das Ding Tach treffen. Gibt's ne andere Möglichkeit auf das Dach rauf? Ja, ein Leiterwagen. Gibt's aber zwar. Du kannst das FD bestehlen, ja moin. Ne, das geht ja... Da müssten wir dann irgendwo frei rumstehen sehen, wenn der irgendwo... Aber das machen die ja nicht. Also, das geht ja ordentlich. Mit einer Militärbasis könnte einer stehen. Kannst du doch die Leiter verwenden? Ich weiß nicht. Ja, aber das ist doch zu auffällig, wenn du einen Leiterwagen hinstellst und dann da alle raufkackseln. Und sonst halt einfach versuchen, den Kopf mitzunehmen. Ich meine, eine Möglichkeit wäre vielleicht, dass der Bulldozer der große, dieser Kipplaster da groß genug wäre, aber das wäre etwas auffällig. Der Müll den Kripper. Das wäre etwas auffällig, oder? Das wäre sicher auffällig. Ein bisschen auffällig. Ja, da wär noch am einfachsten, wenn einen Kopf-Hops nimmst, irgendwo, der Krampen nicht auslöst, und dann wirklich beim Seiteneingang vom PD alle reinmarschieren schnell. Immer halt nicht aus. Das Ding ist, wenn du warte, du nimmst den Hops, dann werden die natürlich, wenn er, falls er lösen sollte, Panic, einfach kurz oder circa ein bisschen abwarten, dass sie einfach nicht gefasst darauf sind. Weil ich hätte... Wahrscheinlich dann eher, dass Bank, Juve oder sonst was laufen wird. Eine Idee wäre halt, wenn man vielleicht irgendwo rast mit dem Auto. Bei einer normalen Verkehrsanhaltung. Verkehrskontrolle, genau. Und dann kommen alle aus den Büschen raus. Und man schaut, dass man irgendwie das hinbekommt, dass die halt dann genau, dass du dort anhältst. Dann gehen alle aus den Büschen raus und bedrohen den. Dann kann er gar nichts machen, so gefühlt. Also ich mich sogar freiwillig als Opfer melden, weil ich hab eh kein Führerschein. Das Problem ist halt genau das, dass... Ja. Du musst bei der Verkehrsanhaltung sofort anhalten, weil wenn du... Das kann ich machen. Weil wenn du nur 100 Meter weiter forschst, dann ruft der erste Verstärkung, weil der Mann, du forsch weiter. Na, das krieg ich hin. Das krieg ich nicht mit deinem Auto, weil sonst wissen die sofort... Ja, das ist schon klar. Ist schon klar. Aber an sich wäre das eine gute Idee. Und dann stellt man sich hin oder stellt sich auf und dann schaut man, dass man da irgendwo... aus den Büschen springt oder so. Am besten weiter wächst du, dass wenn sie am Rücken ein bisschen brauchen dahin. Falls eher ein Panik. Ich wäre doch nicht am... Am Highway. Ja. Und dann Sandy Abfahrt, aber nicht Richtung Sandy, sondern in andere Richtung. Die noch Tankstelle rüber, meinst du? Ja. Da ist nicht oft befahren, ne? Da kann es sein, dass ein Hopps dann eben ohne Reserve fällt. Mhm. Deshalb meine ich's. Ich dachte, jetzt wir vielleicht gucken zuerst, ob irgendwo einer steht und vielleicht blitzt oder sowas, weißt du? Das was? Dass einer irgendwo blitzt, ein Polizist. Ob irgendeiner steht und blitzt, ein Heißbitter oder so. Ja. Ja. Ja, deshalb kurz vor der Abfahrt Richtung Sandy. Mhm. Ja, müssen wir gucken, ob wir das hinkriegen. Wird schwer, weil ähm... Wenn die halt immer zu zweit anfangen, es gibt ja welche, die fallen ja zu zweit, zu dritt, zu viert an, dann haben wir ein Problem, aber... Mhm. Wenn du beim Blitzen erwischst, dann nicht, aber sie werden vermutlich Leute dazu holen. Vor allem jetzt zurzeit holen sie gerne Leute dazu. Das ist das Problem. Wenn du dein Zehnzeichen sehen, dann machen sie noch. Ich wollt grad sagen, wenn die wissen, du hast keinen Führerschein, dann holen sie allein schon Dödshalb Leute dazu, weil du sie schon abhausch. Wissen sie nicht. Wissen sie nicht. Deshalb, ich würd' mir ein Fahrzeug ausbauen von jemandem. Äh, wie wär's denn, wenn wir... Kennen wir irgendwen, von dem wir das Fahrzeug ausbauen könnten? Ich könnt' mir von jemandem vom Kartell das Fahrzeug ausbauen, aber ich glaub, das geht auch nicht besser dann. Mhm. Ja, aber von... Kennen wir irgendwer, der nichts mit kriminellen Sachen zu tun hat oder wir klauen einfach so'n Auto oder das ist auch blöd. Ja, waut, waut, waut. Ja, wenn du einen kennst, dann bauen wir den aus. In Aaron, fragen wir. Ist Aaron da? Da war der Vortrag, das hat mir der Vortrag. Ja, sonst bauen wir den aus und dann fahren wir da mit rum. Nee, wir haben ja Schnee nicht mehr gesehen. Tüte auf, Tüte auf, Tüte auf, Tüte auf. Ja, Chat, Tüte auf, ganz schnell. Das hat mir der Vortrag, wir fahren uns zur Beerdigung und fahren ins Atomieren kaufen. Oh, das wär ne richtig geile Idee. Ja, so machen wir das. Weil sobald ein Zuzi auf dem Kennzeichen drauf ist, kommen ja direkt die Cops, die wissen dann Bescheid. Wir brauchen unbedingt ein Auto. Und am besten ein Auto, wo man nicht reingucken kann. Ja, der wird doch. Ja, perfekt. Mal schauen, ob ich noch Kontakt hab, aber ich glaub, ich hab die wenigsten von allen. Oh, nee, vom Herrn Anwalt. Ich könnte einen F-Dealer fragen. Glaubst du unser Anwalt, würde das machen? Ja, perfekt. Wie könnt ihr uns die Olivia fragen? Ja, komm. Ja, mach halt, ist doch wurscht. Ich frage es, ob die Autos mit komplett gedönte Scheiben. Einfach vom Kopflosen aufgetackt. Ja, das ist das Ding aber automatisch gestohlen, dann haben wir ein großes Problem. Wir müssen ein Auto ausbauen, wir können nicht vom Kopflosen Auto nehmen. Mit komplett gedönte Scheiben. Ah, das wär so'n geiler Plan, wenn das funktioniert, dann Tüte auf. Ja, ob du eines hast. Oh, ich find das klappt. 3Q5, 3Q7 nicht komplett gedönt. Äh, ich kann mir mal schnell den Q7 holen. Barsch mal den bitte am Hauptplatz aus, ich kann den holen. Oh, perfekt. Perfekt, danke. Vince, wir fahren schnell am Hauptplatz. 900 IQ-Move, ne? Kann das wer anders machen, ich muss dringend auf die Lette. Kann ich. Ich fahr mit, für den mitfahren. Ich hol den gern ab. Ich bin kurz auf den Kopf, der hat 1, 2. Dann schauen wir, dass wir irgendwie einen Kopf fangen mit dem Ding. Ey, das ist eine perfekte Idee. Schlafen, ja. Schlafen, ja. Ich schlafen, ja. Oh, das wird lustig. Zitrone hier. Aha. So, Grill2Kill. Einfach von dem Kopf... Also das ist mal vorgelesen, das geht ja leider nicht. Weil Kopflose Autos sind automatisch als Gestuhl gemeldet, wenn du angehalten wirst, sind da returned. Keine Versicherungen, wo auch nichts. GameEmilio, dank fürs suppt werden. Äh, Aurelie, sorry für den Lachflash, bei mir stand die Schubkarre noch. Liebe Grüße, Lena Grausch. Ist das Schlafgebergen, ja. Perfekt. Ne, ähm. Ja, da hab ich einen ziemlichen Lachflash bekommen, danke dafür. Hahaha. Bei mir war die Schubkarre in mich drin. Hahaha. Ich, ich konnte gar nichts mehr sagen, weil das so doof ausgesinnt hat. So, Dachau, äh. Agra. Hey, so. Leider ist die... Irgendwas ist vorbei, ich kann dennoch teilnehmen. Top-Streamer. Da haben wir immer die Antwort. Die Bewerbungsphase ist nämlich schon seit Monaten geschlossen. Ich glaub, die letzte war vor einem halben Jahr oder so. Ich weiß so nicht, ob wir die Bewerbungsphase wieder aufmachen vor 3-0. Ihr müsst euch vorstellen, unsere letzte Bewerbungsphase war vor... Guck mal, wie viele Spieler da sind. Das ist echt heftig. Diese 158 Spieler waren von Bewerbungsphase vor einem halben Jahr oder so, muss die gewesen sein. Oder vor... 3-4 Monaten oder so war das. Maybe. Nicht heftig. Wart mal gut kurz bis sie kommt. Die ist gerade da vorne in der Verkehrsanhaltung. Perfekt. Na, hoffen wir, ob ich klappt das so. Naja, wär gut. Steht denn da so rum? Das ist eine gute Sorge. Ich glaub, der hat sich grad eine Maske aufgezogen. Oder so. Irgendwas gesehen. Im Auto. Reicht eine 380, um bei euch auf dem Server zu spielen? Ich glaub, die Frage kann sich von selbst beantworten, dass das möglich ist. Ja, natürlich. Wenn die CPU leistungsfähig ist. Krampstein-Fan. Abgemacht. Das ist abgemacht. Klaus. 42 Chirurg. Oh mein Gott. Das war auch schlecht. Ja, also warten kann man mit AOG oder M4. Also wenn dann mit der AOG. Mit AOG hab ich letztes Mal so viel Glück gehabt. Ich spiel glaub ich nur noch AOG. AOG ist top, das Ding. So, Tom Beck. Kuss will einfach mal Danke sagen. Ich hab zu danken. Vielen Dank für 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Ja, also der Plan sieht jetzt wie folgt aus. Wir werden jetzt ein Auto holen. Von einer Person, die nichts mit 1 zu 7 zu tun hat. Wir werden dieses Auto benutzen. Um damit eine Verkehrskontrolle zu bekommen. Und dann schlagen wir zu. Dann schlagen wir zu. Sobald wir eine Verkehrskontrolle haben, wir zugeschlagen. Wir müssen das nur mit einem anderen Auto machen. Weil mit unserem geht das halt nicht, ne? Ich würde halt die Weste ausziehen, da das nicht so auffällig ist. Naja, bin ich gerade dabei. Das ist dieses Warten, weißt du. Wann bist du denn endlich fertig? Stimmt, ja. Aber das passt ja wohl, oder? Von der Tönung her. Perfekt. Schönes Auto. Wir misstrauen das Auto einmal. Danke. Wir würden es so gerne ausbauen für eine Probefahrt heute. Ab zweites Mal, gell? Jaja, zweites Mal schon. Wir wollen zum Probe fahren. Also ich möchte von mir aus Probe fahren. Also wenn es okay ist. Ja, Mark, wirst du wie ich sie kennengelernt habe? Nein. Tinder? Wir haben sie mit dem Auto als Geisel genommen und Freddy hat sich dann am Steuer überschlagen mit ihr drin. Oh, da war ich dabei. Da war ich dabei. Das habe ich gesehen. Genau. Da war sie unser Geisel. Hi. Oh, hallo. Oh mein Gott. Habt ihr gerade nicht gesehen hinter euch, ne? Nö. Der hat gerade einen Wheelay gezogen mit der Karre. So viel PS wie der hat. Ja, geil. Ach du. Das war doch dasselbe Auto war das doch. Genau. Das war genau. Oh mein Gott. Das hat Sorge das zweites Mal schon. Oh, das wurde uns da kennenlernen. Ist ja schön. Ach du warst das. Ach, ich dachte mir schon, irgendwoher kenne ich das Auto noch. Ja. So haben wir uns kennengelernt. Ah, okay. Ja, cool. Ja, sehr cool, dass du da nichts ausgesagt hast. Hätte ich mir nicht gedacht. Ja, na waren ja alle lieb zu mir. Was soll ich da dann doof sein? Ah, ist das krass. Okay, cool. Na gut, dann. Dein Auto wird ja irgendwann auf irgendein Auto und Weise wieder zurückgebracht. Ja. Soll ich es irgendwie jetzt so? Na, passt gar nichts. Nix. Okay. Alles klar. Aufmachen wäre doch gut. Entschuldige. Es ist nämlich, es ist nämlich... Ja, danke. Ich ziehe den Schüssel ab. Dankeschön. Dann. Wir haben wirklich zu danken. Warte, ich schau mal was drin ist. Nicht, dass da was drin ist und ich auch soll dir. Du hast eigentlich nix, Theresa. 50 Kurs, perfekt. Nämlich mit einer Spaß. Hä? Na, alles klar. Alles gut. Schade. Ja, sehr schade. Unser... Unser... Unser Auto ist aktiv. Unser... 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 Ich muss jetzt ganz legal fahren, dass ich nicht angehalten werde, sonst wissen sitz die Mother-Dirgen schon, was da abgeht. Die Kopfschwerfen nicht wissen, dass ich da drin sitz. Zu einem Gefallen der Laterne, perfekt. Boah, wenn der Plan aufgeht und dann haben wir es echt geschafft. dann. Nie mehr Schule. Ne, dann machen wir den Raub unseres Leben. Sobald wir einen Kopf haben, wir brauchen nur einen, dann kriegen wir das easy. Easy is that. Einfacher geht's ja nicht mehr. Und ich glaube, das geht sogar auf. Wir machen uns erstmal einen Plan. Vielleicht werde ich damit rasen. Mal schauen. Und die machen dann den Job außen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ich bin so hinter mir, dass da keine Cops fahren. Und nicht, dass die schon sehen, dass wir da irgendwas geplant haben. Schauen wir mal. So. Fahrzeug ist ready. Perfekt, Leute. Das haben wir schon geschafft. Also ein Fahrzeug, mit dem wir untertauchen können, ist da. Jetzt brauchen wir nur noch einen Plan ausbügeln und dann schauen wir, was wir machen. Wie wir das hinkriegen. Baut die Bude aus, Jungs, und klaut den in die Hosen. Ja. Hosen klauen. Passt. Ich werde jetzt immer so rumstehen, wenn ich auf jemanden warte. Ja, da kommt wieder Freddy aus dem Dings und sagt, also kann man dich nicht ernst nehmen, wenn man so wartet. Ey, was ist falsch daran, so zu warten auf jemanden? Das ist doch stylisch. Das denkst du mir auch? Ja, kann passieren. Das schlimmste, was ich mir jetzt vorstellen könnte. Das kann passieren, aber dann weiß ich, dass ich immerhin hübsch bin. Äh, okay. Bin ich nicht hübsch? Äh, das haben wir jetzt nicht gesagt. Ich hab jetzt was anderes verstanden. Also eigentlich habt ihr das jetzt gesagt, oder nicht? Ich hab was anders verstanden. Achso, mhm. Natürlich. Ich stehe nicht auf Männer, deswegen ist sie auch nicht hübsch. Sie können gut aussehen, ja, aber hübsch. Ja. Es gibt schon hübsche Männer da draußen, oder? Oder nicht? Ja. Schön heißt doch hübsch. Hä? Was, was ist denn? Was interpretierst du doch hübsch? Männer, Männerlogik. Ja, ne, verstehe ich nicht. Er sagt, er findet, es gibt schöne Männer, aber keine hübschen. Das ist doch dasselbe. Gibt's schon schönes doch dasselbe, oder? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Männerlogik ist manchmal echt Katastrophe. Ja, katastrophal, wirklich. Ja, aber wirklich Katastrophe. So, eine gute Maske. Perfekt. Ähm. Was ist das denn? Ja, nix. Wir sollten noch Helikopter fliegen gehen. Eigentlich alle gleich. Welche hast du? Eieiei. Also Leute, wo es auf jeden Fall in irgendeine Gefeierung klauen. Ja, schwarz wäre schon besser. Ja, wir waren nicht vorhin erst, also ich hab alles. Wenn du, wenn's möglich ist, die sind weiter gleich. Okay, dann komm ich wieder. Wir sind alles am Fest ja immer, ne. Oh, wie fand ich es verloren. Ich hab mal ne Frage. Ich hab mal ne Frage. Ich hab mal eine Frage. Ich hab mal eine Frage. Ich hab mal eine Frage. Ey, ja, kann ich nicht absetzen. Mach mal was? Wie so, wie so ein Stück Sack? Getreide? Oh, ich hab Bock auf Ei. Äh, ich glaube nicht, ne. Oh, ich bin nicht im Punkt dran. Weiß ja nicht, wo ich hoch bin. Ach du Scheiß. Passiert. Ich hab halt keinen Plan, aber ich glaub nicht, dass er so hoch ist. Ohhhh. Ich dachte bestimmt, man redet, man hört nichts. Ja. Ah, ich seh wurscht. Ich hole den nachher. Soll ich mal machen, oder? Na. Ne, wir sind genug. Okay. Wir müssen uns auch noch was ausdenken, um da wieder rauszukommen, ne. Ja. Und da hab ich einen sehr guten Plan durch den Wald fahren, wie letztes Mal. Ja, aber du musst erstmal aus dem Gebäude rauskommen. Ja, das ist aus dem Bandschacht. Ja, durch den Wald fahren. U-Bandschacht stimmt eigentlich auch. Ich will durch die Kanalisation wieder. Ja, aber erstmal müssen wir allgemein aus dem Gebäude raus. Was ist das? Sondere Frage, wenn wir unten da in einem Kanal Fahrzeuge platzieren und dann mit einem Fallschirm vom PD-Dach rüberspringen. Geht ihr das aus? Oh, ich glaub nicht. Nein, niemals. Die PD-Dach ist viel zu niedrig. Vor allem, wenn wir da rein stürmen, die knallen uns vielleicht runter. Das und vor allem, muss erst mal aufs Dach hochkommen. Weil die werden wahrscheinlich dann durch Gebäude durchgehen. Wir könnten... Ihr wisst ja, hinterm PD ist ja so ein U-Bandschacht 3, ne? Also falls ihr den unterhalten brauchen könnt... Ja. Das Problem ist, also da würde es sich schon ausgehen mit dem Fallschirm. Aber das Problem ist, der Fallschirm geht bis dahin nicht auf. Da klatscht unten auf. Weil das Gebäude einfach viel zu niedrig ist. Ich überleg aber gerade. Wobei außenstehend ist halt die Frage, ob das gescheit wäre. Ich glaub sogar nicht. Vielleicht ein paar, vielleicht zwei oder ein, der außenstehend ist. Das wär gar nicht einmal so schlecht, wenn wir irgendjemanden außen haben noch. Erstens einmal zum Schauen. Wann gehen sie rein? Wo gehen sie rein? So ein, zwei Spähe oder sowas. Ich würd gern mit rein. Ja, ein, zwei Leute kannst du draußen platzieren, aber mehr nicht. Mehr geht noch nicht, ne. Aber ich überleg nur gerade mit dem Getaway. Weil ich find, der Schacht hinter dem PD ist gar nicht mal so schlecht zum Wegkommen. Ähm, das wär auch ne Möglichkeit. Ach, ich weiß nicht. Ich mein sonst, ähm, ich find Wald immer gut. Wald hat sich bis jetzt bei mir immer rentiert. Mit dem, mit der G-Klasse damals. Da bist du direkt draußen eigentlich. Also wenn du da einmal durch den Wald fährst, der kommt ja nicht hinterher. Achso, du fährst gegen den Baum. Ja. Dann hast du ein Problem, ja. Ja, dann musst du halt. Ja. Aber mit dem alten Ende der Wald, wenn du da einmal zwischen den dichten Bäumen bist, die R1 hat gar keine Chance. R1 ist? Also, ich mein, du hast Zweifel mit einer Klatsche. Die R1 hat keine Chance. Die Autos sind ja, die haben keine Chance, so gefühlt. Also, da musst du schon krass umstellt sein, dass die da eine Chance haben, um dich rauszukriegen. Ja, die Frage, wenn sie das ganze bedienen und zahm kann dann sein, dass die sich so aufstellen, dass die den ganzen Wald umstellt haben. Ich habe einen anderen Plan. Ja, dann sag. Achso, na warte mal, das geht mit dem... Ah, dann nimmt es das komplette Schwarzgeld und das komplette Kusch, was denn da aus der Warten gekommen ist. Wenn es da ist. Ja, wenn es da ist, dann nimmt derjenige das komplette Kusch und das komplette Schwarzgeld und derjenige lasst sich dann von einem Heli rausfliegen. Wir dürfen, glaube ich, nicht auf dem Dach vom Pedil an. Ne, stimmt, das ist das Problem. Gut, du könntest hovern, aber ob die nicht da runter schießen, ist das besser. Das ist die Gefahr, dass die dich... Ja. Und dann musst du erstmal schauen, wie du auf diesen Heli drauf kommst, weil die Gefahr ist, dass du abstürzt, falls du da runter kommst. Wobei, wenn wir drüber hovern... Da könnte einsteigen. Aber weißt du was, ich glaube, die werden auf den Helikopter schießen. Wobei wir könnten sagen, wir können die Geisen so lange drin lassen, dass wir sagen, schießt halt nicht auf den Helikopter so, weißt du. Ja. Sonst passiert was. Kannst ja machen. Weil die werden 100 pro auch eine R1 ausparken. Dann hast du erstmal eine Verfolgung mit der R1 oben. Und der eine kann mit der Beute theoretisch mit dem Fallschirm oben aussteigen und wegkommen. Dann halten wir zumindest das ganze Kusch, was drin ist und das ganze Schwarz, was drin ist, schon einmal safe. Egal, ob die haben dann gecatcht oder nicht. Außer der Typ, der im Fallschirm runterspringt, da fliegt dann die R1 mit und gibt dann alles durch, wo der gerade ist, dann ist der auch gearscht. Deswegen brauchen wir dafür, wenn wir das machen, noch einen Außenstehenden, der ihn abholt an einem ausgemachten Punkt. Sprich, wir fliegen von der Stadt Richtung Palito oder so, da sind halt so schnell dann keine Einheiten. Und er landet dann direkt neben dem Auto oder halt in der Nähe. Oder, keine Ahnung, am Strand mit einem Boot, was weiß ich. Die Idee ist nicht schlecht, aber dann bräuchten wir zwei Außenstehende. Einmal einen Helikopterflieger und einmal einen, der abholt. Theoretisch. Das hatten wir theoretisch eh vor. Das nächste Problem ist, haben wir jemanden, der sich, mir fällt das englische Wort gerade nur ein, confident, was heißt das auf Deutsch noch noch? Confident. Sicher genug fühlt, so zu hovern, dass man da einsteigen kann. Du meinst, dass er die Skills dafür hat, wäre das bessere Wort. Ja. Ja, da müssen wir jetzt schauen, dann haben wir jemanden, der das kann. Boah, ich weiß, wer will ich es kann. Ich kann es prinzipiell schon. Prinzipiell. Das habe ich mit dem Cargo aber auch gesagt. Das ist eine Stresssituation, das kann ich nie vorher sagen, aber prinzipiell kann ich es. Also, ich würde kein Heli fliegen, weil bei mir ist Absturzgefahr allein schon, wenn ich hochgehen möchte. Ich habe nur einen Heli, weil er so laut ist und nicht reden und nicht funken. Das ist das einzige Problem, während ich fliege. Ja. Aber der Plan ist an sich gut, sonst könnten wir auch noch einen Backup-Plan machen. Aber das wäre als standfester Plan ganz geil. Helikopter holt ab, nimmt mit, dann der steigt aus mit dem Fallschirm, landet irgendwo damit, wird abgeholt. Aber wenn es nicht funktionieren sollte wegen dem Helikopter, hätte ich eine andere Idee. Dann würden wir halt vielleicht sagen, wir machen das mit dem Wald irgendwie. So als Notfallplan. Weil ich muss sagen, Wald ist jetzt zwar sicherer als tatsächlich im U-Bahn-Schacht. Weil im U-Bahn-Schacht hast du das Problem, du überschlägst dich sehr schnell und die Polizisten können dich sehr schnell durchschauen und bauen alle Ausfahrten zu. Und wissen dann, okay wir stellen uns da und da und da auf. Beim Wald nicht, das ist nicht so easy. Ich frage dich, wie viele Leute brauchst du mindestens in PD? Mindestens. Eigentlich kann ich nie sagen. Aber wenn da rein theoretisch vor drei reingehen, dann könnten alle mit dem Helikopter weg. Aber zu dritt reingehen würde ich halt auch nicht machen. Du kannst ja Leute tragen. Trag den einfach mit. Irgendwann geht es rein in den Helikopter, weißt du? Das ist mutig im Helikopter. Ich wollte gerade sagen, vor allem der landet nicht, der havert nur. Ich habe schon mal einen Abflug gemacht deswegen. Und da ist dann mit jemandem auf die Schultern in einen Heli, was einen halben Meter über den Boden schwebt, einsteigen ist schon wieder schwer. Gut, ja das stimmt. Aber zu dritt reingehen, das wäre zu... Das ist jetzt risky. Das ist zu risky. Das machen wir nicht. Ich hätte sonst folgenden Plan. Wir machen folgendes. Wir machen einmal den Plan mit dem Helikopter und dann das, wo ich gesagt habe, dass wir im Wald weggekommen. Und dann haben wir einfach zwei Einheiten. Einmal Helikopter, einmal Wald. Und wenn der Helikopter irgendwie nicht funktionieren sollte, warum auch immer, dann machen wir Flucht nur Wald. Dann müssten alle, die drin sind, über den Wald flüchten. Mit was kommt es dann aus und bitte raus? Das kriegt man hin. Okay. Forderungen. Wir haben ja sonst keine Forderungen eigentlich. Außer nicht auf den Helikopter schießen. Das wäre die eine Forderung. Die zweite Forderung wäre dann halt vielleicht Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Fertig? Na ja. Ah ja, und keine Nagelbänder vor dem Ding. Stimmt eigentlich. Wenn die Nagelbänder vorne hinstellen, sind wir richtig der Arsch dann mehr auszunehmen. Also aus der Garage rausgekommen, weißt du. Und da gibt es ja nur die zwei Ausfahrten. Wir wissen halt auch nicht, wenn wir da reingehen, wie viele da auf uns warten. Das stimmt auch, ja. Stell dir mal vor, die ballern einfach auf uns. Das wäre schlecht. Wir müssen mit dem Officer, wenn wir einen Hopps nehmen, im Schwitzkasten da reingehen, dass sie da sofort sehen. Ja, da gehst du rein und schreist sie sofort an. Hände hoch oder doch, bis er stirbt. Ja. Okay. Dann... Würde ich sagen, wir gehen jetzt mal an dann. Bevor es zu spät wird, oder? Ja. Wir sind jetzt einfach hier. Der Flade ist lang getragen. Wir gehen nochmal ganz schön ins Gebüsch. Ja. Da gehst du pinkeln? Ja. Dann geh ich schnell auch pinkeln auf das schöne Klo. Ja. Okay, dann ziehen wir das durch. Ich hoffe, das funktioniert so, wie wir uns das vorstellen. Also, zwei Pläne haben wir. Also, für alle, die jetzt fragen, wann geht es los? Jetzt, ich mach schnell eine Pinkelpause und dann geht es los, weil ich möchte nicht während dem Plan pinkeln gehen müssen. Das heißt, ich geh jetzt schnell auf Pinkelpause und dann geht es los. Dann ziehen wir durch. Dann werden wir mal gucken, dass wir jemanden bekommen als Cop. Dann müssen wir erstmal einen Cop als Geisel nehmen und dann geht es erst los. So richtig. Also Leute, bis gleich. In der Zwischenzeit bekommt ihr schön AFK-Screen von mir. Ich bin gleich wieder da. Schaut in der Zwischenzeit gerne bei Instagram oder wo auch immer vorbei. Steht mich schön oben. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ja, 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 ja! Ja, 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 es hat funktioniert. Ah, hat das überhaupt funktioniert jetzt. Wir haben den... Ja! Ja, ich liebe es! Er hat nicht den Pendle... Die wissen von nichts jetzt. Sie wissen von nichts. Okay, es hat funktioniert. Der Schritt hat schon mal geklappt. Nein. Die wissen jetzt erstmal von nichts. Ich muss das Fahrzeug umparken, aber ganz schnell. Problem, sie hat mich halt mit dem Outfit gesehen. Wenn ich jetzt die Maske drüber anziehe, wir haben alles selbe Outfit an, dann wird er sich sehr schwer tun. Oh mein Gott, okay, jetzt müssen wir schnell mal. Jetzt müssen wir ganz schnell machen, bevor die diesen Transporter holen. So wie sieht der Plan jetzt aus? Weil ich würde das so schnell wie möglich jetzt machen, bevor die den Transporter noch starten. Das heißt, wir haben noch 40 Minuten. Wolfi, du warst jetzt dafür zuständig, den dann abzuholen, der aus dem Heli raus springt, oder? Ich bin jetzt gerade nur dabei, SPD zu observieren. Es startet gerade eine R1. Ja, ich mein später. Ich flieg hier den Helikopter mit demjenigen, der die ganze Beute nimmt. Der springt dann bei mir raus und der holt den dann ab, du oder wen. Setzt sich irgendwo am besten hin und schickt den Standort, ja. Weiß nicht, weil wenn die R1 wem hinterher fliegt, dann hat der gearscht. Wie hinterher fliegt? Also wem? Die sehen ja, wenn der aus dem Helikopter rausspringt, wenn die mir mit... Ja, dann springen halt zwei raus, wir wollen doch eh alle drauf, oder? So viel wie möglich. Achso. Dann können wir zu dritt rausspringen, theoretisch. Ich hab nen Fallschirm dabei. Also wir haben jetzt den, wir haben jetzt den Kopf durchsucht. Er hat jetzt nichts mehr. Und er hat's doch n Augenbild auf. Boah, Gott sei Dank, zum Glück. Zum Glück. Wenn ihr rumfahrt, steckt dem nen Tuch oder so, damit er nicht auf den Schreien kann. Der R1 fliegt runter Richtung Grove Street. Flughafen. Flughafen gerade. Ja, da fliegt sie gerade runter. Das ist immer relativ los. Ich hab eh die Schaden. Also wie lange brauchen wir für die Vorbereitung und nicht, dass die das so machen, um abzulenken, weißt du? Jetzt könnt's rein theoretisch, jederzeit rein. Okay. Dann will ich fast sagen, jetzt, bevor es losgeht. Weil die stehen schon alle da, die LKWs. Die sind schon alle da. Kann auch sein, dass die mich schon beladen. Das mein ich ja. Das ist das Ding. Also ich würd jetzt probieren. Ja, bringt das in Erfahrung, wenn ihr da reingeht, ob die schon was in die LKWs geladen haben. Wenn ja, holt das halt da raus. Ja. Ihr müsstet mich dann halt irgendwo abholen auch, ne? Okay, jetzt geht's gleich los, Leute. Ja. 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 Es geht los. Es geht los. An die Mods. Kann ich wieder den Chat aufmachen? Jetzt mal Frage an die Mods. Ist es wieder möglich, dass ich meinen Chat aufmachen kann oder soll ich lieber zulassen? Ein lustiger Lache ist grad am Start. Martin Berg ist ja auch da. Tacher ist am Start. Internet Kurt. Es sind grad eh so viele Mods da. Dann müsst ihr wissen, lieber Mods. Wer aufmachen soll oder nicht, kommt auf euch an. Ob ihr das stemmen könnt. Es sind grad 12.000 Leute da. Leute, lasst mal ein Like da. Auf den Stream. Dass wir das heute noch schaffen. Dass wir das noch knackeln. Alles im grünen Bereich. Nur Meta von vorne. Ja, perfekt. Ich hab's eh schon gelesen auf Dings. Ja komm. Das sind wir. Ich muss ihn tragen. Andere Seite. Äh. Du musst ihn tragen. Warte. 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 Moment. Ich auch nicht. Soll ich dich tragen? Ich kann dich auch tragen. Das ist nicht das Problem. Okay. Gut, also wir wären bereit. War zu angenehm. Dann lass ich's aber so. Erstmal zulassen. Warum bring ich euch noch bei, ne? Ich bin auf dem Eisberg. Ab geht's. Rein da. Ich hoffe das klappt so. Ich hoffe das klappt. Das Ding ist, das brauchen wir nur noch so okay von Dings. Ja, start durch. Wir würden jetzt durch starten. Dann schon verfolgt. Oh, Alter. Oh, Alter. Schnell, schnell, schnell. Ach, du weißt du. Oh, Alter. Oh, Alter. Das ist der Sound auf. Ich spende. Die Hände nach oben. Alle auf Abstand. Die Hände nach oben. Hände nach oben. Komm. Hände nach oben. Komm. Der Linke hier. Und einen Meter auseinander. Komm. Auseinander. Perfekt. Schön bleiben. Ey, nehm dir das Geisel. Nimm dir das Geisel. Nehm dir das Geisel. Nimm dir das Geisel. Das ist ein Begriff oder was? Die da nicht mit ihrer Pistole. Gut, dann auch bei dir. Du such dich jetzt kurz und dann lege ich dir auch Handstellen an. Wir haben mehrere Geiseln. Ich glaube, der hört da nicht rein. Der sieht, dass ich eine Geisel in der Hand habe. Hier oben stehen auch noch Batche. Wir haben eben noch drei gestanden. So. Auch dich. Ich mach die Kabelbinder an, ja. Ja. So. Legst du Kabelbinder? Ja, alles gut. Mal ein bisschen chillen jetzt hier. Du kommst mit mir mit. Hast du Sachen dabei? Es ist eh nichts verwendet. Nach vorne. Und stopp. Stehen. Du hörst doch mal aufhören zu zielen. Sonst sind ja gleich alle tot, wenn die jetzt nicht aufhören. Komm wir gehen da rein. Wir müssen da rein. Wir müssen da rein, okay? Wir müssen niemandem was passiert, solange der Kollegen okay sind. Alles klar? Warte. Wir haben alles in der Kontrolle. Nein, dann steht einer. Der soll weg. Der soll schon nach vorne kommen. Ey, pass mal auf. Alles gut. Vielleicht hat der Kollege griffbereit. Ich komm gerade nicht dran. Wenn der mir kurz Kabelbinder anlegen, dann versuche ich an meinen Schlüssel zu kommen. Ja, ich... Der Kabelbinder dann. Dann mach der an. Wenn ich so gehalten werde. Warte, sonst pass mal auf. Es gibt mir Schlüssel. Warte, warte, warte. Machst du? Dann lasse ich den nicht. So, kriegst du es jetzt hin? Entschuldigung. Ja, ja, warte. Kriegst du es hin? Ja, so. Passt. So, alle nehmt die Hände nach oben. 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 Die Hände nach oben. Weg mit den Waffen und die Hände nach oben. Weg mit den Waffen und die Hände nach oben. Weg mit den Waffen und die Hände nach oben. Ihr versteht uns. Wir wollen niemanden was Böses. Nimmt die Hände nach oben. 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 wir wollen wir wollen nicht böse wollen die hände nach oben nehmen sie nach oben okay nehmen die hände nach oben so alle nehmen sie nach oben also rausgenommen oder was rausgenommen aber so ist das nicht geplant gewesen alles gut ist gut oder mitnehmen und genug leute so wird wir check jetzt mal alles ab okay wir müssen wir müssen noch wir müssen jetzt das ganze pd erstmal abchecken wir gehen mal runter in die zellen okay zu zweit zu dritt alles gut wir wollen nicht böse nehmen sie einfach die hände nach oben alles wird gut alles wird gut alles wird gut alles wird gut hier ist zu hier ist zu da ist aber keiner da ist weit und breit keiner ich glaube wir haben genug leute hier drin oder ja ja vergeißen haben wir gut was geht habt ihr schon was angelegt was kommt ihr mit der die die hände oben habt ihr habt ihr habt ihr schon was angelegt bekommen ja warte am gebäude neben dem mission row pd kommt sich ich noch mal was an warte also richtung wäschen was legt jetzt wieder richtung mission row pd woher stimm ich immer fest wer gibt es die position der one durch also braucht ihr hilfe oder und zu wehungszeiten schon drin außen stehend kannst du gerne helfen ja was für ein auto soll ich nehmen irgendwas was du wünschst naja das ist eine gute frage es werden ein paar aus dem heli springen und ein paar mit einem auto flüchten also hab bei meibach jetzt genommen ja zum beispiel ist der wahrscheinlich ein bisschen auf der Luft wo wird alles gut jungs wir haben das ja gleich wird nicht lange dauern alles gut wenn eure kollegen da machen ist das kein problem wo stehst du denn ich bin es ey ist die tür noch offen warte kannst du die tür noch aufmachen ja warte ich danke alles gut hier wollen landet am doch über auf über äh gegenüber vom pd oberhalb von der pizzeria ne ich starte es wieder was ich auch machen könnte war so zu hoffen und das ist fast nicht möglich ähm dass ich auf dem parkplatz ey die lkws fahren weg ne jo ich könnte auf dem parkplatz von dem pd landen gleich das ist einfacher als das mit dem hoffen das ist aber ne dumme idee die waren alle abgesperrt ja ja mannach sagt ähm gib mir keine auskunft bist du dir ganz sicher dass du es nicht sagen möchtest wie viele habt ihr jetzt ey die sollen die lkw zurückbringen was von nix dann fragst du mal auf ihm zu reden gar nicht quasi er weiß von nichts sie wissen alle von euch die wo ich befragt hab wissen von nichts ey sag mal wir brauchen jemanden der hier drin funkt die sollen die lkw zurückbringen ja ich kann es machen kannst du funken ja ihr müsst mir funken okay pass auf pass auf ja pass auf ich stehe in die ecke wir machen das auf ganz entspannt gib dir jetzt einen von denen mit in einen anderen raum ey hör mal zu tut so als würde der den erschießen fragt die anderen zwar nochmal hör mal zu wir kriegen die lkws kein problem er funkt wen an hier ich kümmere mich drum was ist drin weißt du was in den lkws drin ist nein ich hab keine ahnung ich bin gerade erst hierher gekommen haben die schon umgeladen keine ahnung ich kann es euch nicht sagen er weiß es auch nicht ja warte aber dann nimm ich ja alles ab was du dabei hast mit dem zu wehtun gründes der one steht auf jeden Fall am dach gegenüber von mission roby die rower von der pizzeria ja sollte meff drin sein ja meff äh sowieso wurscht schwarzgeld und kusch je nachdem so ich lass den ich weiss ich brauch mal die absicherung ey Jungs ich brauch die mal absicherung extra kann halt jeder nur 30 mit ach wobei du bist ja eh da ich bin jeder ich stehe mir die karlbinde ab und dann machst du den funkt ok ja ihr müsst mir eins geben im funkt gerät hast du keins mehr nein ich hab mal so ein karlbinde ich hab mal so ein karlbinde pass mal auf ich hab mal so ein karlbinde pass mal auf ich hab schon eins ach ne ich brauch meins hast du noch eins aber ich hab mir steht vorne 5 so von PID im Fernseher genau also genau Eingangsseitengast von der Pizzeria meine frage ist ja nehmen wir nicht warum nehmen wir nicht an der deren Lkw klickst du ja ich hab's die ich hab's ich muss erst gucken in welchem funkt die sind ich weiss nicht genau X-Ray 54 mit der Frage, ist das, was kommt mit dem Wort? Ja, vergessen wir das, ich muss mit meinem eigenen Hnau zu trennen. Gut, den nehmen wir uns den Team nicht. Wir stehen jetzt beide LKWs bei der Ausfahrtmischfro PD Richtung Wombenland auf der Seinfrastraste von der Pizzeria. Kurzer Break, X-Ray 54 aus dem Mission Road Police Department als Geisel. Ich gebe euch jetzt eine Forderung von den Geiselnehmern durch, kurze Sekunde. Was fordert ihr? Wir wollen wissen, was da drin ist. Ob die schon was eingeladen haben. Okay, eine Frage, sind die LKWs bereits beladen gewesen? Nein, waren nicht beladen. Ich würde sagen, unser Auto draußen, dass wir das in Ruhe lassen sollten. Wiederholen kurz. Ich nehme es dir gleich wieder ab, ne? Es ist noch fünf. Okay, einmal kurz alle Forderungen sagen, die ihr habt. Wir sollen freien Abzug ohne Angepender. Wir brauchen jemanden, der uns unten aufmachen kann. Ja. Und äh... Da haben wir doch jemanden. Haben wir einen? Ja, natürlich, der steht noch vor uns. Kannst du unten aufmachen? Ich weiß nicht, ich kann doch nicht, ob sie nach hinten losgegangen ist. Der hat doch den Schlüssel gehabt, natürlich kann er, das hat doch uns da reingelassen. Also warten kann man... Warte kurz. Achso, den meinst du? Ja, wir brauchen die Abweiser Wartenkammer. Wir brauchen jemanden, wo die Abweiser Wartenkammer es machen kann. Okay. Ist die leer, dann wissen wir, dass ihr gelogen habt. Ganz kurz, ganz kurz, viel von dem, von was gerade im Funk gesagt wurde. Ihr sagt, oder ich sag dem, wen ihr alles als Geiseln habt und die sagen euch, ob die LKWs beladen waren oder nicht. Nein, falsch. Wir spielen doch keine Spielchen. Nein, Deal gilt nicht. Wir werden, weißt du warum, wir werden doch drauf kommen, ob unten das drin ist oder nicht. Wenn da nix drin ist, dann wissen wir, wir werden belogen, wenn nicht, dann nicht. Und dann vereidert ihr. Okay. Wir machen doch keine Spielchen mehr raus. Und wir möchten, dass Autos in Ruhe gelassen wird. Wer damit was dran gemacht, dann haben wir ein Problem. Okay, Sekunde. Das funktioniert. Ganz kurz noch. Ey, das, das funktioniert, ey, heftig. Ey, Leute, lasst echt mal den Like-Button pushen. Für diese Aktion, ey, wie, da kommen die Feelings von früher back hier. Wir haben gerade wieder das ganze Ding eingenommen. Und das zu neun, wir sind jetzt gleich mal so viele. Gut, dann stelle ich jetzt einmal eure Forderungen. Ja. Gut, die Forderungen von den Geiselnehmern im Policedepartment sind freier Abzug, keine Nagelbänder, das Fahrzeug draußen wird in Ruhe gelassen und Zugang zur Asservatenkammer unten. Sie sagen mir gleich, wie es aussieht. Ey, das ging aber jetzt richtig schnell. Wir haben es so geil durchgezogen. Der arme Kopf, ey. In einem Kopf. Kann ich das nicht beladen? Nein. Aber wir hatten echt den besten Zeitpunkt. Genau, wirklich. Echt ein guter Zeitpunkt. Seid ihr mit oder ohne Weste? Ohne. Ohne Weste. Ohne. Ohne. Mini bitte voll aufrüsten und auf Backup halten. Verstanden. Und? Haben sie schon antworten? Oh, so machen wir das aber hier. Der kann es mal bitte mit dem Gesicht zum Eck stellen. Ja. Nein, nicht sie. Der andere. Ten one kurz. Genau. Bitte ans Eck. Da hat der Transport auch nicht so geklappt, wie sie wollten. Sie dürfen so stehen bleiben. Ja. Als Gegenforderung erstmal wollten sie wissen, wie viele Geiseln ihr habt insgesamt. Wie viele Geiseln haben wir, Jungs? Ja. Fünf mindestens. Wie viele habt ihr unten? Oder halt da, wo ihr seid? Zwei habe ich unten. Gut, dann wären zwei. Also wir haben fünf Geiseln. Informativ insgesamt fünf Geiseln im Pidil. Fünf Pidiler als Geiseln. Ey, das ist schon viel. Also mehr als letztes Mal. Wir sind ja einfach, habt ihr gesehen, wie viele Pidiler sich da drin vorbereitet haben? Wir sind reingemedelt. Als wäre hier nichts. Ey, es war schon heftig jetzt. Es war schon heftig. Aber komm, es wäre mir jetzt viel Mühe gegeben, um das hier durchzuziehen. Es war schon viel Mühe dabei. Ja, ich habe mich gerade eingeschissen, weil ich mit dem Maybach in die Pizzeriastraße gefahren bin. Das Gebiet ums MRPD ist Sperrzone betreten, führt zur Festnahme. Warum denn wohl? Hey, sag mal, haben wir hier schon abgecheckt? Hier, die Tür durch? Ah, da bin ich gerade eben durchgegangen, das ist nicht. Okay. Warst du oben geguckt? Ähm, oben war ich noch nicht. Ja, dann gehen wir mal hoch. Wir gehen kurz mal hochgucken. Falls Schüsse fallen sollten, wisst ihr Bescheid, was da oben ist. Ohne, also freier Abzug, ohne Dings, ohne, ja komm, hier Spike-Strips ist okay. Aber es ist ein Problem anscheinend, momentan jemanden reinzubringen, der zur Asservatenkammer gut zu kann. Muss aber doch wer da sein, wenn sie die Asservatenkammer räumen wollten. Eben, dann bleibt das so lange drin, bis ihr einen habt. Wartet mal kurz, ich bekomme gleich die Information. Weil da muss doch wer kommen, weil umsonst, wenn die den Transporter nicht hingestellt haben. Ja, eben. Es muss doch wer eingeladen haben. Macht doch keinen Sinn. Natürlich muss das wer machen. Gut, da ist relativ clear oben. Sehst du das, wie die sich einschlugen? Versuche es. Ist das clean. Oben weiß ich nicht, nochmal weiter hoch. Keine Ahnung. Ja, Jungs. Wir bekommen einen Deal von den Cops. Wir bekommen nur den, der die Asservatenkammer ausräumen kann. Jede, welche andere Geisel wird, äh, muss raus. Und wir haben wirklich dann nur den. Wie wär's denn, wenn wir alle rauslassen, bis auf noch einen drin lassen, weil der Tausch muss ja so funktionieren. Ja, einen drin lassen. Ja, für die Asservatenkammer haben und noch einen extra. Genau, ja. Er gibt gar keinen raus. Er kriegt dafür jemanden, der da Zugriff hat. Ja, wenn man das ist, wenn man das ist, wenn man das ist so, wir geben jetzt drei Geisel raus, ähm, beziehungsweise vier. Eine behalten wir drin und einen halt eben der, ja. Der soll beim Reinkommen einfach die Hände hochnehmen. Und sich ausziehen. Bis auf der Schlüssel von der Asservatenkammer. Wie her, sie lügen uns an. Ne, das nächste, so oben ist clear. Ja. Also der versteckt sich hier ganz gut, aber glaube ich nicht. Ne, ich glaube nicht, dass hier noch einer ist. Auf der Rückseite vom PD, wo sie die Gefangenen immer reinbringen, steht derzeit noch gar niemand. Da stand da vorne ein Transporter, ein großer. Okay, na jetzt steht gar nichts mehr da. Ja, die haben vorne und hinten Transporter hingestellt gehabt. Ich fahre jetzt gerade nach hinten. Ist der Parkplatz vom PD, wo diese kleine Tankstelle ist, frei, dass ich da landen kann? Was willst du denn mit dem Heli da? Ich hole drei von denen, insbesondere den einen mit der ganzen Beute, mit dem Heli da raus. Wenn sie das essen wollen, dann sagen sie Bescheid. Achso. Er ist halt gedacht, weil ich halt nicht auf dem PD landen will, dass ich da hover, aber das ist extrem schwierig. Ich habe das auf dem Macebank Tower gerade ausprobiert. Deswegen würde es mehr Sinn machen, dass ich auf dem Parkplatz vom PD lande. Das Problem ist, die schießen dann auf uns, das ist wahrscheinlich. Ich soll nicht sonst fliegen, weil ich kriege das... Das ist der Flotplan, die haben nicht auf mich zu schießen. Ja, warum? Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, entweder... Entweder, die bauen uns zu mit dem Ding, oder sie werden auf den Rotor schießen. Wie gesagt, freie Abzüge müssen sie uns geben. Dafür bekommen sie die Geiseln. Freie Abzüge und ohne Spikes Ribs. Gut, stimmt auch wiederum, ja. Und wenn sie das nicht machen, dann stimmt halt einer. Ja, Spikes Ribs ist doch scheißegal, wenn ihr mit dem Heli rausgeht. Naja, nicht nur mit dem Heli, wir haben auch ein Auto hier. Sagt denen aber, dass ein Helikopter da landet. Nicht, dass die vorher schon auf schießend Wind soll ich sonst fliegen. Sie sollen noch durchgehen, dass da noch ein Helikopter landet. Bitte geben sie das aus Stimmings. Nein, oder auf dem Parkplatz. Suburbans, also die PD-Fahrzeuge verteilen sich gerade überall. Dann landet noch ein Helikopter, der hier dazugehört. Also, vorne bei der Tankstelle, ne? Bei der Tankstelle? Ja, ja. Ja, schon. Also, ich habe es gerade durchgegeben. Er hat es auch eben durchgegeben. Jetzt mit dem Heli, oder wie? Ja, mit dem Heli. Bist du sicher, dass sich das ausgeht? Bisschen klein. Das ist nicht so abgeklärt, das ist so nicht ganz in Ordnung. Das mit dem Heli. Ja, ihr meint, sie sollen es ja wissen, dann haben sie auch ein bisschen Vorbereitung. Können sie jetzt machen. Ich wollte nur, dass sie das wissen. Okay, ich soll durchgeben, das war nur informativ für euch. Wenn irgendwas passieren sollte, dass sie auf die Schießt haben, wäre ein kleines Problem. Oh, schau, ich bin im Chief-Büro. Nee, Captain, Entschuldigung. Unterpalmen aus Plastik-Solades. Mach das Ding leer. Kann jemand von mir ein Foto machen, wie ich da am PD-Tisch sitze? Beim Chief drin? Vielleicht für Twitter ganz lustig. Oder auch nicht. Danke, Jungs. Ich mache ein Bild für mich selber, warte. Das kommt auf Instagram. Aufs originale Instagram. Mark Rumpe sitzt am Chief-Sessel. Ist das nicht schön? So. Ey, Solades, wirklich kuss, kuss, kuss. Geht raus an dich. Liebe, geht raus an Solades. Einfach der Beste. Er hat einfach 1 zu 7 raus, wenn 1 zu 7 mal sowas macht. Das ist so schön. Wirklich sehr schön. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir wegkommen. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, haben wir ein großes Problem. Nur schauen wir uns mit der Aserwatenkammer gleich leerräumen. Wie bitte? Es ist anscheinend auch nicht so. Ganz schlecht. Ah, jetzt. Es ist anscheinend noch nicht so einfach. Wir versuchen, jemanden zu finden, der in die Aserwatenkammer kann. Bei was standen die LKWs draußen? Wissen sie das? Ja, da sollte das reinkommen, alles. Ja, so müsste es auch heute da sein, oder? Natürlich muss der. Deswegen verstehe ich nicht, was daran so schwer ist, jemanden zu finden. Weil der wird jetzt nicht schlafen gegangen sein. Ich vermute es auch nicht, aber ich kann die nicht beantworten. Ich weiß genau so viel wie sie hier. Alles gut. Aber sie haben gesagt, sie finden jemanden, oder? Sie haben gesagt, sie suchen und versuchen, die Forderung zu bearbeiten. Dann hoffen wir es mal, dass das klappt. Das sind die anderen Geisen. Perfekt. Frage, weiß ja noch von euch, wegen der LKWs, dass da irgendwas drin ist? Ne, ne? Da soll MEF drin gewesen sein. MEF? Ich weiß nichts. Nein, es soll MEF damit transportiert werden. Beladungszeit war ursprünglich angedacht. Und 25. Nur wenigstens alle, der ein bisschen Info hat. Perfekt. Und das ist ein Marshal, der nur absichern soll. Okay. Ne, MEF interessiert uns gar nicht. Das interessiert uns nicht. Wir brauchen einen Lieutenant. Der Maskierte hier ist ein Detective. Okay. Ja, oben haben wir schon so gesagt, es muss einer kommen, der macht, weil die wollten ja eine Lade haben. Also es war ja schon wer da anscheinend, der es gemacht hat. Und die sich mit einem Erfolg gemacht haben, oder? Der ist gerade noch einmal sprechbar. Das schau immer schnell. Ich weiß nicht, dass er auf den Schießen, weil er denkt, dass es trotzdem was ist. Ja, gehört so hin. Volker hat das Bedürfnis, einfach mit Front zu ihm zu fahren, ne? Ich würde schon vor hier. Denkst du, er legt jetzt vor ein? Ich glaube schon. Als Information, es wurde schon MEF umgelagert. Ich bin nur vor rein geworden. Echt? Mhm. Ach, in meinen Augen nicht. So, die mag ich bitte. Das MEF ist irrelevant. Es geht nur darum, dass wir wissen, dass schon jemand da war. Ihr könnt uns also jetzt draußen nicht erzählen, dass keiner da ist, der das machen kann. Die waren ja gerade dabei. Sollen wir uns jetzt mal draußen eine Ansage machen? Sollen wir ein bisschen schneller machen? Ich weiß nicht, wie lange die hier brauchen, aber... Ja, warte, ich... Ey, soll ich mal draußen mit dem Kopf reden, der bei mir ist? Ja, kannst du machen. Wobei, wir haben hier drin ja auch einen Kopf. Der müsste ja mit dem hier eigentlich im Funk zurecht kommen. Oder wenn man hochkommt, rechts. Das ist ja so lange brauchen, müssen wir mal auf den schicken, ne? Wieder vier Geißeln raussenden. Das ist ja nicht. Jetzt tun sie gerade eher nur Zeit schinden. Das ist schlecht. Wir wollen das eigentlich so schnell wie möglich hinter uns bringen, wisst ihr? Wir wollen da zack, zack, rein, raus, schnell, schnell. Aber, ähm... Die lassen uns hier drin warten, ein bisschen. Wir sind nicht, glaube ich, draußen ein bisschen besprechen, was sie machen. Äh, okay. Na, ich hab nichts gesehen. Haben Sie was gesehen? Der Typ ist ganz schön frech in seinem scheiß BMW drin. Was ist der? Frech? Ganz schön frech. Ja, der hat einfach gerade mit uns geredet. Sollen wir es abschließen gehen? Nein. Ich mein die Tür. Ich sag, keine Ahnung. Schieß da drin, das ist besser nicht. Du, das ist egal, lass sie offen. Das ist sogar ein Vorteil für uns. Ich sag's so, der Typ hier draußen hat gerade bei mir eine ziemlich große Fresse. Der meint nicht, äh, sagen zu müssen, was Sache ist. Weil er meint, ich hätte damit nichts zu tun. Ja, weiß, dass du mit was zu tun hast, oder nicht? Warte mal. Eieiei. Jetzt müssen wir es immer schneller machen, Jungs! Nicht den ganzen Tag Zeit. Wir haben doch nicht den ganzen Tag Zeit, Jungs. Und Mädels. Diese Uhr. Sie sehen, wie die wegfädet? Das triggert mich. Das ist ja das Modell, Dings. Das triggert richtig hart. Das kommt weg auf 3.0, die Uhr hier. Die kommt weg. Boah, aber der arme Kopf. Also, Jungs, ich hab jetzt ein Okay von denen. Wir bekommen einen für die Asservatenkammer. Und wir müssen nach draußen. Und da ist die Übergabe. Wir geben vier ab. Dann ist so angenommen. Und ist angenommen so. Ja, aber der eine bleibt drin, ne? Natürlich, einer bleibt drin. Perfekt. Dann ist es okay. Ja, der, wo Marmonta das Funkgerät hat, bleibt bei mir drin. Das PD wirkt deskaliert. Ich muss sagen, das PD hat das jetzt echt gut hinbekommen. Also, ich hab schon Angst gehabt, dass die jetzt reinballern. Die haben echt die Ruhe bewahrt. Das muss ich echt sagen. Das haben sie gut gemacht. Wissen Sie noch, wie wir da reingerannt sind? Mit der Geisel. Und einer hat schon geschossen, weil die Geisel nicht gesehen hat. Das ist halt, ja. Also, hinter der Haupttreppe findet die Übergabe statt. Und heute hat das relativ gut funktioniert. Also, die waren echt deeskalierend und wollten jetzt auch nicht schießen, weil sie gesehen haben, okay, wir haben die Geisel dabei. Und haben erstmal geguckt, was ist hier los. Weil wir sind hier eigentlich reingestimmt, kann man sagen. Aber eher langsam. Die sehen, dass wir auch bewaffnet sind in der Geisel. Lass sie nicht direkt ballern. Aber es hat echt, echt gut funktioniert. Oh, PC benutzen. Aha. Ah, ich kann hier in die Mail rein. Super. Dann kann ich in mein Mail-System rein. Eine E-Mail schnell schreiben nach draußen. Wirken, seht ihr eskalierend. Ah ja, und zu dem Ding vorhin, wo es mir jetzt ein bisschen suspicious vollkommen ist. Das, was ich mir gedacht habe, dass der da von Wind mitbekommen hat, weil er den gesehen hat, vielleicht hinten. Der Kopf hat vorhin eine Maske gesehen. Das heißt, es war kein Method oder so. Es kam mir nur Spanisch vor. Aber ich hab mir halt auch gedacht, könnte auch sein, dass da wer gepiekt hat draußen und er hat den gesehen mit Maske, weil die sich halt nicht gut versteckt haben. Und dann ist klar, dass der Zurückfahrt, Returgang, Einigung und so. Das war so kein Metapete oder sowas. Aber es kam halt sehr spanisch rüber, dass er mein Fahrzeug dann so komisch überprüft hat. Und dann halt direkt weiter wollte. Aber jetzt macht das auch Sinn, dass er da schnell weg wollte, so irgendwie auf eine Art und Weise. Und schnell weitermachen wollte, weil er da wen maskiert hinten gesehen hat. Aber du weißt es halt nie, ne? On Stream gibt es halt Leute, die immer an Wink drankleben oder so. Das hast du halt. Das beobachtet man halt. Aber wir sollten immer lieber auf Nummer sicher gehen, bevor irgendwas Blödes passiert. Und dann weißt du es halt nicht, ne? Aber es kam halt etwas komisch vor. Weil wir halt an alles gedacht haben. Aber anscheinend hat man einen gesehen, der hinten stand an der Kiste dort. Habe ich mir eben auch schon fast gedacht, dass sowas vielleicht passiert ist. Weil er muss ja nicht immer der Kopf dran schulzern. Weil dann hätte ich auch so reagiert. Weil der ist auf einmal so stehen geblieben, Rhetorien eingelegt und ist weggefahren. Also das war schon komisch. Zuerst ist er mir hinterher gefahren. Austausch, kannst du stattbinden, bitte bringen. Warte, schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Also wir kriegen jetzt im Austausch dazu jemanden, der hier die Aserbatenkammer aufmacht. Das ist natürlich sehr gut. Das heißt, wir kriegen das durch. Jetzt ist nur die Frage, ob wir hier wegkommen. Ähm, ich hoffe ja. Erstmal, erster Schock, ja. Da, wo wir reingekommen sind. So, ich gehe jetzt einmal hier. Die Treppe hoch. Kollege, du gehst vor. Alter, wen tun wir raus von denen? Wir tun vier Leute raus. Ja, aber wen von denen? Wen behalten wir da? Ich glaube, wir sollten den Marshall hier behalten, weil der die meiste Information hat. Ja, könnten wir. Ja, ich würde den hier behalten. Oder wir behalten den, der gefunkt hat. Könnten wir auch machen. Was? Äh, einen Marshall will ich behalten. Wollen sie raus? Den hier, wir behalten sie den hier. Okay, behalten wir den hier. Gut, gut, dann. Dann kommen sie auch raus. Dann behalten wir den. Hauptsache ein Marshall. Hatten wir zu lange wieder heute mit dem. Naja. Perfekt. Was ist das eigentlich für einer? Der da hinten mit Helm und Waske? Detective. Können die runter? Ich habe aber keine Ahnung, was die mit den LKWs vorhaben. Perfekt, das hat die keine Ahnung, was da mit voll... Besser bist du auch so ausgerüstet, Jäger. Ja. Und der redet auch kaum noch. Laufen sie jetzt selber? Ich glaube, ich höre euch gerade nicht. Annimm den mit. Doch, jetzt, jetzt, jetzt geht es wieder. Wir erwarten ihr dabei, ne? Ja, alles gut. Ich mache schon nichts. Sind sie entspannt? Ja. Ja, wir machen das auch entspannt. Wir wollen nicht, dass eine Kugel fliegt. Wir haben eine Pistole am Kopf hat, ne? Wissen Sie, wir haben heute sehr aufgepasst, dass keine Kugeln fliegen. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Das ist ja nett. Ja, ich weiß. Wir haben auch geschaut, dass wir, wenn wir hier reinkommen, dass das ja alles ganz entspannt passiert. Ich muss auch sagen, die Kollegen haben sich schön verhalten. Da können sie froh sein. Ja, bin ja. Sagt, wenn der seine Waffe runter will. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Ja, hoffentlich. Ei, ei, ei. Ihr Kollege hatte Informationen. Er hat gesagt, da ist MEV drin in dem Fahrzeug. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass heute Abend geplant war, MEV zu transportieren. Ja, ja. Das haben sie halt vorher gesagt. Sie wissen von nix. Wenn sie auch sagen können, weil an dem sind wir gar nicht interessiert. Ja, ich wurde vorhin nur gefragt, ob was in den LKWs drin ist oder nicht. Und meine Information bis dahin war, dass nichts drin ist. Okay, ne, weil der andere meinte, da wurde schon MEV eingeladen. Alles Gute. Nicht, dass ich wüsste. Und ich hatte ja auch im Funk nachgefragt. Ich war ja der, der im PD-Funk war. Ja, ja, klar. Wie gesagt, in dem sind wir gar nicht interessiert, dass es gar nicht in unserer Auswahl. Was sind Sie denn interessiert? Schau mal dann, was da ist. Wenn nix da ist, dann wissen wir, dass er irgendwie gelogen hat mit dem Transport und alles halt problematisch hier drin. Dann wird es ja ganz schön heiß. Dann wissen wir, dass ihre Kollegen gelogen haben. Wissen Sie? Wenn wir da nichts mehr finden, was wir brauchen. Ja, ja. Dann schauen wir uns das mal. Was sind sie erst, Marsche? Welchen Rang haben sie? Weiß ich nicht, ob das hier so zur Sache beiträgt. Ich würde es ja gerne wissen, damit ich weiß, mit wem ich hier rede. Ja, noch nicht so weit hoch. Noch neu? Ja, relativ. Relativ. Das würde ich sagen, wenn ich auch bei den Marsches wäre und ein höheres Tier wäre. Dann würde ich genau dasselbe sagen, wie sie gerade. Ja, aber da haben sie leider den Fallschirm. Das kann ich Ihnen versichern. Natürlich. Ja. Ja, gucken wir mal. Wissen Sie, ich war noch Rookie bis vor einer Woche. Wahnsinn. Okay. Was waren sie davor, bevor sie Rookie waren? Äh, Rekrut. Und da vorarbeitslos. Ja, wo ist da hin? Wir sind da drin, hallo. Ähm, kommst du mit runter? Wir kommen runter. Mit dem anderen, mit deinem Geisel, genau. Ach, das ist ja okay. Habt ihr den schon durchgesucht, was er dabei hat? Er hat Karten genommen erst mal. Achso. So gut. Gut. Geht so vor? Weiß nicht, was lang geht. Weiß auch nicht, was lang geht. Ich soll ja vorgehen. Ich geh nur den Weg zum Knast. Perfekt, ja. Keine Ahnung. Das hat sich aus dem Nader, außer Warten. Perfekt. Ja, gucken wir mal, was da drin ist. Einmal hinten an die Wand stellen. Mit dem Gesicht zur Wand. Dann kommen wir da nicht ran. Scheiße. Dann muss er es uns rausgeben. Er muss rausgeben. Wir haben gar nichts gemacht. Gut, was wollen sie haben? Alles. Das KZ hat sich auch schon gefragt. Was geht kursch? Das steckt man, die waren auch interessiert. Alles, was man... Genau. Alles, was man großen Mengen haben kann. Richtig. Vielleicht noch eine Ladung mehr. Perfekt. Die haben sie weggebracht, haben sie gesagt. Du weißt, was da was drin ist. Dankeschön. Naja, die wollten es wegkriegen. 213.000. Schwarzgeld. Bitte? 213.000 Schwarzgeld. Haben sie sicher nicht mehr? Schwarzgeld habe ich nicht mehr. Das ist alles, was dran ist. Ganz sicher. Ganz hundertprozentig sicher. Zu hundertprozentig sicher. Schwere auf meine Mutter. Wir sehen das ja hier. Alles gut. Dann hast du deine Mutter schwört, ja. Okay. Warte, dann... Dann... Warte. Was darfst du uns zu sagen? Kusch. Ja. Nichts davon drin, dann. Nichts. Dann haben wir uns angelogen. Wie nichts davon drin? Ich habe sie nicht angelogen. Nee, dann ist das weg oder prozentig, natürlich. Dann ist das schon in den LKWs, Alter. Ja, dann ist das in den LKWs. Dann wollen wir belogen. Jetzt wird es aber ganz schön heiß hier drin. Gut, vielleicht ist das für das eine geifelst. Ja, hätte ich auch gesagt. Außer der klärt das jetzt auch auf die Schnelle. Ich gebe die Schnelle. Was, jetzt gehen wir mal kurz auf die Seite? Dann, ähm, haben Sie ein Funkgerät? Das hinten ist easy. Ich habe Kabelbinden an. Warte, ich tue es so kurz und schaue, ob Sie im Funkgerät haben. Dann sind Sie Ihre Kulärung gelogen. Jetzt sitzt Sie ganz schön heiß hier drin. Aber ich mache ihn mal hier. 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 Ja, mach ihn mal kurz. Ich habe ihn mal durch. Was das soll? Oder es kuschelt. Parkhaus hier oben? Dass Sie uns den ja nicht mehr an. Ja, komm. Aber ich werde, wie gesagt, ich werde dafür, dass es ein geiles Schiffen ist. Parkhaus rechts ist der Treppe. Kurz, break, 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 Victor Levin im Funk. Äh, nein, also warten kann man es nicht. Äh, da die ja so warten kann man es so leer ist, es soll jetzt eine Geisel sterben. Wo ist das ganze Kuscheln? Es kann nicht sein, dass da kein Kuscheln ist. Die sind, die sind, die sind, es ist zu verdächtigt. Sollen die LKWs zerbinden weg. Sollen die LKWs zerbinden. Sollen die LKWs kommen jetzt zurück. Gebt, gebt, gebt. Da gibt keinen Sinn, da haben Sie es schon verlauten. Eben, haben Sie es uns angelogen. Wie gesagt, ich werde dafür, dass es eine Geisel stirbt. So, warte, ich rede jetzt mit denen draußen, mach denen jetzt nochmal eine Ansage. Wolf, kannst du mitkommen? Wo bist du? Ich gehe wieder nach vorne hin. Na ja. Und? Warten Sie kurz. Sie reden grad. Bin da. Soll ich das so weitergeben? Warte, ich fahr grad hin. Ja, hau uns raus. Warten Sie kurz. Das kann da nicht weg sein. Das kann nicht weg sein, ne. Wir können doch selber forschen. Der, der, der LKW-Konvoi, der, der hat heute nur dem Meth gedient. Krass, ich habe es nicht ausgeschrieben. Das wurde die letzten Tage schon weggebracht. Ach, und Sie haben nicht in den letzten Tagen mindestens ein Kusch bekommen? Sie müssen den Kusch eingenommen haben, komm, forschen können wir uns selbst. Laut, äh, dem PIDILER heißt es, dass Sie kein Kusch haben. Wann wurde das Kusch weggebracht? Das wurde anscheinend an Tagen vorher weggebracht und heute soll nur ein Mess passieren. Haben Sie Juwelen? Ja, es ist, es ist zu verdächtig, dass in den letzten zwei Wochen keiner... Können wir nicht erzählen, dass Sie in den letzten zwei Wochen kein einziger Anbauer entdeckt worden ist und nichts eingelagert worden ist. Was hast du da noch drin? Juwelen, was anderes, Juwelen, Diamant-Boxen, vor zwei Wochen das letzte Mal. Tja, kommen Sie uns doch nicht erklären, dass Sie jetzt... Nee, das geht nicht. Da werden wir hart verarscht gerade. Arsch. Vor zwei Wochen sollten die anscheinend das letzte Mal das Zeug... Ey, die sollen, pass mal, für euch, ich rede jetzt von außen mit denen. Pass mal auf, entweder, die bringen jetzt die LKWs her oder bringen uns jetzt das vorbei, was wir wollen, oder ihr bringen jetzt gleich ganz schön unangenehm. Ja. Geben Sie das mal durch. Kurz, Break, Break, Victor Levin wieder, Break, bitte Break. Ihr sollt die LKWs herhauen und alles, was in den LKWs drin ist, an denen gehen Sie den Stiftelgeisel. Sie sollen das, sie sollen das herbringen, was wir wollten. Sie sollen das, ihr sollt das herbringen, was die Geiselnehmer wollen. Was wollen sie? Kurs und Schwarzgeld. Kurs und Schwarzgeld. Und das ist nicht da. Und die... Die wollen mir jetzt nicht erklären, dass verletzt... Aber warte, warte, bevor wir weitermachen. Sind Juwelen drin, haben Sie Juwelen da? Ja. Wie viel? Dann geben Sie uns die auch raus. Vielleicht finden wir einen Kompromiss, wenn Sie Juwelen genug da haben, dann machen wir... 1.899 Juwelen. Einmal alles geben. Einmal raus. Dann geben Sie mal das her. Und das, dann wollen wir noch das Kusch haben und dann... Habt ihr Goldbarren oder was? Die sollen diesen Drecks LKW herbringen. Sonst wären wir hier gleich ganz unangenehm. Ihr werdet doch wohl sonst noch irgendwas haben, was wir uns geben können. Ja, bis jetzt ist es. Also Goldbarren oder irgendwas. Geben die Juwelen. Alles, was man mehrfach tragen, kann einfach rausgeben. Dankeschön. Nochmal. Was hast du mehrfach getrackt bei Wannes? Knapp 20.000 Messer, aber es wird halt schwierig. Man kann ja noch 30 Stück, glaube ich. Ja. Ja, Hauptsache davon 20.000 haben. Dann sagen die auch noch, die machen Merv-Transport und das ganze Kusch ist weg. Ja, das glaube ich Ihnen sicher. Ja, zwei Wochen vorher. Wir kommen, die verarschen. Nein, nein, die verarschen uns. Sie verarschen uns. Ist halt traurig, weil ich hab doch gesagt, sobald wir hier runtergehen, werden wir das sehen, ob die uns verarschen. Wir sehen das ja, sobald wir unten sind. Aber Kusch wurde hauptsächlich verbrannt in der letzten Zeit. Es wurde nicht geerntet, wenn wir es gefunden haben. Keine Diamanten. Ja, ja, natürlich. Aber ich kann Ihnen sagen, dass was ich weiß, ist, dass Merv heute transportiert wird und dafür schwöre ich auf meine Mutter. Und die ausstelle ich das nicht machen, weil ich ein Stück Merv finde, ein Stück Kusch finde im LKW. Ja, aber das ist das, was ich weiß. Ich weiß nicht, dass man das Kusch heute transportiert wird. Ja, 1099, die Juwille haben wir jetzt bekommen, 22.000 Diamantboxen und halt eben diese 200.000 Schwarzgeld. Ey, pass mal auf, der schwört, pass mal auf, der schwört auf seine Mutter. Einmal kurz für euch. Der Kopf meinte zu mir, dass der jetzt anscheinend am Klären ist. Das hab ich vergessen. Ja, haben sie, hab ich, kurz, jetzt hat sich hab ich jetzt bekommen. Zur Info, wir haben dann Marshall, der schwört auf seine Mutter, dass nur Merv im Transporter drin ist. Das hab ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass ich da nur davon weiß, dass heute Merv transportiert werden sollte. Wettet ihr, er weiß davon, dass nur Merv transportiert werden soll? Ja, hauen Sie raus, es ist noch alles drin. Ja, wo ist denn das ganze Merv? Nein, nein, das Merv ist ja noch da, sind noch 20 Stück drin. Äh, 20.000. Das Kusch ist weg. Wenn wir, schau mal, wir könnten, weißt du was auch sein könnte, wie wir reingestürmen sind, ist vielleicht irgendeiner runtergegangen, hat das ganze Kusch mitgenommen, ist rausgelaufen. Ja, eben, das meine ich, deshalb mach ich hier gerade drück, dass die Person zu sehen sollen, die das Kusch genommen hat. Dass da kein einziges Gramm Kusch drin ist, das kaufe ich denen nicht ab. Eben. Da stimmen wir es nicht, wir haben verarscht. 200.000 Schwarzgeld sind lachhaft. Ja, ist da auch schon los. Wie viele Jubeln habt ihr? 1.800 990. Ja, ja. Kusch ist hier, alles... Ah, ist doch noch da, alles gut. Ja, es ist ganz unten in den Kissen gewesen. Aha, ja, ich dachte, es wird da ruhig hier. Wie viel haben wir denn? Wie viel haben wir denn? 141. Und er stirbt auf seine Mutter, oder was, was soll denn das? Bitteschön. Also ich würde, Geisel stirbt. Wir haben es jetzt 941 Kusch ab. So, ich kann's jetzt noch weiter schauen, ob vielleicht uns. Schauen wir noch weiter. Irgendein Stil von uns soll hochgehen zu irgendjemandem vorne. Dann soll ich, ich bin vorne hoch. Das ist gut. Äh. Äh, bist du hier nochmal raus? Okay, perfekt. Ja, wenn man röst, ja. Waffen? Nee. Ganz viele Waffen sind hier drin. Oh, doch, ne Golden One hätte ich gerne. Das ist genau die Einzige, die nicht drin ist. Das stimmt sogar, das weiß ich vom Let's Dream, dass die nicht drin ist. Das weiß ich vom Let's Dream, dass die nicht drin ist. Das ist auch golden. Das weiß ich sogar, dass die nicht drin ist. Der ist auch golden. Ja. Wollen Sie den haben? Ja, ich glaube, der heißt so. Es ist aber nicht die Golden One vom Cassino. Also, Revolver ist auch gut. Was habt ihr noch drin? Meine Tür gegen seinen Autos zu schlagen. Die Dame. Ja. Zwar hat man ein bisschen, bis das hier fertig ist und dann geht's los, aber es ist ja trotzdem, die Ausbeute an sich ist jetzt nicht, äh, ich bin allein im Auto, ich bin hier einfach nur zu verhandeln. Ich sag mal, das ist jetzt nicht so das Beste, dass wir irgendwas bekommen haben, weil wir schon mal bessere Sachen gehabt haben. Aber es geht um den Spaß, muss ich euch ehrlich sagen, geht auch um den Spaß, aber wäre schon schön gewesen, wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Ja. Aber er macht's einfach, ich bin ganz entspannt. Wie viele Spielchips? Bitte? Wie viele Spielchips? Sechs Stück. Ach, nee, dann. Sechs Stück Spielchips. Low-Chim-Mitgliedskarte, Milch, NOS, NOS. Interessant vielleicht. Wie viel? Zweiundachzig Stück. Sechs Stück Spielchips. Wollen wir ein leichter? Ich glaub, man kann nur zwei, drei. Ah, wobei, warum sollten die auch Spielchips abnehmen? Na gut, das macht auch Sinn. Das macht auch Sinn. Na gut, da hab ich nichts gesagt. Wenn ich nichts gesagt, dann, na gut, das ist... Haben sie nicht zu viel zum Umsprechen. Wie gesagt, ähm, ich habe jetzt auch mal mit dem gesprochen, er meinte, er gibt alles treu gewesen weiter. Der unten muss auch jegliche Wahrheit sagen. Das hat dieser, keine Ahnung, Street gemeint. Ich hoffe, dass er sie Wahrheit sagt, wenn ich aber mal umgelegen. Und wir haben alles jetzt bekommen, was wirklich da ist. Sie haben sich vielleicht das? Äh, das ist jetzt... Ich geb's dir gleich. Ja, aber dann nehmen wir doch nochmal hier wenigstens das Mef mit. Wenn wir noch alle das mit einpacken. Wir haben 941 Kusch, wir haben 1899, äh, Juwelen und wir haben 200.000, ich glaub... Äh, wo sind wir stehen? Ja, schwarz, kann man noch? Ja, schwarz, kann man noch? Ja, schwarz, kann man noch? Guck, wie ich das Ding jetzt schon mitnehme. Äh, 941 und 213 und 14.000 schwarz, gell. Ich glaube, du kannst auch nur eins fallen. Ne, ich hab gerade alle 19 bei mir. Achso. Gibt's ihn denn? Was ist denn, die waren 19.000? Und ihr habt alle Boxen und so mit dem Typen, ihr habt jetzt drei, das ist ja nichts anderes. Wir haben, wir haben alles, äh, gemacht. In den LKWs ist es gar nicht. Was ist mit Emeralds? Galaxy S8 einfach einfach ein Kupfer. Haben ein Kupfer, eins. Wollen sie haben? Nein. Ich hoffe einfach, dass wir die Dings kriegen, die... Reapel, Schweinfeld. Diamantbocker, Reapel, es wird schon eine gute Ausgabe sein, wenn wir mal gucken. Aber es ist halt, also das Kulsch hätte am meisten, Kulsch hätte durch die meisten ausgemacht. Kulsch wäre am meisten, glaube ich, gewesen, von allen Sachen. Aber jetzt warten wir halt mal ab. Reapel, Ferngas, Beinschiene, Bandage, Armschiene, Fontäne, Kajotenpelz, Brief. Und ab, da kommen halt alle Waffen. Ja, alles gut, das passt so weit. Wir sind hier unten fertig. Aber wir warten echt keine Golden One drin. No, hoffentlich sind wir jetzt auch fertig. Keine Golden One. Ich hab noch alles davon. Oh Mann. Golden One ist da keine drinnen, weil... Ja, komm, lass, passt so. Klar, das hätte ich gern wieder gehabt. Ja, weh, ich nehm immer das... Ich nehm immer das Funkgerät ab, ne? Alles klar. So, mach das Funkgerät weg. Und, ja. Mach's Kabelbinder dran. Ja, mach mal Kabel. Genau, perfekt. Mach mal Kabel drinnen dran. Die Kabelbinder oder was? Einmal hier, hinten Kabelbinder. Mhm. Perfekt, dann können sie mal mehr kommen. Wieder hoch. Auf geht's. Ein Vorlauf. Ich weiß nicht, dass das mit dem Kusch falsch rüberkommt. Ich hab das wirklich nicht gesehen am Anfang. Alles gut. Alles gut, deshalb gehen wir das detailliert hin. Wenn sie wüssten, wie die Asservatenkammer funktioniert, dann würden sie mich verstehen. Alles gut. Im Endeffekt, wir haben es jetzt noch bekommen. Es wurde alles geklärt mit ihrem Vorgesetzten und Gutes. Ich geh nochmal vor. Ja, 1.000 neuer Juwelen ist super. Da können wir nicht drüber reden, das passt. Wir hatten letztes Mal auch einen guten Deal gehabt, aber da war halt so viel kuscht. Ich glaub, was war das? 30.000 oder so? Hat der jetzt noch Kabelbinder an? Der hat Kabelbinder an. Perfekt. Weil er vorhin gefunkt hat. Ja, unten hatten wir keinen angelegt. Okay. Warten wir hier mal. Ich kenne nichts, ich kenne nichts, was so schön ist wie du. Warum hab ich jetzt wieder ein Ohrbuch von diesem Lied, Alter? Ich kenne nichts. Aber ich möchte jetzt hier im Feindeljahr vorgehen. Ich kenne nichts, was so schön ist wie du. Jo. Dann warte mal. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der Heli richtig landet. Und dann haben wir es eigentlich geschafft. Also mehr ist er nicht mehr. Dann haben wir den Heli. Dann kommen wir weg. Und ich hab gesagt, wenn drauf geschossen wird, haben wir ein Problem. Ja. Und dann war's das. Bin wieder da. Du hast aber eh einen Fallschirm, wenn wir rausspringen sollten. Ich hab sonst, falls einer, der im Heli ist oder sein soll, keiner keinen hat, hab ich einen. Ich schalte jetzt in der Werbung, dass die mal herkommen sollten. Schreib einfach an. Dispatch anonym oder so. Wo oder so. Wo geht das eigentlich schon? Schreibt einer bitte von euch einen Dispatch, dass wir reden wollen. Also ich mach den Dispatch hier nicht. Ich stehe jetzt hier unten gerne vorne ohne Waffe am Handy. Leute, wenn ihr es raus wollt, dann... Dann bald. Wenn ihr es raus wollt, dann bald einmal. Die Pizzeria knackt jetzt die LKWs vorne und flüchtet mit den Zugmaschinen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was haben wir für einen Lack? Also der Waisel läuft jetzt gerade rüber zu den Zugmaschinen. Die knacken jetzt die Zugmaschinen und tauchen mir die Teile ab. Müssen wir jetzt gucken, dass er schnell hin haut. Ist der Parkplatz beim Pizzeria frei? Einigermaßen, oder? Ja, nur der Uru. Soll ich schon mal anfliegen? Von mir aus ja. Gut. Ich mach mich auf den Weg. Wenn ihr da rum im Sturzflug kommt. Geil. Dann sind wir gleich. Dann muss der Sturzflug hin. Die Junges. Der Geisel geht es eh noch gut, oder? Ja. Also wenn sie was zu trinken oder essen brauchen, einfach sagen. Ja, alles gut. Dann gehen wir das auch hin. Aber wir waren schon angenehm, oder? Wie bitte? Wir waren doch angenehm, oder? Ja. Wir werden sie uns bewerten. Google-Bewertung. Fünf von fünf Sternen? Ja, schon. Schon so von der Härtlichkeit her. Ich mein, unten war es dann ganz kurz ein bisschen heiß, wo wir es uns verlegt haben. Ich würde schon sagen, gastfreundschaftlich. Ja, gastfreundschaftlich auf jeden Fall. Also Sie können froh sein, dass Sie, also Sie haben auf Ihre Mutter gesprochen. Habt ihr auch ruhig alle Fallschirme? Die Person mit der Beute? Ich bin im Urus. Mit der Beute? Das ist schlecht. Gib mir den. Ja, gib den jemanden, der im Heli ist. Ich hab's Zeit. Kommst du nach vorne? Gib alles, gib alles der Person, die im Heli ist. Also die sich mit in den Heli setzt. Komm zu mir bitte nach vorne. Bist nicht sicher, wenn du reinkommst. Wir sind's dann gleich, ne? So, Abflug und dann weg da. Gott, ich geb dir das Zeug grad schnell. Gott, ist das ein Theater. Weißt du, die Pizzeria knackt einfach auf, währenddessen wir hier den Dings haben. Alles klar. Perfekt. So. Sollen wir gleich durchstarten? Mh, sobald wir's okay von draußen kriegen. Perfekt, dann starten wir durch. Ich lass dich draußen los, wenn's okay ist, ja? Ja, alles Gott, solange ich losgelassen werde. Natürlich. Und wenn du das lieber ist, wenn du lieber in dem Auto sitzen willst, gib mir den wieder. Habt ihr die Beute übergeben an eine Person, die im Heli sitzt? Positiv, ja. 22.17 Uhr würden wir abfahren hier. Wir übergeben die Geisen, den Ding, den WM-Urus um... Um 22.17 Uhr. Alles klar, also 100% Beute sind beim Kollegen am Ehen. 100% ist alles gesichert. Perfekt. Ey, die sollen doch nicht oben mit der Ding stehen. Weil ich ganz... Stehen sich doch... Ey die steigen in den LKW ein. Jawoll. Ja. Die steigen ein. Geil. Die fahren grad los. Die fahren los. Oh mein. Und die Cops checken es nicht. Nein. Die Cops haben es nicht gecheckt. Der LKW fällt einfach weg. LKW. Was? Das ist ein. Oh mein Gott. Die müssen dann abgeben, ne? Ich gehe gerade mal ab. In der Zwischenzeit holen sie sich die LKWs. Die richtigen Gewinner sind, ist jetzt die Mafia, Alter. Die hat jetzt grad die LKWs geklaut. Das ist doch nicht sein Ernst, oder? Das gibt es doch nicht. Und schau mal, keine bewacht die LKWs. Den ist das scheißegal. Die bewacht keiner. Ne, da stand halt niemand von denen. Oh mein Gott. Doppelt gemoppelt. Oh, die Armen. Aufpassen, die stehen da oben auf dem Dach, ne? Beim Templer Hotel. Genau, zwei Minuten geht's los. Wir werden euch beide vorne rauslassen. Und, äh, dann... Ach so, der Flieser haben wir jetzt. Pack die Langlofen weg. Pack die, ja. Pack die weg. Komm, geh zum Auto hinten. Und, wo das... Äh, einer von... Ich bitte nimm auch den anderen. Liegst du mit? Oder ist das der andere? Hast... Hat einer von euch ne Glock? Du, hier. Hast du ne Glock? Ach ja. Ja. Du, ob du ne Glock hast. Dann nimmst du den bitte, wie, äh... Ach, Mensch, von hinten. Mit dem, äh, Marsch. Nimmst du den bitte, den, äh, anderen? So. Der LKW ist sicher weg. Den hat die Mafia. Dann, ich guck jetzt auf, wegen dem Auftanken. Wirklich. Ja, zur Wolle, was der Puzzig ist. Oh, Gott. Ey, was ist jetzt mit der R1? Die haben... Ey, die haben hier doch wen auf dem Dach abgesetzt. Hundertprozentig. Ja, aber die haben keinen Sprit mehr. Das heißt, die können nicht in der... Die haben nicht so lange Sprit. Wir sind vorne. Ja, aber die sind da oben mit dem... Da hat 100% abgesetzt. Ach du? Die R1 ist in der Luft. Ja, aber was sollen die machen? Äh, du bist bei uns, oder? Ne, ich... Was? Du fliegst mehr? Ja, die beiden hier fliegen. Ah, shit. Ne, die R1 ist ja wohl in der Luft. Guck. Ja, R1 ist in der Luft. Dann, äh... Die soll fliegen. Ne, legst du den einfach... Ja, legst den einfach so weg. Aber der macht schon mal den Motor an von dem Ding hier. Ist wieder schneller so... Ja, aber der geht's nicht, oder? Ja, jetzt schon mal den Motor anmachen. Du auf die anderen Seite. Soll ja gleich losgehen. Steigt der schon mal ohne Geist. Wo bei mir mitfahrt ein... Dann kann sie dann nach hinten rein, ja. Okay, dann geht's los, ja. Ja, da zu deinem Kollegen kannst du rennen. Okay. Aber renn nicht in den Rotorren, das wäre ja jammerschade. Genau. Dann lass ich jetzt los, ne? Man sieht, wärst du da, oder? Genau. Äh? Hast du ein Fallschirm? Ihr fliegt los. Wir haben alle Fallschirme. Hoch. Okay. Los. Geht weg vom Dach. Geht weg vom Dach. Geht weg vom Dach. Geht weg vom Dach. Hier vorne sind wir dran. So, ich würd... Für dich, in der Ohren sind jemand seitlich drinnen. Ich würd jetzt ein nach der Reihe... Jeder nach der Reihe soll halt aussteigen dann irgendwann, ne? Ja. Punkt mal bitte mit Edin und Wolfi, dass ihr einen Ort abmacht, wo ihr abspringt und bladet. Wo springt der erst? Der erst? Ich glaub's denn das ist, oder? Ja, mach du. Du springst als erstes. Ich will nicht der Erste sein, weil ich die Beute habe. Genau, der mit der Beute springt in der Mitte ab am besten. Einer muss funken. Ich kann nicht funken beim Fliegen. Ja, dann mach aus. Der, der jetzt als erstes springt, ausmachen. Ohne Beute, bitte. Äh, ich würde zuerst springen. Wo stand das? Mach nur die Beute, oder? Der, der mit der Beute springt, der zu zweitens. Da wird sonst nicht sauer für dich. Ja, sonst springt der mit der Beute ohne Abholung, weil wir haben nur eine Abholung unten, oder? Dann schick die Nummer 1 bitte dem Handy. Wie viele Leute können abholen? Ah, ich kann schlecht mit Standorte. Ich auch gerade bei dem holen ab. Wenn zwei Leute nicht abholen könnten, würde ich sagen, wir springen gleichzeitig raus. Du kannst uns in der 1 in Kondo. Ah, in unseren Heli. Ey, wobei, ich hab ne Idee. Äh, wobei das sind Schlüssel und ich glaube, ist scheiße. Da wäre nämlich ein Auto bestanden. Na, ich hab, kann ich wissen. Wer ist der mit der Beute im Heli? Und dieses Handy in Standort ihm. Hint. 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 Was? Ja. Der hat noch zwei Sitzer. Weil dann die anderen sind egal, die holen sich jetzt mit der Abholung so hoch. Flieg nie so tief. Flieg höher. Flieg höher, weißt du warum? Wenn du Kopfschmerzen hast, kann ich noch helfen, weißt du? Es wird irgendwas passieren. Ja stimmt. Immer hochfliegen und schauen, dass du dann nicht so tief bist. Und vor allem auch wegen einem Fallschirm viel besser. Krass, das wäre jetzt so geil, wenn die abstürzen würden. Ne, weil das ist mir einmal zusammen mit Freddy passiert, weil wir tief geflogen sind. Immer ganz weit oben fliegen, weil dann kann ich rüber rutschen. Wenn ich irgendwie sehen solltest, was sich passt. Ja. Also schön an links gewinnen. Alter, ist das spannend. Das ist so spannend. Wir sind schon mal draußen aus PD. Bist du rechts oder links? Ah, ich bin rechts. Das Wort ist durch bei der Baustelle beim alten einzelnen Team anwesend aufzubringen. Natürlich, ich bin dann noch ein bisschen am Höhe. Jetzt. Okay, der Bait geht. Ich stehe genau. Ich hab markiert. Da ist jetzt, da ist jetzt dein Abwurf für den... Peter, wie sieht der aus bei dir? Wir haben noch... Wir sind noch in der Flucht. Ist das jetzt Beute drüben? Ja. Ja, okay. Wo fahrt der lang? Wo genau am Standort sitzt du? Ähm... Aber sei vorsichtig wegen den Bäumen. Ich bin ganz echt gut mit dem in der Städte steigen geklackert. Raus, raus, raus. Sind nicht so wendig, die wir hinter uns haben. Bleiben genau am Standort. So, dann komm du jetzt bitte eh den an. Mach den Standort aus. Ja, ich hab ein Auto wo stehen, wenn ich's schaffe. So. Äh, sollte am Parkplatz sein. Da sollte ein Auto stehen. Welche? Ja, das pinke Auto von vorhin. In Sandy? Ja, in Sandy. Fink mal drüber, vielleicht steht's da. Ich soll's hinbekommen, was da steht. Ist ja auch noch da, ich seh sie nicht. Ich kann gucken, ob das auch noch da steht, weil es ist von vorhin. Ich flieg ein bisschen lower. Also, wie er worden verfolgt, immer noch den ersten Absprung, ne? Perfekt, verfolgen wir es. Weitere mal, habt ihr noch ein Auto unter euch? Äh, aber geht nicht mal was mehr? Ja, steht noch da, steht noch da. Bisschen höher, ich spring dann hier ab. Ja, Bruder. Ich kann hier landen. Guck mal, die Beute ist sicher. Super. Soll ich nicht mit dem Fahrschirm, geht das so? Ne, ne, alles gut. Okay, aber wenn jetzt da Polizei kommt, haben wir ein Problem. Ich bin grad hinter denen. Ja, ich hab's grad gesehen. Langsam, langsam, das ist nicht ne Treppe. Einen kleinen, äh... Pass auf, pass auf. Du steig jetzt aus, gell? Perfekt. Ja. Ich hol mal meinen U-Wass. Dann helf ich euch. Mein Helikopter ist der, ich geh den loswerden. Kannst du mich verarschen? Wir sind insgesamt drei Einheiten enttäuscht. Ich muss jetzt mich ganz schlimm verstecken. Aber es hat funktioniert! Es hat funktioniert! Ich bin free! Ich bin free! Ich bin free! Und das Auto stand noch da von vorhin. Ich bin so glücklich. So, okay. Ich muss mal gucken, dass ich das Ding... Die Waffe loswerden. Ich muss ganz schön umziehen gehen. Zuerst hier fahren zu unserem Haus. Ganz entspannter Rino. Puh! Alter! Oh mein Gott! Heute ist sicher. Das heißt, wir haben heute wirklich gegrindet für den Ferrari. Alter, mein Puls war so hoch gerade. Ich schwöre. Ich hab so geschwitzt. Ich musste nicht mal mein Fallschirm benutzen. Ich war jetzt richtig safe. War gerade safe seit einem Urgroßfaller war ich gerade. Oh mein Gott! Wurde ich fast schnell drüben umziehen hier. Das kann ich auch schon machen. Also ich muss sagen, wir waren jetzt echt schnell unterwegs mit dem Ding. Echt schnell. Okay, habt ihr ja Standortgeschutz. Standortbeutel. Aber der hat planen da relativ... Ich muss sagen, mit dem Helikopter. Ich hab jemanden nehmen raus und ich bin Beute-Bauzeuge. Ich muss kein Standortschicker. Der hat ja aufgeflogen mit der Beute. Was? Was? Nix. Ihr habt die Beute. Warum planiert keiner mit dem Holz? Achso. Wir waren den Standortschicker für Abholung. Wir gleich. Warte mal kurz. Alter Schwel. Leute, lassen wir mal noch mal einen fetten Like haben da. Scoopies-Effektion, Leute. Alter, war das geil. Hau dir mal drauf. Oh. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Okay, danke. So, Vince. Bist du am Flughafen? Ja. Meine Kaffe wurde geklaut. Ich hol dich ab. In der Nähe. Bin sofort da. Ach komm. Flo, schick mir einen Standort. Oder hast du einen Vince geschickt? Ich bin safe, Alter. Ich bin safe. Ich bin komplett safe, Bruder. Ich bin komplett safe, Bruder. Die Waffen leg ich hier noch rein. Versteck dich. Ich bin auf dem Weg. Puh. Ich bin safe, Jungs und Mädels. Ich bin sowas von safe. Sowas von... Und den Cops hab ich auch nochmal Sachen abgenommen. Guck mal, was ich denn alles abgenommen hab. Ah, ja. Jaas. Geil. Vor mich stellt sich ein Cops. Er so. Er so. Er so. Er so. Ich hab den Urus. Ich bin ein anderer Urus. Er so. Ah, okay. Anderer Urus. Hat dir das jetzt abgekauft, oder was? Aber der könnte hier drauf kommen, dass du weißt, wer da drin war. Ich wollte nicht grad fahren, wenn du schon von dir hast. Machst du mich da andere? Ja, ich weiß. Ohne. Bist du auf dem Flugfeld? Ich könnte jetzt abholen, ne? Ich wär jetzt bereit. Für Abholung. Ah, warte. Ich hol euch alle gleich ab. Also ich mein, ich kann euch abholen. Beeil dich bitte, Edin. Wie lang brauchst du? Auf dem Weg, Tigi. Bist du am Flughafen? Komm rein. Ja, auf dem Flugfeld und hinten. Wir sind Cops. Also wir sind safe. Der erste Abgesprungene. Wir könnten jetzt auch wieder eingreifen. Kurs bitte ab. Oh. Ich schick dir den Standort hin. So muss ich halt beim Bootsableger geholt werden. So, wo, wo seid ihr am Flughafen, Vincent? Ich bin mitten auf dem Flugfeld. 100 Meter vor dem Hangar. Ich seh dich, ich seh dich. Ei, ei, ei. Wo muss ich lang? Ey, wir haben das gerippt. Komm. Wir haben das Ding gerippt. Wir haben ihn auseinander genommen. Auf ehrenhafte Art und Weise. Ohne einen Schuss zu wechseln, Leute. Boah, ich... Ich hätte aber... Ich war echt... Ich war kurz zum Überlegen. Sollen wir jetzt einen hinrichten? Als die gesagt haben, kein Kusch drin. Alter, ich schwöre. Ich hab... Wir haben... Ich hab wirklich überlegt. Sollen wir jetzt machen? Sollen wir durchziehen? Geil. Geil, 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 ey. Wirklich. So geil. Soll ich dich da auftanken? Äh, derzeit ja. Ist jetzt in dem Urus unterhalb, äh, unter Unterführung. Ach, bestes Auto, ihr wisst. Aber ey, das... Ich muss dann die Mafia anrufen und fragen, was die da drin gefunden haben. Also sollten die da... Sollten die da Kusch gefunden haben, dann wissen wir Bescheid. Äh, die haben jetzt ordentlich Kopf am Arsch gerade. Okay, es ist aber nicht vorbei. Es sind normal Cops da, die hinterher sind. Müssen wir gucken. Müssen die Beute safe wegbringen. Richtig und wichtig, Leute. Richtig und wichtig. Ey, das ist so krank. Dass das funktioniert hat. Ich hab gedacht, das geht so in die Hoss. Auch wenn wir den Rubbel los. Aber wir haben den Rubbel los heute dagegen gestemmt. Aber volle Kanne. So. Ey, dass das funktioniert hat. Danke nochmal an Livia für das schöne Auto. Das hat mir nämlich jetzt gerade auch irgendwie bei einem Plan den Popo gerettet, weil das keiner mitgenommen hat. Ich frag mich, warum das keiner mitgenommen hat, das Auto. Ist ja so schön. Wo ist der Blitzer? So, ich bin jetzt vollgetankt in einem zivilen SUV. Also, wenn noch eine Abholung braucht, bitte sagen. Ich hör auch noch da, falls jemand abgeholt werden muss. Lassen wir da grüße und nicht warten, warum für Abholung mag ich den Standort geschickt. Ist das am Bootsanleger? Korrekt. Ja, dann fahr ich da schon hin. Bootsanleger im Autohaus, aber auf diesem kleinen Stückchen dahin. Jawohl, ich bin unterwegs. Modino ab. Mit dem Q7. Ich darf sagen, werden alle weg sein. Alle, was jetzt da dabei waren, auch mal Bittermann weg. Was ein halbes Waffenlager hinten drin hat. Wenn ein halbes Waffenlager hinten drin. Ey, ist das geil, dass das gefuntelt hat. Wir werden so happy. Wir mussten auch mal wieder irgendwas machen. Aber ey, das machen wir jetzt jedes Mal, wenn jemand begraben wird. Gibt es einen... Ich rufe mal schnell die Dings an. Hab ich noch von Dings das Teil? Äh, Toni Pomodori ist da. Toni Pomodori ist da. Ich bin ein ziviler Q7 bin ich. Entschuldigung, kann nichts dafür. Kann man sich nicht im Auto aus auch umziehen? Weiß ich nicht. Weh kommt vor oder war mal was? Ich glaube im Auto kannst du dich umziehen. Na gut dann. Bin ich mir sogar ganz sicher. Außer das jetzt wer. Weh kommt vor doch hinten. Geh mal nach hinten durch. Da kannst du dich umziehen. Probier mal. Da habe ich mich einmal umgezogen in meinem Leben. Das habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht, dass das ja eigentlich hier möglich ist. Ich habe die Treppe beim Auto kaputt gefahren. Ups. Ich wusste gar nicht, dass er die kaputt fahren kann. Guck mal. Die Abdrücke hier. Das ist wirklich ein Dings. Perfekt. Hallo. Hi. Sind jetzt alle geholt? Guten Tag. Wissen Sie ob ein Autohändler da ist? Ich klau sie, alle sind weg. Hallo? Hallo? Negativ weiß ich nicht. Wir waren nämlich gerade da, es ist keiner da. Ja. Lieber vielleicht beim Schauen. Du auch. Für mich auch nicht. Dass die die den LK wieder geklaut haben und das das SPD gerafft hat, das ist das Legende, Alter. Wir hatten da so komisch. Ich meinte, dass hier noch was drin war. Mhm. Willen wir weiterhelfen? Vielleicht. Warte. Okay. Nicht gut. Dann halt nicht. Ja, wenn er nicht möchte, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ne. Ja. Schon so suspicious der Typ da hinten, ne? Also ich weiß nicht, was wir gemacht haben. Wir wollten nur gucken, ob wir ein Auto kaufen können. Ja. Wollen Sie sich an das Auto erinnern? Wollen eventuell das so? Ja, ist doch nicht das Problem. Ich hab vorhin auch nichts gemacht. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Mit Livia im Auto. Ohne Scheiße. Das war so geil. Funktioniert. Mega. Alleine die Verhandlungen. Es war so geil. Es war so schön. Das war das erste Mal, dass ich eine Verhandlung geführt hab. Ach stimmt. Du hast ja verhandelt. Hat aber gut funktioniert, ne? Ja, ich verhand... Ich hab's das erste Mal gemacht. Es hat so schön funktioniert. Hätte ich nicht gedacht, aber ich hatte kein Vertrauen in Peter. Boah, Alter. Wie knapp das grad war mit dem Kommt dann, ne? Ich werde dich ein bisschen stolz auf mich. Voll. Verwesst du? Komm zum Grund. Weißt du was ich grad fühl? Ne, ne wir wurden abgeholt. Danke. Der hat 100% jetzt das Kennzeichen so durchgegangen. Ne, ne. Der hat halt nichts gefunden. Ja, alles gut. Danke dir trotzdem. Olivia. Der hat 100% jetzt nichts gefunden. Ich erinnert mich, dass wir mich damit ausgerufen haben wegen meinem Kennzeichen. Ich hab den Wagen noch nicht gefunden. Ich hab halt hinten ein komplettes Waffenarsenal, ne? Ja, der hat... Oh. Der hat... ...ehh... 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 Weißt du was, falls er mich durchsuchen möchte, so... ...dann... Ich hab ebenfalls ein halbes Waffenarsenal. Einfach mal schon heilen und dann... Hier wollte ich jetzt nicht abdrücken. Ich hab... Wie viele Funkgeräte hab ich eigentlich? Ich hab einen Polizeiausweis. Perfekt. Ich hab fünf... Ich hab 15 Funkgeräte. Und wie viele Handys hab ich? Fünf Handys. Geil. Fünf von fünf Handys. Ich fühl das. Ich hab auch drei Spike Strips mir gerippt, tatsächlich. Ja, die hab ich auch. Naja. Ich hab drei Spikes, ein Messer, eine MP5, eine Glock 17, eine 18, ein Brecheisen, Schlagstock, P90, M4, AOG, Taser, Schneeball. Schneeball. Politas, also drei Spike Strips. Ähh... Joa. Also ich hab ihn mir richtig schön rausgezogen. Somm, bitte halt mal beim Brunnen am On-Base sammeln. Dann parke ich den aber in die Garages und keiner sieht den Wagen. Naja... Aber er hat unter Boden... So auffällig. ...die ganze Zeit an uns geklebt hat, beim ersten der abgesprungen ist. Oh wirklich. Naja... 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 Perfekt. Also ich mach das ganze Arsenal hinten raus und dann lag ich das mal um. Naja... Naja... So sind wir mit. Dann... Lage ich das ein. Naja... Wir revenir... darker... Boah... Jetzt kommt Polizei und stürmt das ganze an. Naja... Naja... Ah... Gell... Naja... Das ganze Anwesen ist so eingestürmt und alles eingetreten. Naja... 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 Ah... Naja... Naja... Einlagern, einen Schlagstock, ein Brecheisen, eine 17 behalte ich, die Tekken 9 kommt rein, die M4, die AUG, ich finde das ist ein Fallschirm, passt, das passt, perfekt, jetzt habe ich nichts mehr illegales dabei. Eine Schrotflinte habe ich, die Sachen habe ich, perfekt. Alles wie es sein soll, supi. Oh bin ich froh, dass das geklebt hätte, nee. Frage habt ihr schon das Schwarzgeld gewaschen? Ja habe ich schon. Perfekt. Kommt doch mal bitte rauf zur Besprechung. Ich komme. Dann sind wir mal unterwegs, ab nach oben. Bin ich gespannt, sehr gespannt bin ich jetzt. Siehste, hat alles geklappt? Ich hätte es mir nicht gedacht, ich habe es mir nicht gedacht. Beim FBI Open Hub haben wir so... Hi. Mark? Ja? Du darfst einmal in die Mitte treten da jetzt. Okay. Weil ich jetzt gefeuert habe. Also, Mark, wir wollten uns bei dir nochmal bedanken. Du bist der Firmenkinder, du bist der Boss von der Firma. Wir wollten uns bedanken, dass wir alle Teil von der geilen Familie sein dürfen, von der geilen Firma sein dürfen. Oh. Dass du so bist wie du bist und dass einfach so ein geiler Zusammenhalt in der Firma herrscht. Aus dem Grund haben wir uns alle gemeinsam dazu entschlossen, dass die Beute heute an dich geht. Und wenn du das nächste Mal aufstehst, wird dein geliebter Ferrari auf dich warten. Okay, das muss ich jetzt nochmal verkraften, Alter. Erlebt das jetzt alles zusammen für den Ferrari. Ja, wir haben jetzt alle zusammen geredet und es hat jeder einzelne zugestimmt von uns. Das kann nicht so dastehen. Und ich glaube nächstes Mal... Alter. Ist jetzt blöd, weil jetzt können wir es nicht alles verkaufen, aber nächstes Mal, wenn du aufstehst, steht ein blau Detail Ferrari auf dich. Alter, ich... ich... oh mein Gott. Ihr seid... Ich muss jetzt bei jedem umarmen. Das ist... Das ist... Jetzt muss ich... Ähm... 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 Achso. Ich glaube... Ich bin sehr überfordert. Ich bin sehr überfordert gerade. Vielen, vielen Dank. Immer gerne. Es freut mich gerade. Oh. Es hat echt Spaß gemacht. Es geht auch um den Spaß heute. Das ist die Schönste. Es geht auch um den Spaß heute. Wir hatten heute so viel Spaß. Es hat alles so toll funktioniert. Ich habe eben schon gesagt, ich habe es richtig genossen. Mitten auf dem PD Parkplatz zu landen. Ja. Es war... es hat heute alles so toll funktioniert. Oh, es war so schön. Seht ihr das Tränchen? Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte gerne. Das hast du ja verdient. Ja. Erst ein Tränchen cooldown schon. Ich glaube, das war es uns wert für den Spaß. Einfach nur. Also mir hat einfach nur Fun gemacht. Ja, mir auch. Ich habe auch die Verfolgungsjagd so genossen. Es war echt schön. Und ich konnte mich beweisen, Wolfi. Guck mal. Wir waren heute so oft safe. Und wir haben es so safe gespielt. Wir haben alles durchgemacht, was ging. Und den Rest davon, von dem Geld, was noch übrig bleibt, nach dem Kauf vom Ferrari, der geht an die Firma. Natürlich. Es werden wahrscheinlich insgesamt knapp 2 Millionen. Bisschen weniger. Scheiße. Was? Das hast du jetzt... Nein. Ja doch. 2 Millionen. An die 900 Cush. An die 900 Cush. Das sind 500 bis 600 K. Also wir haben 941 Cush, 1.899 Juwelen, 213.87 Schwarzgeld und 22 Diamantboxen. Okay. Das ist heftig viel. Vor allem die Juwelen, dass wir die noch mit... Das ist... Boah. Wie viel kriegen wir die Juwelen? Mit Cush und Juwelen? Ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich habe jetzt... Warte, ich rechne mit einem Preis von 500, glaube ich. Alter. Wie viele Juwelen haben wir? 1.899. 1.899. Ja ungefähr 949. Ja oder 600. Ich weiß, ich muss die Preise nochmal ein bisschen beobachten. Meint ihr nicht, dass die Preise angestiegen werden? Jonas. Ja, es ist alles angestiegen. Jonas hat ja alles... Jonas hat ja aber die Preise in Team Chat geschickt. Ja von den Drogen. Sagen wir mal übertrieben, Preise von 7... Äh... Na. Ja. Und das hat vor längerer Zeit gemacht. Leute, 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 bitte nicht alle durcheinander. Jetzt sagen wir mal jetzt zum Beispiel einen Preis von 700 pro Juwelen. Wären wir bei 1,3293 Millionen. Ja, ich habe gerade Cush ausgerechnet bei einem Preis von 580. Dann waren es 545.780. Dann wären wir schon bei 1,9 Millionen. Was ist mit den Boxen? Wie viel kosten die? 213.000 Schwarzgeld dazu. Boah, Alter. Warte. Ja, mit den Diamanten. Warte. Es sind knapp 80.000. Die 22 Stück. Wölfe 44 kriegst du an die 160 K... Ja. Boah, ich muss nochmal kurz neu rechnen. Warte mal. Wir sind bei, keine Ahnung, 2,3, 2,5 Millionen. Irgendwas wie über 2 Millionen auf jeden Fall, ja. Ja, 2,5 Millionen. Ey, dann guck dir aber, dass das so schnell wie möglich wegkommt. Weil er weiß, ich will nicht wissen, was hier noch passiert, wenn die auf irgendwas draufkommt. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier lagern sollten. Ich bin mir auch unsicher. Häuser, Häuser werden noch dümmer. Weiß ich. Weil unser Haus kommt leichter als hier. Wir haben ein Haus, wo die Cops nicht wissen, dass wir da einen Zugang zu haben. Weil das auf Kami angemeldet ist. Entweder das oder ihr habt das Haus von der Libia. Oder das auch. Ja, aber wisst ihr nicht, dass wir unten ein Ding haben. Das Problem ist auch, ich bin ja heute ihr Auto gefahren und das ist sehr auffällig. Die kennen unseren Geheimraum doch gar nicht. Wobei ich sag ganz ehrlich, ich hätte vorgehabt, das ganze morgen schon zu verkaufen. Wenn der Preis passt. Ich würde es hier unten reinpacken. Ich bin morgen wieder ziemlich wach und dann würde ich mich gleich darum kümmern, dass das alles weg ist. Verkauft. Wer wäre dann noch mal für eine Runde anbauen? Naja, also da bin ich dann doch nicht mehr davon. Na, wir bringen raus beim Anbauen. Ich bin auch raus. Also anbauen mag ich jetzt nicht. War bisher zu... genug. Weißt du, was dann passieren wird, dann werde ich wieder hops. Genau, beim Anbauen. Naja, vielleicht. Es werden zwei Helis kommen. Ja, da kommen zwei Helis. Ein Privat Heli und die R1. So wie das letzte Mal bei uns. Ja, komm vielleicht. Vielleicht mache ich eine mit und dann... Maybe. Also wie viel wir in der Anbauen gehen, nur wir zwei dann so gesehen. Ja. So Männergruppe. Komm schon. Ich bin in 15 Minuten. Das hat nicht wirklich viel Zeit. Dann mach mal eine Zweier-Männer-Gruppe. Ist ja auch schön. Ja, ja. Dann mach mal das. Dann mach mal einmal eine Line durch und... Dann pass das auch. Dann machen wir das so. Ey, er war echt schön. Das ist echt heftig. Ah ja, wegen der 40. Ah ja, wegen der 40. Ich weiß nicht, wer ihn jetzt hat. Ich hab mit jemandem von uns geredet. Er würde mir für 1,4 Volltuning abverkaufen. John vermutlich. Oder Liam? Ja, John. Ich glaube es ist John, ja. Ich glaube es ist John. Weil er hat einen Iroh gehabt. Und ich... Deshalb... Ich muss sagen, dass er sich ungredig und besser fährt. Ja, aber... Ich sag mal so, ich bin Probe gefahren. Das war Hammer. Also... Ja, klar. Also geil fährt er sich schon. Weißt du, wegen der Tieferlegung oder was? Ja, wahrscheinlich. Ja. Kann man ja wieder zurückbauen. So gut wie. Mh... Nee. Ja, mein Gott. Ey, immerhin... Die bliebe 1,4 dafür aus. Ja, klar. Die... Die 1,6 sowas der ist, wenn der neu ist. Also... Neu gebraucht. Und dann bleibt auch etwas in der Firmenkasse mehr übrig. Boah, ich bin grad so happy. Haben wir da jetzt eigentlich... Wahrscheinlich schon wieder... Masse. Ich schätze mal auf der Firmenkasse haben wir wahrscheinlich wieder eine große Masse an Summe. Weiß ich nicht. Es läuft nicht so gut die letzte Zeit. Ja. Echt? Ja. Ja, in letzter Zeit so... Wie soll es ja gut... Wie soll es ja gut laufen, wenn die Ahren alle mit den Preisen so rauf fahren? Da können wir nicht mitholfen. Eben. Wer fährt nur die Preise noch? Äh... Kartell kauft an für... 550. 150 von Zivilisten. Hat natürlich dementsprechend einen Waschkurs bei der Pizzeria von 10% oder niedriger sogar noch. Äh... Es hieß, dass das nicht unterbieten werden darf beim Kartell. Genau, ja. Aber... Es ist ja sowieso hinfällig. Warum? Ihr habt den Vertrag doch aufgelöst. Ich hab den nie aufgelöst. Mit der Pizzeria. Hat das denn aufgelöst? Wie gesagt haben, dass wir ihn nicht waschen dürfen. Wo hattest du ihn ausgelöst? Äh... An dem Tag, wo der Krieg erklärt wurde. Mit Toni am Telefon. Da hast du den Vertrag nicht verlöst. Nein, der war doch danach. Weil dadurch war ja der Stress erst. Warte mal eigentlich auf das Fenster lang. Das ist der Sound auf der Spende. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass die niemals aufgelöst haben. Äh, aufgelöst haben. Nie. So bin ich mehr sicher. Aber ich muss es auch ganz ehrlich sagen, es ist dir scheißegal was wir machen, was für einen Vertrag wir mit dem Kartell haben. Äh, das sind hinterhältige Hunde, die würden so oder so hinter uns im Rücken waschen. Weißse. Ist eh egal. Die wollen nicht zu uns. Ja, die würden niemals zu uns kommen. Egal, für was für einen Preis, aber die für die waschen würden. Moin. Ey, meine Frage. Weißt du, ob wir einen Vertrag am Laufen haben? Wir? Also 1 zu 7 und Pizzeria? Ne, der wurde damals aufgelöst, oder? Wie war das? Also ich hab den nie aufgelöst. Komm, ist das so. Ja, mit dem Kartell nicht, aber... Hier. Also du denkst, du hast ihn mit dem Kartell nicht aufgelöst, aber er redet grad mit der Pizzeria und fragt, ob die einen Vertrag mit uns haben. Ja, sonst frage ich mal demnächst mal Toni, wenn er da ist. Weil... Naja, einfach so ist irgendwie das Thema aufgelöst. Also ich schau's jetzt mal in meinen Dokumenten nach. Vielleicht hab ich da die Auflösung drin. Weil wenn ich's aufgelöst hab, dann ja. Weißt du, wann Toni das nicht's fatal ist? Ja, du hast das nicht schriftlich aufgelöst, das weiß ich. Aber ich mein, du hast nach... Du hast ja mit Toni noch telefoniert, bevor wir dann gesagt haben, wir erklären den Krieg. Und ich meine, dass das... Das kann sein. Du hast gesagt, dass ihr den Vertrag am Telefon jetzt aufgelöst habt. Jo, perfekt. Kann sein. Jason fragt Toni, wann er das nächste Mal da ist und dann... Können wir ja fragen. Mir kam vor, wir hatten mal ne Diskussion am Telefon. Ähm... Ähm... Äh... Warte, was war denn das nochmal? Da... Ich... Das Ding ist, ich weiß noch, wir haben uns damals am Blutstein oben getroffen mit Toni. Und haben gesagt, dass das Blutvergießen aufhören soll. Mhm. Weiß ich doch, weil da bin ich mit meinem M4 explodiert. Ne, weißt du, weißt du, was ich glaub, was das Problem am Telefon... Ich glaub, wir haben damals am Telefon telefoniert bezüglich, ähm... Ehe auch wegen dem Vertrag. Und da hab ich gesagt, dass halt unsere... Unsere... Ähm... Sachen, die sie halt mit uns hatten, ähm... Also... Was wir für sie machen, infällig ist. Aber wir haben nie den Vertrag an sich aufgelöst mit der Pizzeria und denen. Das haben wir nie aufgelöst. Das... Das meinte ich. Wir haben denen halt gesagt, wir haben halt keine Partnerschaft mehr in dem Sinne. Aber er hatte trotzdem im Vertrag mit uns unterschrieben, dass die nicht drunter dürfen, wie wir. Es geht ja um uns drei. Ich hab... Hundertprozentig den hier aufgelöst, so richtig. Ich hab nur gesagt, dass die Zusammenarbeit zwischen uns aufgehoben ist. Aber nicht der Vertrag. Niemals. Wüsste ich sonst. Sonst hätte ich irgendwas... Ich halte alles im Dokument fest. Immer. Aber ich glaub, da hatten wir schon mal... Mir kommt vor, ich hatte mal eine Diskussion mit Toni darüber. Dass er meinte, der Vertrag ist ja aufgehoben. Und ich hab dann gesagt, nee, ist ja nicht so. Und er meinte doch am Telefon. So, nein, hab ich nie gesagt. Ich glaub, da hatten wir schon mal was. Das Problem, das ich sehe... Willst du sagen? Ja, die berechnen den Vertrag. Die war schon bei der Pizzeria zu niedrigeren Kursen als bei uns. Wie meinst du? Ja... Der Vertrag kann denen ja theoretisch scheißegal sein. Weil wir werden ja, wie gesagt, nicht vor Supreme Court gehen und die anzeigen, weil die bei der Pizzeria zu einem besseren Kurs Geld waschen als bei uns. Naja, das steht ja anders drin im Vertrag, ne? Ja, klar. Aber weißt du... Supreme Court denkt sich dann auch seinen Teil. Natürlich, natürlich. So... Was ist denn gegen Huracan? Boah, da hab ich noch ein Dokument von, ich weiß nicht, von Herrn Konder. Vielleicht will ich löschen. Behalt das mal. Das kannst du ihm geben, wenn du ihn mal triffst. Wegen seiner Namen wie sie. Ne, das ist nur ein Kaufvertrag gewesen, alles gut. Was hab ich hier? Ja, boah, ich hab hier meinen Alltag dennoch. Ey. So, aber geben die alle Kaufverträge aus, wenn du ein Auto kaufst? Seit wann? 2,21 war das? Ne. Nicht mehr, anders kann ich eigentlich alles löschen da drin. Was ist das hier? Gibt's Lirms noch? So, meine Lieber, wir werden jetzt an der Stelle eh ausklinken. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich auch. Ja. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch auch eine gute Nacht, was? Na. Ich wünsche euch auch gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüssi. 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 Kann auch sein, dass ich es echt nicht macht, dass die Staatsbürgerschaft. Opisches Kennzeichen. Vielleicht, dass wir das aufgelöst haben und ich mich nicht daran erinnern kann. Oh. Hm. Ich bin hier auch ein Losti. Ah, jo. Ich sehe gerade mein Einreisdokument. Edins. Schäuvić. Komm aus Bosnion. Hallo, Wolfi. Da kommst du aus Bosnion. John ist morgen wieder Lander. Felix Kusch. Der hat die Kuschel hingeschrieben, sondern Bosnion. Schau mal, hier haben wir es. Und der 40 hat anscheinend Liam gerade noch, meinte er ja. Weinbauer GmbH vertritt durch Toni Magen. Vertrag zwischen Saugstauber GmbH und Weinbauer GmbH. Die Weinbauer GmbH hat den Anspruch bei der Saugstauber GmbH, die Wäsche zu waschen. Die Prozentangaben liegen privat, so auch geschäftlich bei 5%. Der Prozentsatz auf die privaten, so auch geschäftlichen Waschpreise dürfen nicht durch dritte Geschäftsbeziehungen unterbrochen werden. Außerdem behält die Saugstauber GmbH das Exklusivrecht auf Geschäfte, auf geschäftliche trägige Wäsche. Bei Vertragsbruch kann die Saugstauber GmbH bis zu 13 Millionen Dollar als Vertragsstrafe fordern. Der Vertrag kann nur nach Abspar mit Mark Rumpe verändert oder gekündigt werden. Abspar gab es nie, hundertprozentig nicht. Das läuft immer noch, das Ding. Also die haben schon wieder Scheiße gebaut, bin ich mir ganz sicher. Frag sonst nochmal Freddy, weil ich weiß, irgendwas hast du gesagt wegen dem Vertrag. Wir haben, ich hab nie, na schau mal, ich hab am Telefon, ich hab auch gesagt, ich bin mir halt so sicher, weil wir diesen Krieg hatten, hab ich gesagt, die sind immer noch an unserem Vertrag dran. Ich hab ja immer drauf beruht und dann wurde immer gesagt, ja, ja, aber das bringt sich ja eh nix, ja, ja, das bringt sich ja eh nix, wenn die den Vertrag haben. Es geht jetzt so darum, jetzt wo die Sachen geklirrt sind so an sich. Perfekt. Denk ich mir so, dann ist der ja immer noch aufrecht, weil ich hab am Telefon halt nur gesagt, dass unsere Zusammenarbeit jetzt unterbrochen ist, aber ich hab nie den Vertrag aufgelöst. Und glaub mir, hätte ich den Vertrag aufgelöst, dann hätte ich ein Dokument davon, hundertprozentig. Ja, macht schon Sinn. Ne, ich hab den, ich weiß noch, ich hab mit Toni, hab ich beim Telefon, glaub ich, diskutiert, weil er meinte ja, der Vertrag ist eh hinfällig und irgendwas war da, und ich hab gesagt, nee, ist er nicht, und er so doch, weil du gesagt hast am Telefon, wir haben keine Geschäftsbeziehung mehr und dass das dann aufgehoben ist automatisch. Aber ich hab nie den Vertrag aufgehoben. Nie. Hundertprozentig sicher. Okay. Also ich, weil sonst nicht ein Dokument. Sonst hätte ich das sichergestellt und hätte gesagt, komm, gib das Toni. Sag mir, wenn Toni da ist und dann... Oder wisst ihr noch, wie wir diese Kriegserklärung da gemacht haben? Mit Freddy? Äh, warte, wer von euch hat das Zeug? Ach, wo Dario gesagt hat, wisst ihr, was wir lieben, euch zu schießen? Das Zeugklärung, dann war Ende. Wo wir, da haben wir geschossen, dann war Ende, ähm, da haben wir auf die G-Klasse geschossen. Genau. Ne, wir waren in der G-Klasse und haben geschossen und haben ein Dokument beigelegt. Das war, glaub ich, Freddy. Ja, das war am, das war am West Highway. Genau, ja. Am zwei Range Rover. Ja, und ich weiß nicht, vielleicht hat Freddy in das Dokument was reingeschrieben. Wenn da was drinsteht und ich damals gesagt habe, schreibt er die Kündigung rein, dann okay, dann ist es mein Fehler. Aber wenn das nicht da drinsteht, bin ich mir zu einem Prozent sicher, dass wir das nicht gemacht haben mit der Auflösung. Und vor allem steht auch dabei, es kann nur Mark Rumpel auflösen. Freddy hat nicht mal das Recht, den Vertrag eigentlich aufzulösen oder irgendwer anderes. Das müsste er nicht gemacht haben. Das meinte ich ja nicht. Mhm. Ich meine, du hast ja mit Tony telefoniert, deswegen dachte ich... Ja, am Telefon, durch keinen Vertrag. Nee, am Telefon. Warte mal, reden wir jetzt von Tony, oder? Warte mal, von welchem Tony? Hat er Tony ja, nicht Pizzeria, Tony. Nicht Pizzeria, man. Ja. Deswegen habe ich mich auch gefragt, was du an der, äh, äh, äh... Er denkt gerade da, wo wir noch den Krieg haben mit der Pizzeria, um das geht's gar nicht. Es geht gerade um Tony. Äh, das... Warte, dann ruf Schwesel an, dann will ich ja gar nicht. Modori. Ah mein Gott. Oh, jetzt habe ich weiß. Oh mein Gott. Was du gesagt hast, hast du... Jo. Äh, hatte ich übrigens erledigt. Ich bin einfach... Ich kam nicht an die Schlösser von dem Anhänger. Super. Von dem Anhänger. Schade. Ja, wir hatten irgendwas geredet über Verträge und ich hab Tony... Ich hab gedacht, er meint Tony von euch, aber er meinte Tony von Kartell. Das... Ja, das... Alles gut, alles gut. Aber trotzdem... Ja? Der Vertrag ist damals bei dem Telefonat gekündigt worden. Tony sagte, das kann auch sein. Ich weiß aber nicht mehr. Haben wir mit der Pizzeria? Ich weiß halt wirklich nicht mehr. Also da weiß ich ja auch nicht. Nein. Aber den wäre ich jetzt auf den Bunkel, wenn das war. Oder wann, wie wir das gemacht haben. Das steht doch nicht zum Trello. Marc? Ja? Haben wir mit der Pizzeria irgendwas? Ne, da haben wir nie einen Vertrag gemacht. Ne, ne, haben wir nicht da. Hattest du recht. Das war... Ist ja nur gut zu wissen, weil vielleicht... nicht mehr rein. Nein. Ne, ne, alles gut. Ja, perfekt. Ne, dank dir aber. Ciao, ciao. Egal. Es würde sowieso nichts bringen, wenn wir uns auch anbieten würden, wenn sie so oder so nicht kommt. Ja, das ist... Ich glaube da hacken die lieber irgendwo ab, so gefühlt. Gut. Ach, wir halten uns alleine auf den Beinen. Wir müssen irgendwann einfach unser Waffengeschäft erweitern. Wir müssen... Wie schaust dir? Wir müssen irgendwann mal den Laden komplett dicht machen. Krassen Waffen... Reise hochschießen. Mann! Ich hasse leider, dass du das Blödsinn gemacht hast. Ja, das ist... Du meinst das Blödsinn mal. Wir müssen dann ein bisschen Waffenanhaltung machen. Und dann ein bisschen mehr Waffen verlangen für ein bisschen... Genau, dass wir so gesagt für die Stadt den Haaren zudrehen. Komplett. Gar keine Waffen mehr verkaufen. Bis wir merken, dass wirklich die Waffen... Also M4 ist aus Gsp90, weil die Cops alle abgenommen haben. Mhm. Und dann, wenn der Mange da ist, schießen wir die Preise richtig hoch. Also wirklich hoch. Machen dann wieder auf. Erst verdienen wir dann geisteskrank 4. Plus Waffen geraten nicht so schnell in den Umlauf. Weil dann denkst du dir... Zweimal kaufe ich jetzt eine M4 und mache jetzt damit eine Bank. In der Möglichkeit, dass ich jetzt gerade 80.000 für eine M4 ausgegeben habe. Und möchtest du dann verlieren? 80 bin schon ein bisschen viel, aber... Beispiel. Gab's du jetzt in letzter Zeit große Waffenverkäufe von irgendwelchen Leuten? Biker machen wir wieder, oder nicht? Biker. 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 fahren da bin ich schon umgezogen dafür ja schon aus dem volltrottel aber auch nicht perfekt ach komm gut werden wir schon wieder hinkriegen wie sieht es aus einkaufen fahren bevor es noch zu spät wird trüchen stressen wo rennst du denn hin hallo wo rennst du denn hin ich höre dich nicht verstehe kein wort die ganze zeit nicht da kann ich jetzt wieder so doof rumstehen na was dauert denn hier wieder schon so lange hallo da war immer noch nicht perfekt da sind wohl fast die sprache verschlagen ja immer hat es die sprache verschlagen hat geredet nicht mehr mit mir ich dachte mir schon was habe ich für euch gesagt zu sehr gestresst der hatte keine lust mehr zu reden ja wir haben noch ein ernsteres thema können wir das heute noch machen ich würde es gerne jetzt noch machen ok ryan meinte wir sollen dich noch fragen wie du dazu stehst ja 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 was los telefon mit dem tablet das wie nicht hallo und dankeschön freddy habe ich was verpasst ach noch alles gute nacht frohe weihnachten und frohes neues jahr viel spaß noch heute dankeschön freddy für ganze 60 euro und zwar danke ist jetzt ein paar monate hier bei uns ich verstehe gar nicht schlecht wer ist hier seit ein paar monaten georgia georgia und wir hatten bei seiner letzten beförderung mit ihm geredet weil er zwar schon da ist aber wenn er da ist ist er halt entweder nicht mit uns unterwegs also mit der familie und wenn wir irgendwas machen und ihn fragen sagt er so ja nee hat es keine lust oder keine zeit oder er kommt halt meldet sich im funk ist fünf minuten da und geht dann wieder schlafen oder außer funk wissen wir nicht habt ihr schon ein gespräch mit ihm gehalten ja wie gesagt bei seiner letzten beförderung wurde es ihm gesagt dann wurde es ihm davor schon mal gesagt und letztens hat noch mal irgendwer mit ihm geredet Elena glaube ja aber was ist dann die reaktion drauf er sagt ja er wird sich bessern und es passiert nichts das war ja heute wieder so er ist wach geworden hat gemerkt dass wir irgendwas starten wollen hat gesagt er macht mit und dann während der planung ist er wieder gegangen hast du dann gesagt wie wir geplant haben er meinte er muss wieder los tut ihm leid aber ja ist halt so das habe ich dann reingeschrieben und er hat mir geschrieben sollen halt dich fragen was du dazu sagst er persönlich ist für ein blood out zu dem jetzt dreimal gesagt wenn ich hören will muss fühlen verstehe ich würde ich nachvollziehen können das problem ist halt wie sein zeitfenster mal ist wenn er da ist hat das was damit zu tun wenn es spät am abend wird ist das schon mal auf das geachtet oder ist das nicht unbedingt nein weil wir sind halt meistens abends da ne so also du kannst ruhig jeden fragen wenn Jojo mal bei irgendwas mit dabei war erinnert sich wahrscheinlich niemand mehr daran ich kann mich nicht erinnern dass er mal keine ahnung mit uns anbauen gegangen ist jetzt hier bei der pd sache war er nicht dabei bei dem bankraubt war er nicht da verstehe ich ja kate war auch nicht dabei ich weiß oder für kate ich weiß ich aber keine zeit hat oder nicht er war jedenfalls nicht da ich meine wir könnten eine abstimmung machen was die anderen leute sagen oder was die oberetage dazu sagt alle oder sind da glaubst du alle gleicher Meinung weiss ich nicht freddy hat gerade nachgefragt was war brian hat ihm gerade auch nochmal geschrieben dass halt dreimal ihm gesagt wurde er soll was dran ändern also wenn sich beim dritten mal nichts ändert dann würde ich mir schon mal gedanken machen was da los ist vor allem dreimal sagen dann nichts ändern ist halt ja weiss ich blood out kommt da nicht auf andere willen trauen können dafür kennen den glaube ich alle zu wenig natürlich vertrauen ich find es sowieso ehrlich schwierig jemanden gehen zu lassen ne das ist ihn nicht zu blood out weil die gefahr halt einfach zu groß ist ja ja klar dass irgendwas passiert natürlich ich hätte gesagt wir besprechen das sonst äh also von mir aus ähm ich denke ihr kennt ihn besser als ich ich muss dir ehrlich sagen ich hab jetzt ihn auch jetzt nicht so krass in erinnerung ähm wenn ihr als obere etage euch mal alles zusammensetzt und sagt hier ja den georgio den wollen wir blood outen dann hättet ihr auch meinen segen aber da will ich das äh alle der selben meinung sind dass wir das durchziehen sollen also es soll ein ein stimmungsergebnis sein genau wenn jeder mit einverstanden seid und sagt es soll so sein weil es weil es keine besserung ist dann passt das weil ich will ehrlich sagen ich hab zu wenig mit dem zu tun gehabt dass ich das selber jetzt einschätzen könnte was wir tun sollen ok weil da sollten die leute eher davon schreibe ich das setzenden Termin an ja das dann nochmal besprochen wird das könnte ich jetzt zwar direkt entscheiden aber ich überlasse das jetzt erstmal euch also von mir hättet ihr den segen wenn ihr das machen wollt wenn sich nichts ändert und bessert sag ich auch dann bringt sich nichts aber wie gesagt das müsst ihr wissen inwiefern das vertrauen da ist aber ich hab ich muss ganz ehrlich sagen wenn ihr schon sagt er ist nie da gewesen da weiß ich gar nicht ob sich da jemals mit irgendjemandem vertrauen aufgebaut hat weißt du ja ja du kannst ja mal bei uns in den Führungs-Email-Verteiler reingucken ja da stehen noch ein paar Nachrichten dann schaue ich mal rein E-Mail-Verteiler rein da ist das Problem anderen Kanälen der Zeit Führungsretag hier ok ja ja am besten er machte den terminen aus schauen was wir machen gibt es doch noch was zu besprechen weil ich würde gerne langsam fahren weil nicht dass ich das wieder anbauen kann alles gut aber perfekt ja edin super dann fahre ich mal weg jo macht was hallo 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 wenn er sich noch immer nicht hat es denn nicht stimmt wenn er komplett verschlagen im schlimmsten fall fahre ich fahre wir zusammen rum und ich mach alles ok welcher ich immer noch nicht weißt du was steig ein sobald du fahre wir einfach rum wir holen die sachen sobald du wieder sprechen kannst sag ich dir bescheid ok wenn ich dich hören sollte vielleicht ein hustenbombo oder so nehmen paar mal dann probieren vielleicht klappt es dann irgendwann aber gehen wir mal einkaufen bevor es zu spät wird wenn wir angehalten werden sage ich du bist taubstumm ok du kannst nicht reden wobei taubstumm werden wenn du nichts hören könntest ne warte du bist ähm ne eigentlich wärst du nur stumm du bist stumm du kannst nicht reden dann ziehe ich das einfach so durch mit der kontrolle ich meine ich höre dass du versuchst zu reden aber es geht halt nicht ich sag dir wie gesagt wenn du sobald ich dich reden höre dann sag ich dir bescheid er kann halt nicht reden der arme wir müssen jetzt schon anbauen gehen bevor es zu spät wird leute ein anbauen muss noch sein in der zwischenzeit kannst du auch mit zeichen sparen mit kommunizieren dem du willst ich habe es tatsächlich ein bisschen gelernt ich schreibe es mir auf den zettel geht auch hast du eine maske oh wir werden angehalten perfekt perfekt ja das wird jetzt lustig ja das wird jetzt lustig mit einem stummen kollegos also jetzt ist gerade schwer wir machen eine polizeianhaltung und jetzt aussteigst mach gleich powernap alles gut wir machen nicht dass der kopf denkt du brauchst das hier einfach ab ich werde mir das nur ganz schnell erklären nach kannst du gerne powernap guten tag guten tag ist er ein führerschein für mich natürlich bitteschön alles klar herum bist du nicht ja der herr pumuckel ja das ist der ey warte hat er seine hat er sein das ist das ding den ich im ding fertig gemacht habe als ich kopf war ne der herr pumuckel auch der arme junge der arme das fahrzeug was sie fahren ist auf einen herr mendoza angemeldet menein herr mendoza menein herr mendoza eine dame nicht an einem herrn ja tschuldigung ja sie verwirrt mich gerade ich wusste tschuldigung ja der der frau frau libia gehört das auto das ist korrekt ok hätten sie auch mal einen führerschein für mich kurz auf die andere seite der beifahrer ja sie müssen bedenken er ist stumm er kann nicht reden aber er gibt den sicheren führerschein da muss ich aber aussteigen für oder er steigt aus genau ok er ist nur gerade stumm er hat gerade probleme mit seinen stimmbändern da müssen wir noch später ins krankenhaus gucken was da los ist ja der herr sejovic jo ah man hört sie wieder ah hört man mich ja perfekt ja dies ist trotz alledem nicht der halter des fahrzeugs ja äh ich mein wir könnten uns mal anrufen probieren weil wir haben das wirklich äh nicht geklaut oder so wir haben das wirklich ausgebraucht zu probefahrtzwecken jetzt gerade nochmal ich guck mal kurz ob der auf das komisch ist darf ich ihn kurz erzählen das komisch ist ich wurde vorhin von dem kollegen angehalten er dann nicht gefragt gut das ist ja dann also dann ist das ein fehler vom kollegen ja das würde ich auch sagen das ist ein fehler vom kollegen weil ich dachte das ist alles ok und ready und so aber ja gut gewesen hätte ich ein dokument dabei gehabt also sie müssen ja wissen wenn sie jetzt von der frau mendoza das fahrzeug fahren ähm dann steht natürlich auch der verdacht im raum ich möchte ihnen dann jetzt nichts vorwerfen ne ne ich verstehe es ich verstehe es aber es ist halt nicht geklaut also ich habe es wirklich ausgeborgt haben sie eine nummer von der frau mendoza wie er da ist nein aber ein freund von mir hat die wolf hier bist du noch da in der aktis ist jetzt auch nichts hinterlegt also grundsätzlich ich habe wissen sie denn warum ich es angehalten habe ich schlafe ich schlafe ich schlafe ja super perfekt nächstes mal lassen wir ein dokument ausstellen ich kann ihnen schwören dass das fahrzeug nicht geklaut ist ja es bringt dem nichts es ist ja also gehen wir da jetzt vor sie ist halt geschlafen ich meine wissen sie ich habe wir könnten sonst ein deal machen wirken aufrichtig aber sie wissen dass ich sie nicht weiter fahren lassen kann ne passen sie auf naja könnte schon es ist ja nicht geklaut ähm wir können sonst ein deal machen sie können ja die frau livia sonst mal anrufen das nächste mal wenn sie wach ist und dann kann sie es bestätigen dass wir das ausgeliehen haben das fahrzeug in diesem datum oder was ist wenn sie jetzt einfach einen ausruf machen dass sich die frau melden soll beim pd und wenn sie sich nicht meldet wissen sie dass sie schlafen ist und das ist sie gerade nicht belügen ich belüge es wirklich nicht ich habe die nummer halt nicht aber ähm jetzt müsst ihr es mal aus meiner perspektive sehen wenn sie sich nicht melden kann und sich dann irgendwann meldet dass das fahrzeug geklaut ist dann bin ich halt im endeffekt dann der schuldige es geht nur darum sie haben ja meine daten jetzt oder sie haben meine daten jetzt sie haben meine daten äh sie können ja die frau livia das nächste mal wenn sie da ist fragen ähm bezüglich dem fahrzeug ob das an diesem datum ähm einher ähm mann sie manchmal muss man was essen sonst sterbe ich ja gleich weg zum kohldampf Entschuldigung also schon sie haben ja meine daten ähm ich habe demnächst sehr viele gerichtstermine von mir aus ich weiß nicht ob das gerichtssache ist fahrzeugklau ist das gerichtssache das kann ich ihnen jetzt so spontan gar nicht sagen okay aber mal kurz mal ne ja ich ich sie haben meine daten wenn sie die damen das nächste mal fragen oder sollte sie nächstes mal da sein ich kann sie auch herbringen oder jemand von uns bringt sie einmal her und dann dann kann sie bestätigen dass ich an diesem datum hier das ding ausgeliehen habe nächstes mal werde ich einfach noch ein dokument fragen aber ich war ähm mit dem herrn wolf und und ich wir waren zusammen hier am hauptplatz und haben das fahrzeug abgeholt zur probefahrt was für den ganzen tag aus ja ja genau er hat mich die nummer gehabt und hat sie angerufen wegen dem kusin weil wir den probefahren wollten und sie hat uns denn für den ganzen tag heute gegeben mit vornamen bitte wie heißt die frau mendoza mit vornamen die frau mendoza ja äh olivia ja olivia das ist nein ja olivia okay woher kennst du denn die frau mendoza ich sag mal so ich kenn tatsächlich ich kenn sie nicht wirklich der der sie kennt ist 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 daniel wolf und er hat mit ihr den kontakt aufgenommen ich habe weder die nummer noch sonst was ich weiß das hört sich jetzt echt doof an ich kann es ihnen so sagen wir waren mal mit der frau olivia unterwegs das ist jetzt schon ein bisschen länger her ähm da war ich auch und dann haben wir mal ihren wagen probe gefahren wir haben uns an der tankstelle kennengelernt und dann haben wir uns dummerweise mit dem wagen überschlagen da war der herr wolf dabei ich war dabei jowski war dabei und die olivia war dabei das ähm da war sogar eine sword einheit von pd da die hat das ganze sogar gesehen dass die äh dame mit uns im fahrzeug saß so wie der herr gobazowski wolf und ich da sind wir genau exakt mit dem selben fahrzeug wie es gerade hier steht gefahren und haben uns überschlagen bezüglich der weiterfahrt wenn das fahrzeug nicht als gestohlen gemeldet ist dann kann ich doch eigentlich weiterfahren oder nicht weil sonst hätte die dame das sicher als gestohlen gemeldet denke ich mir gerade oder gibt es ein gesetz das heißt wenn das fahrzeug nicht als gestohlen gemeldet ist und ausgebockt wurde dass ich irgendwas brauche als zum nachweis ich meine es ist halt nicht schwer für sie ist es schwer ihnen das zu klären für sie ist das schwer zu erklären aber ich meine ich kann ja nur so viel sagen wenn sie auf nummer sicher gehen wollen schreiben sie das auf das kennzeichen wenn das nächste mal abgefragt wird vielleicht und die frau olivia da drin sitzt was an diesem tatum wir das ausgebockt haben am besten dann dazu daniel daniel wolf und mark kumpe haben dieses fahrzeug ausgebockt nochmal nachfragen bei dieser kontrolle sollte sie das sagen es wurde geklaut oder wir waren nicht berechtigt dann können sie mich ja anrufen und einsperren lassen ich hätte die nummer ich hätte die nummer hast ihm die nummer ich hätte die nummer ich habe die nummer ja dann sag rein ich ruf sie an 800 ja 064 die frau mendoza nicht gerade nicht erreichbar ist oder ansprechbar wir wissen ja nicht was mit der frau mendoza ist ne natürlich ich muss das ja ein bisschen nachgehen ja aber nur wenn die jetzt schlafen geht können wir nicht sagen ich habe das auto geklaut und ich darf nicht mehr weiterfahren also das müssen sie mich einsperren lassen aber sie haben ja keinen beweis dafür dass ich das ding geklaut habe ich habe es halt wirklich auch ich habe es ja halt ausgeborgt ne oder warte mal machen wir es so haben sie die nummer von der frau mendoza hinterlegt irgendwo in der akte haben wir die nicht hinterlegt nein du bist auch gerade abgehakt ach ja dann das ist wenn sie die nummer gerade für mich hätten dann wäre das dann wäre das schon mal was ähm ja klar natürlich sekunder ich habe sie sogar eingeschweichert an einem kollegen war das komplett egal vorher haben sie nicht gerade eben noch zu mir gesagt dass sie die nummer nicht hatten oder doch ich war einfach nur dumm ich habe vergessen dass ich ihre nummer hatte ja 800 ja 19 ja 06 4 das ist die ich habe sie falsch eingespeichert ich wusste nicht wenn man ihr nachdem schreibt und habe mendeza geschrieben und nicht mendoza aber wissen sie was einfach einfach nur deshalb ich kann das hier auch gerne jetzt abstellen und wir fahren über das anderen weiter wenn sie damit glücklich hier sind aber ich würde jetzt halt jetzt nicht eins wenn sie mich jetzt mitnehmen in den knast oder so wir machen das jetzt so ich äh ich hinterleg das jetzt bei der frau mendoza in der akte wie sie wie sie schon gesagt haben ich habe ja ihre personalien soll das auto gestohlen sein wir werden dann in absprache mit der frau mendoza dann gehen dann werden sie halt dann strafrechtlich verfolgt ja meine daten haben sie brechen zur fahndung auf halt dann ausgeschrieben beziehungsweise bekommen sie dann nach befehl hallo ähm dabei belassen wir das jetzt erstmal ja warte ich bin gleich nochmal da ich werde ich bin gleich im gespräch mit dem polizisten ja ich rufe vielleicht zurück also wir haben hier gerade einen schreifen wir haben hier ein kleines bußgeld also ja warte ich rufe gleich wieder zurück in Höhe von 3000 dollar für das zu schnelle fahren ja ja also wenn es ihnen lieb ist ich kann das auto hier auch abstellen und dann lass es am hauplatz stehen und das ist wieder normal können sie das können sie machen da aber es lass ich ihnen ich lass es gerne stehen wenn sie es wollen dann weiß nicht mehr weiter ja also mir ist es jetzt tatsächlich jetzt auch egal weil jetzt haben wir das ja dann in dem in dem so geklärt ja wie gesagt also ich hab's halt wirklich ausgebrockt ich meine sie werden es dann eh sehen ich hab's halt wirklich mal ausgebrockt ich würde ihnen das auch sagen hab ich mit aber dann alles klar steig ich mal aus und dass es hier stehen äh ich muss einmal noch kurze Versicherung ne ja ja bisschen auf die Geschwindigkeit achten ne also natürlich das war nämlich jetzt schon ein gutes Tempo ich weiß ja haben sie sonst irgendwelche unbezahlten Rechnungen ja eine die noch vor Gericht kommt aber die Gerichtstermin wurde jetzt schon verschoben auf den neunten steht noch da das ist eine 15.000 dollar Rechnung die noch offen ist alles klar herunter dann ähm sie wissen bescheid ich trag das dann so ein probiere dann auch in Verbindung mit der Frau Mendoza zu gehen ja ähm gut dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Tag aber ich lass das jetzt stehen ich würde jetzt aussteigen wenn es zu ihnen recht ist dann genau dann lass ich den Wagen hier nämlich stehen einfach weil dann jo ja gut dann noch einen angenehmen Abend wünsche ich ihnen in dem Fall achten sie bis auf die Geschwindigkeit jawohl vielen Dank ich hab noch den Führerschein von ihrem Kollegen achso ja so Herr Seeowitsch ja ah danke danke schönen Tag schönen Tag ebenso Folgendienst ey 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 dann leistet wirklich mal einmal ein Auto aus oder sowas willst du mit einsteigen jetzt bist du damit richtig ja ja wir fahren nochmal kurz zur Sicherung also weil ich würde sonst mein Auto vollladen weißt du achso ja ich hatte weil mein Exex steht da deshalb achso ja dann hol du den Exex ich lass schon mal voll geht so genau aus wenn wir Glück haben wir wollen ja nochmal eine Anbaustür starten eigentlich und ne mein Skyline steht ja dort ah warte wo steht mein Skyline wo hab ich denn hingestellt ach nö wo hab ich denn hingestellt mein Skyline ah ich weiß wo der ist ich weiß wo mein Skyline steht ich weiß wo er steht der steht beim Arcadius Tower unten auf zum Skyline mein Nissan it's a Nissan arigato ich weiß es heißt es geht anders aber ich find's lustig weil es nicht so ähnlich anhört it's a Nissan arigato oh andel das Verkehrshütchen ja andel das Verkehrshütchen lol und Kudi der Crazy Joe der Crazy Joe das war nur eins weiter in der Arcadius Tower bin schon falsch gefahren ne das ist hier hinten da hinten ist er im Arcadius Tower ja danke Robert ey ich bin grad so happy also der Titel wird heute dem ganzen gerecht der F40 Leute ist gesaved falls ihr es noch nicht mitbekommen habt falls ihr grad frisch eingeschalten habt ich bekomme das nächste Mal einen F40 weil jetzt kommt's jetzt haltet euch fest weil wir heute das PD Hops genommen haben wir haben heute geplündert und das Geld es sind ca. 2 Millionen Dollar die wir erbeutet haben über 2 Millionen und mit dem erbeuteten Geld kaufen sie mir einen F40 das heißt ich bekomme die nächsten Tage einen F40 geschenkt ich bin gespannt wie diese Übergabe stattfindet hoffentlich werde ich wieder entführt aber jetzt weiß sie ja schon Bescheid ne jetzt weiß sie ja schon Bescheid davon wenn ich einfach entführt oder so und kriege meinen F40 ey das wird so geil das heißt mein ganzes Geld was ich jetzt gespart habe darf ich behalten und die geben mir den Wagen einfach das ist einfach heftig ich kriege einfach einen F40 vor die Tür gestellt so oh ja ich muss Tony anrufen da war ja was und nicht dass ich wegen Handy Handy Telefon am Steuer genau Handy Telefon am Steuer da äh Mark wollen wir zusammen mit einem Auto fahren oder wenn Platz ist oh Gott hallo 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 äh ja ich soll ich mit dem Auto ausfahren oder ich wollte nur wissen wie es den wie es deinen wie es deinen Dings gehen den Anhängern oder einzeln ja warte ich ich telefoniere gerade ich meld mich gleich achso ja ja den den Anhänger ähm vom PD hast du nicht mitbekommen was passiert ist nein oh naja gut äh anscheinend aber nur anscheinend warte lass mich nur irgendwo hingehen wo ich besser telefonieren kann gerade am Hauptplatz stehe ich werde eben erst vor kurzem aufgestanden ja ohja äh ne dann weißt du es eh nicht hätte mich noch interessiert ähm ich habe nur eine Nachricht bekommen von Wazele irgendwas hier ob ihr einen Vertrag habt oder so ich habe gerade aufrecht auf keinen Autoführerschein ne ne um das geht es gerade gar nicht es geht gerade irgendwas ganz anderes weil äh eure Leute anscheinend den den Lkwops genommen haben wo eine Ladung ähm Ding drin war nach Mev aber wir haben schon Bescheid bekommen äh ihr habt da leider nichts raus bekommen zur Lkw und ein Torrat aber kein Autoführerschein ja weil mir nur der Autoführerschein weggenommen wurde was ist das denn ja da kommt mein Ad warte ich muss gerade mein Funkelig draus machen vielleicht habe ich mir gesagt ja wissen sie ich bin pleite und sie haben mich vorhin schon beim Lkw fahren angehalten haben die Dinger gemacht jetzt höre ich dich ne pass mal auf äh voll lustig also also anscheinend haben deine Leute den äh Transporter von der Polizei hops genommen so achso Bernd die unterwegs waren oder was ja ja diese diese Transporter da aber anscheinend haben sie nichts drin gefunden weil sie die Schlüssel nicht hatten für den Anhänger hinten ach du scheiße na ich wollte nur fragen ob ihr da was erbeutet habt das hätte mich interessiert aber ja ne ich weiß ich weiß überhaupt nichts der hat mir gar nichts gesagt ja das müsst ihr ja erzählen aber vielleicht weil sie nichts erbeutet haben haben sie dann fertig gefahren also ich weiß nicht ich frag mal alles klar ne aber sonst alles gut soweit alles gut bei dir? na klar bei dir aber doch wir gehen jetzt ein bisschen noch ja was einsammeln alles klar ja wir gehen noch ein bisschen anbauen bisschen Kohle machen ich hab ja letztens Lkw gekauft 100.000 Dollar die Dinger ja ich weiß ich weiß die sind teuer richtig teuer na gut dann lasst euch nicht erwischen ja ja natürlich war wenig also was ist jetzt da mit Vertrag ich hab irgendwas gelesen na da ist nix da ist nix da ist nix alles gut ah ok das war nicht an euch gerichtet nein 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 alles gut alles klar tschau 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 gaaanz entsparen boah ich hab nicht genug Platz hab ich 20 Stück dabei oh ich hab schon 20 huppala gar nicht aufgefallen 20 Stücken mal so rein, 7 Cops, das müssen wir dann langsam, Voila, schneller machen. Kann ich mich schön vorlesen gehen wenn wir fertig sind, das wird schön, da kann ich ein bisschen Donis vorlesen für euch, die ich jetzt lange nicht vorlesen habe. Warte kurz, da mag ich gerade, ich komme gerade. Oh. Hallo. Wir sollen mal Anbauung gehen, ist noch schnell. Wollen wir was Ehrenloses probieren, was ich mit Ryan letztens probiert habe, was aber in die Hose ging? Boah, es ging um die Hose ja dann eher nicht. Ja, jetzt sind aber nicht so viele Cops da. Ja, trotzdem, wenn es schon einmal in die Hose ging, dann weiß ich nicht. Dann verunsichert. Okay, ich war damit. 4,5 Kilometer. Kannst ja mal anschauen. Tanken müsste ich halt so langsam, ne. Ab dem letzten könntest du, aber du kannst, wenn du abfährst, wenn du ein bisschen langfährst. Nein. Okay. Das sollte ausgehen vom Sprit. Das ist der Tacho vom Brauchtwagen, oder? Der ist vom Brauchtwagen, ja. Fährt er sich gut? Es geht. Bin schon besser ist gefahren. Er fährt sich aber auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Es geht. Ja, probier ich mal aus irgendwann. Ich mag ihn, weil er aussieht wie ein Cop-Auto, weißt du. So, das erste Auftreten. Ja, ja. Hält dir mal vor, Alter. Weil die Cops fanden an dir vorbei, weil sie denken, du wärst ein Cop. Du wirst jetzt lachen, schau mal. Ich hab das mal gemacht und er hat mich zurückgegrüßt. Weißt du? Also du bist einmal, ich hab mein Polizeibu verbaut. Und dann feint mich, wie wir vorbeigefallen haben, so gemacht. Und er hupt mir so zurück, so. Geil. Ja, also es funktioniert schon, die Tarnung. Funktioniert echt gut. Ja, das Kennzeichen hab ich mir natürlich auch schön ausgesucht. LAPD. Irgendeine Zahl hinten dran. Das Kennzeichen hab ich schon 50 mal geändert oder so. Also warte mal, wir können eigentlich zu einem Sales Spot fahren. Da hab ich schon so oft angebaut, dass die... Warte, ich geh mal hier mal schnell. Ein paar Meter weiter. Ein paar Meter weiter. Hallo. Auf, auf und davon. Handel die Glatze. Kann ich jetzt eigentlich, äh, die Mod soll ich eigentlich mein, mein Chat wieder freigeben? Oder ist das blöd? Soll ich jetzt Web-Only-Chat drin lassen? Das ist immer ne Frage. Einen Chat oder Chat. Einen Chat oder Chat. Einen Chat oder Chat von der Chat-Chat. Einen Chat oder Chat von der Chat-Chat. Einen Chat bechatten. Einen Chat bechatten. Chat-Chats. Cringe. 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 Schandl. Ah, du bist hinter mir. Schön. Warum legst du dich schon ins Bett? Schön. Fahre wir dort mal hin? Hast du schon... Äh, ist das das neben dem Flugfeld? Gott. Ja, was hast du gesagt? Hab ich das nie verstanden? Da hab ich schon zigtausendmal angebaut. Okay. Ja, gut. Dann schauen wir mal. Oh, die Katze ist grad vor meinem Bild. Ich hab' ich seh' nix. Jetzt zieht er noch ein bisschen mehr da rüber. Ich war grad nicht eingeschnallt, während wir uns reingefahren wär' ich weg gewesen. Oh, Blitzer. Perfekt. Ich hab' 271 Dollar den Start bezahlt. Ja. Oh, ich hab' ne 7. Echt noch offen. 7? 207, ja. Alter. Ja, kannst ja links hochfahren. Naja. Hier direkt am Haus, oder wie? Am Haus und ich baue hier vorne an den Steinern. Hier im Stein. Okay, dann packe ich mich hier so hin, oder? Ja. Das Ding, du siehst es halt von unten nicht. Geil. Ähm, aber wo genau im Haus? Nicht einfach hier hinstellen, oder? Hier so. Okay, perfekt. Dann machen wir das. Machst du voll. Machst du so 4, 5er rein. Perfekt. Dann zieh' ich mal ne Maske drüber, dann geht's los. Gut. Dann sind wir mal dabei Leute. Dann kann ich dann gleich vorlesen für euch. Das ist schon mal runter, wo ich stehen geblieben bin. Das ist mir echt leid, dass ich ein bisschen heute gebraucht habe. So. Luca. Ah, hier bin ich glaube ich stehen geblieben. Genau hier. Ben Schütze ist ja VIP geworden. Da war ich dann glaube ich fertig. Dann, ähm. Vielen, vielen Dank an Luca. Mit 1 Euro gönnt ihr einen Center-Shop. Vielen Dank. Einmal erwischt, aber das ist schon 4 Monate her, oder so. Ja, guck mal mal. Wenn es nix wird, dann wird es halt nix. Und den Spot kennt eigentlich kein Kopf. Weißt du was? Ich nehme eine Schrotflinte aus dem Auto. Fall der Fälle. Ist ja hier Open Carry. Naja. Ich hab halt nur ne AUG mit. Was hab ich alles weggepackt? So. Äh. 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 Hallo Kurt. Kannst du mich grüßen? Ich grüße den Finn. Alter. 25 Euro mit Fees von Donate. Vielen, vielen Dank. Zwei, vor drei Stunden. Boah. Ich fühle mich schlecht. Das ist immer das. Aber es war halt so. Ich war gerade so im ERP gefesselt. Ich war gefangen im ERP. Äh. Dass ich jetzt nichts vorlesen konnte. Sorry Leute. Ähm. DT by Carmo und Gamerflow. Dank für das Zip werden. Kopfschuss mit 2 Euro. Hallo. Zion. Du machst die guten Leifeln. Ich schreibe einfach Zion mit Z. Wie dieses Auto in GTA. Der Zion. Trotzdem vielen, vielen Dank. Äh. Da haben wir noch. Rako Paul. Alles fit. Alles fit. Dankeschön für 10 Euro. Super Chat. Dann der Kopfschuss mit 1 Euro. Dankeschön. Bremsheimer. Vermisse die guten Zeiten. Als du immer Geld gewaschen hast. Und dich verrechtert hast. Das waren noch Zeiten. Aber vielleicht kommt sowas wieder zurück. Vielleicht kommt sowas wieder back. Müssen wir mal gucken wie wir das machen. Aber. Wir haben hier für 3-0. Wird das ja alles ein bisschen mehr verteilt. Die Arbeit. Dass jeder so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Äh. Ich sag mal auf 3-0 wird es dann so sein. Äh. Dass zum Beispiel das. Das Kartell. Andere Drogen ankauft. Als zum Beispiel wir. Wir können dann zum Beispiel andere Drogen. Da bekommen wir. Wir wieder einen anderen Dealer als die haben. Ähm. Weil es wird ja viel viel mehr. Ähm. Drogen geben in. In. 3-0. Also andere Arten von. Die dann. Die man anbauen kann. Die man bekommen kann. Und das wird sich so vielleicht ein bisschen dann ändern. Und. Äh. Ja. Dann wird das auch wahr. Und das mit dem Geld waschen. Das bleibt halt. Ich glaube das bleibt so eher dasselbe. Müssen wir mal gucken. Das ist halt. Da bleibt nur Mafia und. Und wir übrig. Und vielleicht wird es dann so sein. Dass das Kartell auch ein gewisses Territorium bekommt. Die Mafia bekommt ein Territorium. Dass so jeder sein eigenes Ding so hat noch. Ja. Das wird noch gemacht. Natürlich. Genau. Die Biker bekommen dann ihren eigenen Verkauf. Für ihr. Ähm. Moonshine. Kriegen sie ja auch. Jetzt wird dann alles gemacht. Biker Moonshine und so haben. Das hat dem. Ja. Weil die haben ja auch keine. Äh. Farmroute. Wo sie was ankaufen können. Ja. Das wird sich dann ändern. Äh. Katze. Könntest du da weg gehen vielleicht? Das ist nämlich echt. Oh. Alter. So. Katze. Äh. Geht das 50.000 Mal über den Tisch. So. Ähm. Cracky Cracky. Wann ist Bewährungsphase geöffnet? Oh. Da kann ich wieder das Ding reintun. Sack. Und alles gute Nachricht zum Geburtstag. Dankeschön. Hahahaha. Ist ja erst von ein Jahr her. Ich habe im April Geburtstag. Danke, dass du mir nochmal nachträglich alles zu Geburtstag wünschst. So. Edot. Bestes Streamer. Grüße an dich und Chantle. Dankeschön. Irgendwann zurück. Dann die Sackflöte. Wie geht's dir? Wie geht's gut? Die Sackflöte ich auf dir auch? Gamer XD. Also ich glaube, du hast meine Spende übersehen. Oder sie wurde nicht angezeigt. Oder ich habe es noch nicht gemerkt. Gamer XD habe ich vorher 100% vorgelesen. Das weiß ich vom Gamer XD. Hundertprozentig. Das ist der Sound auf der Spende. Außer ich verwechsel dich mit jemandem. Aber es kann kaum sein. Weil ich den Namen heute schon mal gelesen habe. Aber kurz raus an Game Max. Ich habe noch ein bisschen gebraucht, was ich mal vorlesen kann. Z. Solix. Sagen wir den Funk. So ein ganz kurzes Sü... Ne. Der Funk muss clean bleiben. Ey, jetzt reizt nochmal Katze. Geht er 50 mal durchs Bild jetzt. Geh runter da. Komm. Jetzt kriege ich den nicht durch den Mikrofonständer. Danke. Und Abgang. So. Da hat die Katze gegen den Mikroständer. War hängen geblieben. Kommt da nicht mehr runter. So. Dankeschön. Dann Öschi. Wooden. Walkers. Fluroni oder so. Felix S. Engsel. Dominik. Lennart. Und... Lexy fürs Wip werden. Ein schöner Name. Jan. Snally. Leon. Danke auch fürs Wip werden. Der Lennart. Liebe der Konnte. Dankeschön. Lennart. Und nochmal danke an den Lennart. Der hat nochmal selber donated. Basti. C. Mit Hallo alle zusammen. Hallo lieber Basti. Auch vor zwei Stunden. Perfekt. So. Lennart haut nochmal raus. Lennart haut ein paar Mal raus. Der hat sicher gedacht, ich lese nicht vor. Aber ich lese alles vor. Bloodreaks sind 30 Jahre fürs Zip werden. Erik. Kennst du mich noch? Kannst du dich grüßen? Erik 1 zu 70. Es gibt so viele Eriks. So viele Eriks. Aber Gruß geht raus an Erik. So Ronny Friedrich. Kuscheltier ist vorbestellt. Bekommt Ehrenplatz ehrenhaft. Bin gespannt wie viele vorbestellt haben. Weil je nachdem wie viele vorbestellen werde ich auch Autogrammkarten nochmal versenden. Auf der Website haben wir jetzt 1000 Autogrammkarten vorbereitet. Aber ähm. Wie ich vorhin gesagt habe. Wenn mehr bestellen sollen als 1000. Dann schaue ich, dass ich ein paar mehr auch noch dazu lege. Dass dann nicht so ist, dass dann Leute vielleicht keine Autogrammkarten bekommen. Dann schaue ich das so gut wie jeder der vorbestellt alle bekommt. Ich hoffe, dass das hinhaut. Wenn es natürlich 20.000 Bestellungen sind. Dann weiß ich nicht, ob ich 20.000 Autogrammkarten hinbekomme. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 20.000 Leute in den Küchen vorbestellt werden. Alter, da dauert noch mehr raus. Der Vibes. Charlotte 50 ist für den F40. Dankeschön. Der F40 ist schon vorbestellt. Ja, danke Robert. Danke. Der F40 ist so gut wie vorbestellt schon. Durch 1 zu 7. Die haben schon gesagt. Ich bekomme den. Durch den Raub heute. Alter, vielen Dank. Blackwolf. Hey Quidi, bist du der beste Hundi. Weil du der beste Hundi bist. Vielen Dank an Blackwolf. Solaris. Das haben wir auch vorgelesen. Einfach 1 zu 7 vorhin. Blaulicht. Hoi. Hoi Sferde. Danke fürs Hüppwerden. Hast du gerade die Polizei hochgehört? Ja. Ja, weil es da hinten genau brennen muss. Och nö. Ey, w-w-w-w-w-w-wis... So'n Scheiß. Was los? Ja, wir sind am anbauen und wir sind wirklich so 100 Meter Luftfilter daneben fressen. Das gibt's ja nicht. Das gibt's doch nicht, Alter. Ey, anlacken geht's aber nicht, ne? Ey, wir haben echt Lack, ne? Das Rummeldose holt mich heute noch ein. Ja, scheiß drauf, lass trotzdem weitermachen. Ja, klar. Soll ich ja noch nicht. Du, umso besser, das Feuer lenkt noch mehr ab. Vielleicht. Am Ende wollen die hier hoch, um sich einen Überblick zu verschaffen. Ne, was wollen die da oben machen? Nicht, dass PD sich um Feuer kümmert. Naja. Solange wir hier unten bleiben und nicht rüber gehen, sehen sie uns eh nicht. Nö. Passt schon. Weißt du, hinten einfach geht das Feuer hoch. Schau dir das an, die Rauchwolke. Und wir bauen hier an. Das ist ja echt massiv lustig. Was haben wir für einen Lack wieder? So, Cooper. Geile Sache, was ihr macht. Lass mal einen Furz drauf. Natürlich. Sehr gerne, Cooper. So. Äh. Jung-Jun. Immer wieder schön hier. Oh, warte mal. Und hier auch immer wieder sehr schön. RP. Dankeschön an Jo-Kuhn. Ist das richtig? So, Alison haben wir ja vorgewiesen. Graz Hund und Lea sind auch noch mit geworden. Ähm. Ey. Bist du für Sturm Graz oder GRK? Ich war damals als Kind immer für Sturm Graz. Da muss ich beim Einfluss noch ein bisschen warten bis zum Dürgen. Warum? Ach. Jetzt müssen die das sehen. Ey. Ich hasse es, wenn es ungleichmäßig ist. Ach so. Na gut. Sepp. Und Dürgen kannst du. Bist du genau fertig wären die letzte. Diese Hupe mach mich fertig. Ey. Sag es, sollte irgendwer rauf fahren, ne? Einfach durch den Funk gehen. Naja. Ich bin ja direkt bei der Auffahrt. Marfoy hat zu 7. Danke auch noch mal für 1 Euro. Vielen Dank. Zockerboy hat zu 7. Weiß Marc Rumpel, dass er einen Dode hat? Nein, weiß er nicht. Und Sven Rumpel weiß das auch nicht. Deshalb war ich letzt mal so verwundert, als das Kartell mich da schockt. Was er geschossen hat mit Sven Rumpel und gesagt haben, grüß mit deinem Bruder. Weil keiner offiziell nachvollziehen kann, dass er der Bruder ist. Das weiß keiner. Es kann auch einfach einer sein, der auch den Nachnamen Rumpel hat. Und halt ein bisschen ähnlich aussieht. Aber es heißt nicht, dass er der Bruder ist. Sven Rumpel wird zweimal gefragt, hast du einen Bruder oder Marc Rumpel? Und darauf antwortet immer, nö. Nicht, dass ich wüsste. Deshalb fand ich das so lustig. So das Kartell ja hier und grüß mit deinem Bruder. Und dann denke ich mir so, hä, woher wissen die das? Kann gar nicht sein. Weil Sven Rumpel und weder Marc Rumpel wissen, dass sie einen Bruder haben. Man kann es nur vermuten, aber man weiß es nicht. Und dann kommt der so und sagt, ja grüß mit meinem Bruder. Und dann ist halt blöd. Ist halt blöd. So, Jannis FN. Kannst du Daniel und Jannis? Grüße Daniel und Jannis. Jawoll. Vor einer Stunde, schau. Vor einer Stunde. Vor einer Stunde. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. So. Wie geht's dir, mein Bester? Luca D, wie geht's gut? Ich hoffe dir auch, lieber Luca D, 0, 0, 7. Jannis FN nochmal mit 99 Cent. Vielen Dank. Und Jannis und Hai sind noch VIP geworden. Und Doggy ist auch VIP geworden. Jannis haut ein Barmer raus. Ich soll mal den Daniel auch noch mitgrüßen. Nochmal und nochmal. Er schreibt, weißt du, er denkt, ich lese das nicht vor. Aber ich lese halt alles vor. Der Arme. Hat ein paar Mal, äh. Ich hatte datet und ich habe es halt nicht vorgelesen bis jetzt. Aber ich grüße Jannis und den Daniel auf jeden Fall. Vielen Dank. Zünselnder Finger. Ich bin auch wieder dabei. Ich weiß nicht, ob das schon mal erwähnt habe. Aber ich habe schon seit 6, 7 Jahren die Grüße aus Niederösterreich. Kuss, kuss. Ne, krass. Ihr seid, ich glaube, GTA 4 Zeiten dabei. Das finde ich ganz irrt. Ne, wobei, 6 Jahre. Eher LSBDFA-Zeiten, oder? So. Das sind die letzten. Dann hoffen wir, dass das hinhaut und dass die Cops dann nicht hochkommen. Weil dann sind wir georscht, wenn die da hochkommen. Also man muss halt genau dann den Moment hier hinten Brand auslösen. Das ist halt so typisch. Wir gehen das erste Mal hier wieder seit Jahren gefühlt irgendwo hier anbauen. Der Spot an sich ist gar nicht mehr so schlecht. Muss ich ihm ehrlich gestehen, weil kein Cop fährt hier oben hin. Keiner. Niemand. Nie passiert. Außer der R1 fliegt drüber. Dann haben wir großes Pech. So, ähm. SithNBK kannst du überhaupt springen? Wegen der Langwaffe. Natürlich, aber du fliegst halt auf die Fresse vielleicht. Schau mal. Wenn du gehst und springst, kannst du auf die Fresse fallen. Ah, wobei, das passiert nur wenn du... Ja doch, ne. Du fliegst auf die Fresse. Egal, ob ich Langwaffe dabei habe oder nicht. Was denn jetzt kein Bunny Hopping auf dem Server gibt. Äh. FXBXTV. Dich kenn ich noch. Bruce geht raus. Den kennen wir noch. Der MC Dooley-Spieler. Danke fürs 4P-Werden. Und Asperus. Da du Andels Treppe kaputt gemacht hast, wird er jetzt zu Andi Böse. Hab ich Andels Treppe kaputt gemacht? Wirklich? Wutballer. Ah ja, stimmt beim Autohaus. Hahaha. Andel die Treppe. Ja, jedes Mal Herzinfarkt mit dem Hupen. Ja, die Sirene macht sich besser. Ne. Hast du Sirenen? Ja, ja. Äh, wenn er mir den Standart schickt, kann ich helfen kommen, falls das sein sollte. Ja, alles gut. Alexa, stell den Timer für 30 Minuten. Okay. 30 Minuten. Okay. Okay. Schass auf, ich ne die doch mit. Der Ort ist aber gut. Das sieht man echt nicht. Hinter den Steinen ist es auch, glaube ich, schon ganz geil. Ja. Und da wo du dich jetzt anbaust, wirst du halt aufpassen, wenn du da von der Straße was sehen könntest. Und die halt höher werden. Wie lange streamst du heute, solange wie Open End ist, solange ich Bock hab. Gibi. Ne solltest du eigentlich nicht sehen. Ich hab einen Waffenschein. Ich hab den immer noch. Die haben mir den noch nie abgenommen gefühlt. Schau mal, Brieftasche. Schau mal, Hunting in the Proof, der ist ausgestellt. Runde Kartoffel und Fuffi MK6 Coulomb. Danke. Wir sind VIP werden. Ich nehme mal das Zeug. Wird sie hier bleiben oder gehen? Ich würde erstmal gehen und dann wieder zurückkommen, oder? Weiterfälle. Das ist der Sound auf der Späne. Oder wir beobachten das vom Weiten. Könnten wir auch machen. Ja. Hast du eine Ei-Uhr? Ja. Habe ich gestellt, ja. Vor 30 Minuten aber. Ja. Reicht das? Ja. Okay. Wir könnten ins Casino gehen. Egal. Ja. Können wir machen. Wollen wir suchen, ob jemand anderes auch noch anbaut. Von dem Genoss. Fähre auch die Möglichkeit. Weißt du? So doppelt gemoppelt einfach. Warte ich denn wahrscheinlich den Dünger hinten raus. Ja. Mach ich auch mal eben. Unter Waffe. Da habe ich meine Show dabei. So. Ich nehme mal eben meine Waffe raus. Ich denke mir so oft in der Wüste anbauen ist eh relativ geil. Weil da schaust du eigentlich nicht nach. Ja. Also ich sag dir ehrlich, ich glaube du könntest wirklich straight hier anbauen. und es würde niemand sehen. Ne. Schau mal hier zum Beispiel. Guck hier vorne. Unter dem Haus. Das Beispiel. Schau mal hier diese. Wow. Hier hinter. Da ist. Das ist halt. Wir will das hier sehen. Siehst du den Berg da hinter dir? Also hinter uns da der Groß. Da oben auf der Spitze haben wir angebaut. Ne. Es fährt auch nie mehr lang so. Weißt du? Nie. Die suchen ja alle wo ganz woanders. Die suchen entweder im Wald oder in den Bergen so. war ich nie hier. Schau mal. Wann fährst du schon hier mal so durch die Strecke? Nie. Ne. Wirklich nie. Wie? Wie? Ich war jetzt seit sechs Minuten das erste Mal durch hier. Schau mal hier hinter. Hinter der Wand hier. Ja. zasicksal. Ja. Jawohl. Seitdem... Das ist vorher eh schon pleite aber scheiße drauf. Ja. Ich habe ich, glaube in vier Monaten das 2023 aber so nicht mehr angebaut oder so. Einfach nur gechillt. Ich habe auch lange nicht mal angebaut. Die letzten Male, wo ich was ein bisschen verdient habe, war durch Raubüberfälle und durch ein bisschen Kochen. Ja. Anbau eher weniger. Tag mehrmals angebaut. Ich habe so 3-4 Monate Pause gemacht, bisschen gechillt mit dem Geld, was ich habe. Ich habe halt nichts mehr, was mir noch kaufen kann. Also ich habe jetzt ja gespart auf eine 40. Der Traum geht jetzt in Erfüllung. Das ist also mein nächstes Ding. Danach wüsste ich gar nicht auch, was ich damit machen soll. Wobei, ich habe noch kein Haus gekauft. Wieso noch kein Offizier ist, das mir gehört. Das habe ich noch nicht gekauft. 2 Häuser auf meinen Namen, aber ich habe bei anderen Häuser noch... Also zu Schlüsseln habe ich eins in den Hills, eins direkt in dem Gelände, eins bei Kirche, neben dem Golfplatz. Dann habe ich eins in Sandy, eins in Mirror Park, eins beim Drogendealer. Ich sehe schon viel. Ja, ja. Hast du schon einen Chatten privaten, so einen Privatchat? Ne, ne. Den, das werde ich mir noch als nächstes kaufen. Ja, siehst du das dann noch was zu sparen. Deshalb baue ich mir noch. Deshalb baue ich jetzt wieder an. Sag mal, hat irgendwer ein Privatchat schon? Ne, ne. Ich habe nie gesehen. Ein Bauer hatte mal einen. Okay. Ich wusste, wer drin ist. Der ist leider verstorben. Oh, ich muss mal da... Jetzt hätten wir den Schlops nehmen können da drin. Da war das der Ehemann drin. Warte. Ne, lass den in den Armen. Da sehen sie ja nichts. Oh, Polizei. Er kriegt eben Ding. Aber ganz schnell. Okay. Wir wollen wie zivilisierte Menschen einfach reingehen. Oh, au. Also wir wollen wie zivilisierte Menschen da reingehen und spielen. Schau mal, der hat doch... Schau dir das an. Der hat einen goldenen VW Golf. Also... Weißt du, das ist einfach traurig. Der geht ins Casino. Das ist wirklich traurig. Der hofft aufs große Geld hier drüber. Der Arme hat schon kein Geld mehr. Wir wollen ihn noch ausrauben. Haha. Der Arme. Ich muss mal schauen. Ich hab noch die Chips von dem Typen, den ich glaube ich ausge... Ja, ich hab die noch. 3000 Chips. Das ist von dem letzten... Dann steht er da mit dem Fahrrad hier. Ja, geil. Schau mal. Das heißt, diese 3000 Chips, die kann ich einfach verspielen. Die tun mir gar nicht weh. 50.000 abheben. So. Wie viel Chips kriege ich für 50.000? 5.000, ne? Genau. Und 5.000 Chips sind was? Ich meine 10.000 sind 1.000 Chips. Genau. Mein ich. 5 Dollar pro Chip ist... Die... Wo ist denn... Ja. Ne. 10.000. 10.000 Chips. Ein Chip 5 Dollar, ja. Ja. Ich kauf erst mal 5.000 Chips. Dann dreh ich mal im Rad und hoff, dass ich was schönes gewinnen. Der letzte hat hier Loser gewonnen. Und... Einmal drehen für den Taui. Jetzt hab ich da richtig gut gehört. Ich wette, ich krieg so entweder Loser oder was zum Trinken. Oh, Geschenk. Ja, ein Wodka, ich sag doch. 1.000 Dollar Wodka natürlich. Was krieg ich? Komm, gönn. Gönn, 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 gönn. Gönn schon. Ich war ewig nicht mehr hier. Gönn, gönn. Lul. Komm, noch einmal. Scheiß drauf. Einmal. Also was, du hab einmal mal leben. Komm schon, bitte. Ich war ewig nicht mehr hier. Wenn ich jetzt Skylis gewinne, dann... Jetzt Auto halt, ne? Wäre halt heftig, wenn du das gewinnst. Komm. Läuft das hier her. 700. Na, komm. Mal probieren hier. Besser als nichts. Auto, 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 Auto. Gib mir das Auto. Ah. 500 Chips. So, und einmal drehe ich noch und dann lass ich den. Dann war das jetzt... Einmal drehe ich auch noch und dann... Dann war das 1.500 Chips, die mir nicht wehtun, weil ich die eh geklaut hatte. Der hat 3.000 Chips geklaut. Ui! 5.000 Chips, Jux! Ich komm gut raus. Alter. Geil. Jetzt hab ich 15.000 Chips zu verspielen. Jetzt wird das hier nix mehr gönnen, nachdem ich hier wieder 5.000 abgestaubt hab. Der hat so sehr geriggt, oder? Ciao. Ja, sag ich doch. Ah, Wodka, Alter. Wodka. Es... Scheiß Wodka hier, Alter. Was hab ich mit Wodka? Also, wir könnten Roulette spielen oder Blackjack. Wobei, Blackjack find ich sogar besser, wenn du mit mehr Leuten spielst. Ja. Also, wenn wir das zu zweit machen. Ich hoffe nur, ich sehe die Tische heute. Ich hab letztes Mal nämlich keine Tische gesehen. Mhm. Die hier sind schon wieder keine Tische da. Dann muss ich nämlich ausrasten. Ah. Ah, ist doch ein Tisch. Ja, ich seh wieder keine Tische. Super. Echt? Ich seh die. Ja, ich seh die nicht. Das ist das, was ich meinte. Ich seh die manchmal nicht. Warum gehen wir zu denen? Warum gehen wir nicht zu den anderen? Ja, ich seh hier gar keinen Tisch. Ich seh nur... Und was mit denen hier? Ich seh den nicht. Ich mach kurz nen Powernap. Ich spiele gleich wieder da. Achso. Warte. Powernapnap. Die fix auf 3.0, by the way. So Vibes für den 40 mal vorgelesen. Jawoll. Ähm. Kannst du meine Freundin Frauke grüßen? Von Michael K. Ich grüße Frauke. Von Michael K. Natürlich. 1 auf 1 zu 7. Danke für den Euro auch. Ravik Kaufmann. Danke fürs VP werden. Luki HD 07. Kann man auf RLO auch mit Controller spielen? Ja, kann man. Ist möglich. Aber ich glaub, dass es die wenigsten machen irgendwie. Ähm. Dankeschön Nop fürs VP werden. Einfach an Nop. Der Lennart. Kaulmann. Nein, ich wusste natürlich, dass du vorlesen wirst. Bester Streamer. Oh Gottseidank. Kann ja sein. Weil viele wissen es vielleicht gar nicht. Kadus. Wenn man schlafen müsste, aber irgendwie nicht will. Das kenn ich irgendwo ja. 1 auf 1 zu 7. Äh. Bis wann denkst du kommt RLO? Ich kann es dir noch nicht sagen. Wir haben einfach angesetzt. Einfach Anfang des Jahres. Ob das wirklich jetzt noch Anfang des Jahres ist. Müssen wir mal gucken. Ja. Schauen wir mal. Sven BK. Äh. Das war auf der Eichirpsprung bezogen. Achso. Okay. Gut. Das kam eigentlich mit dem Kartell raus aus der Windschutzscheibe fliegen. Die sind, also bei mir sah es aus, als wären die aus der Windschutzscheibe geflogen. Aber sie sind aus dem, die sind ausgestiegen. Die sind mit dem Auto gerollt und ausgestiegen. Die haben Fehler gemacht. Aber im Endeffekt haben die dann eh gesagt, also da habe ich, äh, ein bisschen, haben ja rumgeschrieben, da haben die eh gesagt, es war halt nicht so krass fair play gegenüber uns so. Weil wir halt eigentlich, also gegenüber mir, weil ich hatte keine Chance mehr. Die haben mich halt angefahren. Und eigentlich sagt man da, hey komm, äh, steig ein, fahr weiter so. Weil es halt dann fair play wäre. Weil ich ja halt angefahren wurde. Und das ja irgendwie doch so VDM mäßig wäre, wenn man dann drauf eine RP-Situation auf, aufstellt. Aber anscheinend haben die jetzt ein halbes Jahr probiert nach dem, äh, nach mir zu suchen. Warum auch immer. Aber es kam dabei raus, die sind nicht durch die Windschutzscheibe geflogen. Bei mir sah es so aus. Bei anderen im Stream hat man es gesehen. Die sind, äh, aus den, aus den Türen ausgestiegen tatsächlich. Aber deshalb sage ich, äh, nicht immer das RP unterbrechen, sondern das immer im Nachhinein klären. Weil, äh, das hätte dann auch wieder alles unterbrochen müssen, was ich meine. Deshalb ist es immer gut. Alles im Nachhinein klären und nicht währenddessen das abgeht. Deshalb habe ich da auch einfach mitgemacht. Weil oft siehst du Sachen, die dann vielleicht gar nicht so sind. Und das weiß ich alles. Das ist hier wieder eine Abzocke vom allerfeinsten. Hallo. Also Roulette ist ja der größte Schmarrn. Deshalb spiel ich kein Roulette. Das ist auch scheiße. Das kann Roulette spielen, ist wichtig. Du, wir, wir spielen Blackjack, wenn dann. Ist an den, ich dachte wir gehen auf, außer da hinten spielt Roulette. Okay. Dann spiel mal ein bisschen mit hier, Blackjacki. 700, bitte. Oh, jetzt warten. 1.000 Chips. Ah, super hier spiel ich alleine anders. Ja ja. Eine 8! 1.8 Oh Mann. Er ist ne Ast, schau! 1.10 ist gut, weiter! Ja, das ist. Ah ja, gib her! Oh! Perfekt, nimm. Jetzt legt er ne 7% auf, ich hätte was mit dir. Wenn der irgendeine SandCheck hat, mir.. Wenn der jetzt nicht hätte. Ah nee, hat er nicht. Aber es wird jetzt auch ne 20. Was einem Drecksack! Mit nem Asna 2 und was war das, ne 6 oder was? Unglaublich. Komm, jetzt full Einsatz. Was ist maximal Einsatz? Das, was ich habe jetzt. Ich krieg aber 8700. Was? 8000 Chips? Echt? Ich hab jetzt 2000 erstmal gesetzt. Nee, ich hab nur 1200 scheiße. Achso. Ich hab mal 2000 gesetzt, mal schauen, was rauskommt. Oh, ein 10 schön. Ach ne, das ist wirklich ja zu viel der hier. Ach komm ne 15. Da muss ich halten eigentlich. Das ist zu, ne halten. Das ist zu. Fühler. Siegt da sicher ne Ding auf, ne? Ne 20. 2000 Chips weg, danke. Das hast du gar nicht gespielt. Ist auch all in, ja. Naja, irgendwie. Also kann ich hier 4000 Chips setzen, geht das? Hm. Ich geh jetzt grad all in. Ne maximal 4, dann mach ich 3 9. So. 3000 Eure Tipps, Jungs. Oh, Marco, danke für die Mitgliedschaftsverschenkung. Auf jeden Fall, Marco. Das gibt's da, rassier ich die Augenbrauen ab, Alter. Ich hör's dir. 5. Ja, gib mir halt ne 5. Kannst du mir bitte ne 6 geben oder ne 5? Ja 18 halten, aber direkt. Da ist ein 8. Another? Halten. Mach weiter. Ah. Ja. Das ist die Geschwester, die macht jetzt 20 auf oder ne 19. Ja, 100 pro. Ne 14, er geht drüber. 18. Ach komm. Cool. Der Golffahrer geht jetzt schon. Der Arme. Super. Es ist schlimm, dieses Casino macht wirklich süchtig. Das Problem ist, dass der Payout zu niedrig ist hier. Das macht mich komplett fertig. Weißt du, die gewinnen fast immer, kommen mir vor. Wirklich. Oh, endlich mal was geschaut jetzt. Danke. Da ist ein 7. Da ist ein 10. Schau, was ist das für ein Dreck, was mir da hin liegt? Siehst du, was ich mein? Der legt mir wieder Dreck hin und er zieht sich ne 10 aus dem Arsch. Ich hab ne 13. Also, ich geh jetzt noch weit, das bin ich drüber, wett ich. Schau mal. Ah, 21, ich sag nix. Ich halte meine Fresse. Ich halte meine Fresse, ich hab 21. Ich hab 3. Was ist das? Ein 15. Ey, wenn der jetzt 21 zieht, dann raste ich aus dem Tisch und dann stieß ich ihn da um. 21 auf dem Tisch. Okay. Okay. Ich hab 21. Ich auch. Ein 18. Ah, schau mal. Ja, 7600 Chips. Nein, Alter. Ey, ich hab grad richtig hart einen Gewinn gemacht, ne? Welche Platz? Ich hab jetzt 17.000 Chips hab ich jetzt. So gesehen mit 13.000 eingestiegen. Ich brauch wieder früh rein. Ich mach nochmal. Komm, wir machen nochmal hier. 2, 5. 2, 5 legen wir mal hin. Mehr hab ich gar nicht dabei. Was? Wie viel hast du? 2400. Das hab ich jetzt alles reingesetzt. Wenn ich jetzt nicht gewinne. Nein, 3. Auch lecken. 20.000 minus. Lecken, Alter. Eine 3. Jetzt holt das sich ein Ass oder eine 10. Schau. Ass oder 10. Gib mir das Ass. Was? Gib. Bitte. Ich küsse deine Augenbrauen dann. Oh, du arme. Eine 14. Du bist richtig gearscht. Oh, Mann. Oh, eine 15. Weißt du was? Ich halte das lieber. Das ist mir zu riskant. Sonst hat nämlich eine 2. Gib mir eine 7. Bust, I'm afraid. Uiuiui. Gebustet. Du armer. Aber schau mal. Er legt auch nicht besser auf als ich. Jetzt hat er eine 15. Und jetzt geht er drüber, oder? Ne, eine 21. Er leckt mich. Das ist so ein Scam. Der legt mit einer 2, einer 3, einer 6. Ich geh jetzt im Rad. Ja, ich drehe jetzt auch im Rad. Kein Bock mehr hier. Abzocke wirklich. Ich schieb dir deine Karten quer in dein. Ich weiß nicht wohin. Ja, komm her. Alter, du blöde. Ich hab wieder ignoriert. Als wären wir gar nicht da. Als wären wir in Luft. So umgeklatscht gerade. Alexa, wie lange geht der Timer noch? Ja, ja. Casinos bleibt man immer ruhig, finde ich. Also das, was wir hier ausgeben, nehmen wir später wieder ein. Durch die Pflanzen. Ja, wirklich so. Schau mal, wer da am Automaten sitzt. Ist auch traurig, wenn man mit dem Automaten alles verplampert. 5.000, 5.000, 5.000. Komm. Oder Auto, oder Auto. 5.000 oder Auto. 5.000. Ja. Ja, was hast du für ein Glück. 18.000. Ich liebe es. Ich liebe dieses Casino. Ja, jetzt krieg du doch mal. Ja, jetzt krieg ich den Luz, Alter. Ich schwör's dir. Also ich hab belief auf 5.000 oder Auto. Du musst einfach sagen 5.000 oder Auto. Dann geht das. Na komm. Jetzt gib mir den Luz. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Gib mir den Luz. Dann lach dich aus. Ja, ich krieg auch den Luz. Ich schwör's dir. Na, 700. Ciao. Ich mein etwas. Jetzt nochmal. Das ist eine. Na, das seh ich nicht. Ich möchte einen Luz jetzt haben. Komm. Bitte. Einfach einen Luz. Damit ich mich gut fühle. Noch mal 500. Ciao. Das ist fast das Schlechteste. Aber komm. Ich drehe jetzt nochmal. 5.000 oder Auto. 5.000 oder Auto. So, wenn jetzt nochmal 5.000 kommt, dann rass ich aus. Dann gehe ich an den Automaten. Dann verspiele ich das Ganze. Und dann gehst du all in oder was? 1.000. Ja, ich hab mein Money back. Ich kann nochmal drehen. Freespin. So. Jetzt 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. Oder Auto. Oder Auto. Believe. Believe. Ich believe. 5.000 oder Auto. 5.000 oder Auto. Ah, knapp. Ach komm. Knapp. Am 5.000er vorbei. Ja komm. Ich versuche deine Taki. Komm. 5.000 oder Auto. 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 Komm schon. Ja, ja. Freespin. Ja. Sehe ich das früher als du? Kann ich hell sehen? Ja. Ja, perfekt. Soll ich dir schon vorhin ansehen. Was kommt. 5.000 oder Auto. Komm Jakob Hills. 5.000 oder Auto. Komm. 5.000 oder Auto. 10.000 oder Auto. 11.000 oder Auto. 5.000 oder ADA. 5.000 oder auto. 5.000 oder wenigstens. 5.000 oder wenigstens. 5.000 oder 120.000. Ja. Ich auch gerne. Ich mag dich nicht. Ja. Ich spinn euch mal. Ja, spin. Also. Gib mir 5.000 oder Doppelt. Gib mir 5.000 oder Doppelt. Komm, das schaffst du. Ich habe das Gefühl, ich kriege einen Wodka Und ich bekomme ein Ah Wieder 200 So, einfach noch Dann haben wir nur 16.000 Chips Boah, wenn ich jetzt nochmal 5.000 bekomme, dann liebe ich dieses Ding Ja Ja Ich liebe dich Ich liebe dich Ich habe über 20.000 Chips 21.000 Chips, Alter Ja Das musst du erst mal verdauen, diese 5.000 Chips hier Ey, ist ja voll geil, ich kriege hier die ganze Zeit 5.000 Chips Also wenn ich hier den ganzen Tag dran spiele Probier nochmal, vielleicht musst du es betrunken machen Ich bin nur Kaffer Du musst belieben Nicht mal was ich kriege Ah, das kriege ich Vodka Ja Komm, 3 Spins habe ich noch, oder? Ist das Mystery? Ist das die Golden One bei Mystery? Ich weiß es nicht Aber 1100 Ja, komm schon Bitte Bitte, bitte Kriege ich Was ist das? 3-Spin Du, der sitzt da hinten wirklich am Automaten und zockt da, ne? Sehe ich gerade Alter, wenn irgendwer kommt und uns ausrauben will, ich bin so bekifft, ich kann nichts hier Oh, weil du belieft hast Was kriege ich? Ah Weil du belieft hast So, jetzt noch einmal, einmal durchgemacht Einmal durchgemacht Das letzte Mal Egal was jetzt kommt, das ist der letzte Dreher und ich believe jetzt nochmal, dass nochmal die 5000 kommt. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Believe, 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 believe. I believe in 5k. 5000! Ja! Weil ich believed hab. Das war der letzte. Jetzt lass ich's. Jo, okay, komm, einmal mach ich noch. Ich hab jetzt 25.000 Chips. Alter, der ist richtig gönnerisch heute. Der gönnt richtig. Ich hab jetzt 5000 Chips noch. Das ist mein letzter. Du musst belieben, believe. Dann mach ich alles weg. Komm, komm schon. Komm, 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 komm. Ich seh's früher als er. Komm, komm. So ein, du, so ein. Du hast dich beliebt. Du hast dich beliebt. Komm, ich bleibe. Was ist das Problem? Nein, Alter, lass es. Lass es. Das arme Rad. Du musst belieben. Komm, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Believe. Lass, lass dich mal machen, lass dich mal machen. So, jetzt nochmal. Ja, das ist es. Ich beliebe, komm. Jetzt nochmal. Believe in 5000. Believe, believe, believe. Ich beliebe. Dieses Rad gibt jetzt 5000, weil ich dich lieb hab. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist die Sache. 5000. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. 5000, weil ich beliebt hab. Weil ich beliebt hab. Das ist doch nicht möglich. Weil ich beliebt. Ich hab 29.000 Chips. Das ist doch nicht. Ich hab 29.000. Ey, das gibt es nicht. Ich beliebe und es kommt. Ob mich zu parschen jetzt hier. Nein, ich beliebe und es kommt. Ich schwöre, du musst es küssen. Du musst es spüren. Du musst belieben. Komm. Das tut mir so leid. Ich lass es jetzt. Ich bin happy. Ich bin dich jetzt noch einmal. Wenn man so eine Glücksträne hat, soll man es lassen. Du täuscht mich jetzt nicht. Ich leg mich sogar hin. Komm. Ich seh nicht mal was. Das hilft nichts. Du musst belieben. Ich belieb. Komm. Ich bete. Ja, ist. Ey, 10.000. Das ist okay. Damit kannst du leben. Okay. Nee, warte. Das ist sehr gut. 10.000. Komm. Ich leg mich sogar wieder für dich hin. Aua. Ah. Das wird nichts. Soll ich nochmal drehen und probieren? Das allerletzte Mal. Ja, mach. Ich muss jetzt. Aber ich glaube, jetzt wird es nicht mehr. Ich glaube, das Glücksträne ist vorbei. Aber ich werde es probieren. Ich werde nochmal belieben, aber nicht so wie vorhin. So, jetzt nochmal einen Kuss. Ich beliebe in dich, aber ich glaube, das war zu viel heute schon, ne? Ungeschenkt. Wodka. Siehste? Weil ich jetzt gerade nicht beliebt habe. Komm. Das ist wirklich der Letzte. Wirklich. Komm. Krieg sogar einen Kuss, Alter. Ja. Los. Gönn. Gönn es mir. Bitte. Ey, weißt du, das erinnert mich so an diese SpongeBob-Folge mit diesen Seifenblasen, ne? Wo einfach Taddeus alles probiert, um diese Seifenblasen zu kriegen und er schafft es einfach nicht. Okay, nee, komm, einmal muss ich noch. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Ey, da ist das aufgefallen, du kannst 120.000 Dollar gewinnen. Das fällt mir jetzt erst auf. Ja, sie will ich haben. Wie wäre es mit 120.000 Dollar? Ich beliebe. Ah, jetzt gehören wir noch Geschenk, Alter. Dann verkaufe ich mein Bugatti, Alter. Die hätte ich bekommen. Nee, also hätte ich die jetzt bekommen, hätte ich gelacht, Alter. Aber jetzt ist das, wie ich gesagt habe, das Glück ist vorbei. Die Glücksträhne hat irgendwo auch mal sein Ende. Ja, komm. Gönn mir wenigstens 5.000, dass ich nicht mit Gas- hier rausgehe. Komm, 100.000. 120.000. Er kriegt einfach Loot. Komm, Alter. Ja, komm. Nee. Jetzt, ich hau noch mal ein bisschen was in den Automaten und dann frag ich mal hier. Willi, bist das du? Ja, das geht. Bist du süchtig nach dem Automaten? Hm, der Automat könntest du noch. Welchen könntest du empfehlen? Hm, das Rad könntest du am meisten. Das kann ich schon empfehlen. Das Rad, okay. Ich kann, nein, das stimmt nicht. Doch, safe, das Rad ist am besten. Das Rad, aber da geht es um 5.000. Aber meinst du das Automatenrad oder das? Das Rad an sich. Ah, das große Rad, ja, das stimmt. Das könnte am meisten. Willi, komm, ich hab jetzt deinen Segen, okay? Also, wenn ich jetzt mal kacke, dann, keine Ahnung. Ich hab grad die ganze Zeit belieft und hab sehr viel abgestoppt am Rad. Komm. Ey, das wird halt nichts mehr. Weil Willi gesagt hat, das Ding ist gut. Komm, ich hab keine Chips mehr jetzt. Okay, warte, ich beliebe, ich beliebe. Ich beliebe, ich beliebe, ich beliebe, ich beliebe, ich beliebe. Komm, believe, believe, gönn doch, bitte. Das ist eine. Es tut mir so leid für dich, ne? Ne, einmal hab ich jetzt dadurch noch. Ich überlege, ob ich auch noch einmal drehen sollte. Einmal vielleicht, einmal belieben ist das richtig. Komm, lass mich hier nicht mit Minus. Gib mir die 120.000 oder das verdammte Auto. Komm schon, bitte. Gönn's doch. Das ist, warte, lass mich mal, jetzt pass mal auf. Du musst das Rad drehen, pass mal auf. So, liebes Rad. Ich weiß, du hast gerade nicht beliebt, aber jetzt beliebe ich in dich, okay? Ich hab dich lieb, so. Ich beliebe und ich hoffe, dass du mir was Schönes gibst. Wenn du mir was Schönes gibst, dann tue ich dir auch was Schönes. So, jetzt aber. Er hat mir Loser gegeben. Ach komm, leck mich am Arsch. Mann, das ist wirklich... Ey, aber ich bin glücklich. So ein Schmarrn schon wird... Na, ich nicht. Ja, weil ich hier so viel abgest... Ich hab 30.000 von dem Rad bekommen, 30.000 Chips. Jetzt hab ich aber nur noch 26.3, äh, weil er jetzt ein paar Mal abgezockt hat. Äh, das ist doch das, Mann. Ja, ich probier's mal hier. Ist das auch geworden? Nö. Ich bin mit 10.000 reingekommen, jetzt bin ich wieder raus. Das ist sehr belastend. 10 Automatophobie. Ich test mal ein bisschen Automatus. So, ich setz mich an den. 40 Chips. Egal. Aber die Automaten nehmen so gut wie nichts, ne, eigentlich. Äh. Auch 500 Chips gewonnen, dankeschön. Was hast du eigentlich für ein Glück machen? Ja, ich hab auch schon was reinstecken in den Automaten. 80 Chips gewonnen, okay. Ui, nochmal 500 Chips gewonnen, geil. Ja, gut, du steckst da 10.3, ne, pro Spin. Nichts genau, Automat. Guck mal 80 Chips. Das ist nie so der Gönnjami in der Automat, aber hey. Ja, 200 ist okay. Nochmal 80 Chips. Ja, echt, ich krieg jetzt halt 200 zurück. Weil ich immer diesen Diamanten bekomme. Das ist eine Zung, wie viel Glück du hast, ne? Wieder Diamant. Achso. Alexa, stopp. Ja, andere Autos, ich krieg dir nur 80. Alexa, stopp. Nein, 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 nein. Alexa, stopp. Der Automaten, den du hast. Äh, unsere, unsere IOS abgegangen, ne? 500 Chips! Ich mach hier die ganze Zeit plus durch den Automaten. Nein, nein. Nummer 10, unsere IOS abgegangen, wir müssen rüber. Ja, komm. Ja, warte, einmal spinn ich noch hier. Darf ich den Escalate mal fahren? Ich bin da noch nie. Den darfst du gerne fahren, ja? Oh, ich schreie, Uppolla. Der letzte jetzt. Das macht süchtig hier. Hey, aber ich habe 500 Chips gekauft, aber bin wieder mit 500 Chips gerade raus. Beim Automaten. Ist doch was Schönes. Noch kein Minus gemacht. Wie eben zum Beispiel. Mann, ich will noch einmal Diamant probieren. Mehr will ich gar nicht. Schau, jetzt zockt er mich ab. Ich habe vorhin so gut gespielt, da wollte ich aufhören und jetzt... Komm. Da rest du? Und jetzt der letzte. Du bist noch da, ne? So, telefonierst. Ja, ne. Falls du kommst, gleich bei uns noch Pflanzen sind. Hm. Achso. Ah, perfekt. Scheiße. Stefan ist bewusstlos, warte. Stefan ist bewusstlos. Wir sind am Automaten. Nein. Ich bin am Automaten zusammengebrochen. Ja, warte. Ah, das ist so passiert, dass man sich bewusstlos findet, weil man da stecken bleibt in dem Ding. Auf 3-0 gefixt, ne? Ja, wir sind im Casino. Wieso brauchst du den Auflaufen? Ja. Das ist jetzt schlecht. Warte mal, ich versuche mir mal einen Schlüssel rauszuziehen zum Aussperren. Ich drücke mal auf den Aussperrknopf in deiner Hosentasche. Ja, geht nicht. Geht nicht. Nee, funktioniert nicht, Bruder. Geht nicht. Hi, Sir. Hey, schau mal, schau mal, das Struggle. Ja, schau mal. Oh, die Pflanzen, Alter. Ich verstehe es nicht. Er hat am Automaten gespielt. Auf einmal ist er bewusstlos geworden. Ich glaube, der ist unter Zuckert. Wir haben festgesteckt. Ich habe mich zu sehr gefreut, Alter. Oder dehydriert. Ich glaube, ich bin in den Automaten reingebackt. Das ist eigentlich nicht witzig, aber er lag auf einmal auf dem Stuhl. Ah, geil. Es ist eigentlich wirklich nicht witzig. Ich fahre mich bitte nicht um. Ich denke. Willst du fahren, soll ich? Warte. Ah, alles gut, ich fahre schon. Okay. Um Tod, ihr habt einen Bug irgendwo. Äh, was? Nein. Das ist doch nicht möglich. Das ist nicht möglich. Ist doch einer da? Das war gerade Bugs, der Urusvater, was jetzt gerade passiert ist. Double Bug. Das war ein Double Bug. Ist es auf einmal da. Ich will nämlich keinen Selbstsupport machen. Hast du gemacht? Wie? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein Dispatch. Ja, mach ich. Unsere Pflanzen, Alter. Durch zwei Bugs, ey. Wie lange habt ihr noch? Ja, die sind schon fertig. Ah, da kommt schon der Hoblitz, ja. Ah, hallo. Was zum Teufel? Doch, kein Dispatch an SPD, oder? Äh, ich glaube nicht. Er ist eingestiegen und plötzlich hat sich das Auto aufs Dach gelegt. Er ist eingestiegen. Äh, Edi. War ich vielleicht Kurt in der Hand? Äh, weil ich vielleicht Mark in der Hand habe. Ja, hörst du mich? Was Kurt in der Hand habt, Sir? Ja, wir hören dich. Man hört dich. Ja, ich bin eingestiegen. Steig mal aus. Okay. Das war jetzt ein Double Bug. Ah, es ist, weil ich ihn in der Hand habe. Scheiße. Darf ich mal einsteigen, um zu schauen, ob es wegen ihm ist? Mach mal. Steig mal ein. Warte. Äh, ich vermute ja. Du musst aufmachen. Ja, eins liegt an ihn. Echt? Nee, ich stehe nochmal. Ach, du einen. Nee, jetzt liegt an ihn. Das Auto ist hinten. Lass die mal los. Boah, war das liebevoll. Ach, ist das, weil er zufällig hinfällt? Obwohl er bewusstlos ist? Weil eigentlich bleiben die doch dann... Eigentlich bleiben die so, wie sie sind. Ah, ja, jetzt nicht mehr. Jetzt, jetzt, jetzt. Was ist, wenn ich jetzt einsteige? Lass sie mal los. Lass sie mal los. Guck dir mal. Ach so. Hallo. Nee. Hatt doch. Warte. Lass sie mal los. Lass sie mal los. War der Ton? Ich weiß nicht, ist der Ton? Nee, da. Keine Ahnung, er steht. Ah, ah. Er läuft. Hallo. Äh, ich... Was ist da unten? Es ist was ziemlich Dummes eigentlich schon, aber es ist was Dummes passiert. Ich bin in dem... In dem, ähm... Guck mal. Ich bin in dem Automatenfest geglitscht und bin deshalb gestorben. Also eigentlich hätte ich da schon euch rufen können, aber ich dachte mir so, nee, komm, wir lassen uns zum Krankenhaus fahren. Aber als ich jetzt da auch noch wegen demselben Problem hier nochmal überschlagen habe, dachte ich mir so, okay. Das ist auch hier passiert, wo du im Homeland-Fahrzeug warst. Ja, es war ganz weird, weil ich war da, ich bin, ich habe aufgehört zu spielen, auf einmal stecke ich in dem Automaten drin und ich sterbe einfach. Ach du Heidi. Ey, das ist ein Bug irgendwie. Okay, also wenn uns okay ist, das machen wir so weiter, das ist auch nicht das Problem, aber dann stellt das Ding wieder richtig hin. Ja, okay, wir müssen los, sonst sind die gleich weg. Ja, ja. Okay, danke. Ja, ja. Also ich, 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 ich wollte das nicht Homeland rufen, wenn wir gedacht haben, ach komm, scheiß drauf, ach so ist ja meins. Ich hab mir gedacht, ach komm, scheiß drauf, dann fahr mal schnell rüber, aber als das jetzt passiert ist, ich konnte gar nicht so lang. Mach nochmal zu und auf. Nee, du, wenn das so ist, dann fahr ich einfach rüber. Scheiß drauf. Ja, nochmal zu und auf. Ja, ja. Warte. Darf ich einfach kurz durch? Einfach doppelt gemoppelt gerade. Ich weiß, das war vielleicht, weil ich einfach zu viel Glück hatte. Das letzte Mal einfach nicht gegönnt, der Automat. Ich weiß nicht. Ich hab jetzt 26.890 Spielchips, ich loswerden will. Der hüpft aber, Alter. Der hüpft? Der hat eine sehr weiche Federung. Ach so, ja, ja, warte. Ich schreibe morgen wieder, äh, Englisch-Kurzarbeit, wie letztens. Brauchen ein Mode für Fußmausspüle, ne? Wir brauchen einen, stimmt. Die Fußmausspüle, danke fürs Resuppen. Magda nun frag mal Alexa, kannst du... Nee, bitte nicht, dann geht das Ding ab. Die vor allem, die hört nicht mehr auf zu reden, wenn ich die anspreche. Sag die eine Tür zur anderen, sorry, dass ich zu spät bin, ich wurde aufgehalten. Ich schau ja da aus, dass du einfach auf dem Stuhl umgekippt bist. Also lag es einfach so wie im Besorgen auf dem Stuhl dann drauf. Ey, vielleicht zu viel Adrenalin oder so, weißt du? Das Überschluss ist einfach komplett zusammengeklappt da drin. Fox Spy, danke fürs VIP-Gern, vielen, vielen Dank. Kannst du als Polizist einen Tesla Cybertruck fahren? Das wäre mal lustig, aber ja, können wir mal probieren. Mal gucken, der überschlägt sich also ja schnell, ne? Da würde ich aufpassen, ja. Noch da, schau. Maske aufziehen? Ja, ja, vergessen. So. Ja, Benni, deine Duni habe ich gerade vorgelesen. Gerade eben vorhin. Gerade fragt. Im Chat. Laura, die Evel, danke nochmal für den Euro. Der Doggo, habt ihr einen Alpina B5 E60? Das ist ein sehr geiles, das haben wir leider nicht. Das ist ein sehr geiles Auto. Ja. Egal, wie doof dein Gegenüber ist, gegenüber von, was? Kaleis ist dover. Und, oh mein Gott. Und Fehn, der Wortschatz, ist schon ein kleines Mango. Ja, das ist ein perfekter Stream. Dankeschön. Ja, also das, der Glitch da gerade da drin, der hat mich gerade echt glücklich gemacht. Wie ich da in diesem Automaten drin geglitscht bin, einfach zusammengebrochen bin. Weißt du, was ich glaube? Das ist, wenn du, ich glaube, diese Taste drückst hier, den Komma oder so. Und dann brichst du irgendwie da zusammen oder ich weiß nicht. Ganz komisch. Müssen wir nochmal ausprobieren, wie ich das zustande gebracht habe. Noch nie passiert. Ich habe schon mal Leute gehört, die auch da zusammengebrochen sind. Das ist so blöd einfach. Einfach so blöd wieder mal. Passiert wieder nur mir, weißt du? Passiert wieder nur mir sowas. Da brauchen wir auch noch ein bisschen Geld mit. Siehste? Oh, warte. Mein Dings ist jetzt aus. Mein Neboggerät. Ups, mein Funkgerät war jetzt aus. Perfekt. Es raucht drüben noch immer, ne? Raucht noch immer? Ach, brennt noch immer. Ja, ja, bei uns gegenüber raucht es. Perfekt. Voll lachgebekommen, was mir mal gegen den Automaten geklatscht ist, ja. Danke. So muss das ja wieder sein, ne? Und dieser Double Bug einfach, dann bin ich so festgeglitscht bei ihm, dass sich das Auto noch überschlagen hat. Also das war jetzt alles für die Katz eigentlich. Wirklich für die Katz. Das nächste Mal ausspielen alles. Das wäre so assig gewesen, wenn wir das ausspielen müssen, weil wir die Pflanzen weg gewesen, weißt du? Weil ich irgendwie in zwei Bugs, die uns passiert sind. Zuerst sterbe ich am Automaten und dann flippt sich das Auto, weil ich am Automaten gereckt bin. Das ist ja... Hätte ich mir auch gesagt. Ne, da spiele ich jetzt aber auch nicht mehr mit. Gar kein Bock mehr drauf. Boah, so. Der Double Flip. Flip, flip. Muss gleich Schule. Könnt ihr kritisch werden. Warte, du musst jetzt um die Uhr zu in die Schule. Um 0 Uhr 22. Jetzt dann gleich geht's los. Das heißt gleich ein paar Stunden eigentlich, ja. So früh aufstehen musst. Irgendwer funkt dauerhaft gerade. Was ist mit dem Funk? Irgendwer hat gerade dauergefunkt. Nope. Doch. Bei mir schon. Ich weiß nicht, was du hörst, aber gut. Wann hör ich und welche Geister, keine Ahnung. Wie lange wird der Funk in den Shop verfügbar sein? Solange es ihn gibt... Hier hat keiner Dauer gefunkt oder allgemein gefunkt. Er wird ja doch produziert. Also wir schauen, wie viele Leute vorbestellen und auf die Produktzeile tun wir es dann produzieren. Und wenn er irgendwann mal ausverkauft ist, dann müssen wir irgendwann mal nachproduzieren. Aber ich glaube nicht, dass wir den irgendwann rausnehmen werden. Wie viel stellst du auf die Eieruhr? Ich stelle mal 30 Minuten. Alexa, stell einen Timer für 30 Minuten. Fahre ich meistens drauf und bei 28 Minuten fahre ich dann los, je nachdem, wo ich angebaut habe. Okay, preist. Mal sehen, wie ich ihn hier durchjagen kann. Ja, ich würde nicht mehr drücken, gute Nacht. Danke, Hilfers. Dann fangen wir doch mal ins Casino zurück, weil ich mir meine Chips verkaufen, dass die ich es immer dabei habe. Ja, ja. Hast du es euch vielleicht irgendwo im Ausgaube oder das Ding weg? Ich meine, was sind denn 26.000 Chips? Das ist schon viel. 5.000 sind 25.000. Also bis bei 150.000. Alter, heftig. Sagen wir mal, 25.000 durch 5 sind 5, 5 mal 25.000 sind 100, äh sind 100, ne sind 125.000. Denken Sie, ich habe 50.000 einbezahlt, 3.000 hatte ich so, bin ich geklaut. Schon ein guter Gewinn. Definitiv. Das erste, was ich mal nicht so richtig hart abgezockt wurde. Ja. Ich, keine Ahnung. Ich hatte auch mal eine Zeit lang wirklich Glück im Casino. Äh, aber heute hat es mich einfach gerissen. Ich will gar nicht wissen, wie es mir auf dich schon abgezockt wurde von teilweise Millionen von Dollar. Hm. Ist das eigentlich jetzt ein Witz, was ich da rausbekomme, was ich da reingesteckt habe? Siehst du, Adlerauge, Alter. War das in der Kuh oder was? Nein, da ist ein Kopf von uns. Was? Wo? Da vorne. Alter, Vekli, oha. Das ist eigentlich Adlerauge. Oh, heftig, habe ich gar nicht gesehen. Ja, den Führerschein hat, aber wenn der mich anhält, dann... Warte, ich mach mir mal eine Maske runter. Muss der Kopf-Sanada zu seinen Augen sagen. Wer extra langsam fährt. Ist das? Ich würde extra langsam. Nerven nicht. Boah, weißt du, dass wir auch vom LAPD sind? Du wirst nicht. So, Kollege. Äh, äh. Weiter jetzt, Alter. Wir wollen nur zum Casino. Alles gut. Lass es gefahren. Ui. LOL, 103, hab heute Englischarbeit. Da wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg bei der Englischarbeit, mein Lieber. Viel Erfolg. Oh, da ist uns alles stehen geblieben, siehste. Steht direkt gegenüber von uns. Ich wette was mit dir, der fährt jetzt hier dran vorbei. Jetzt sieht er in der Maske aus, sonst denkt er noch. Weiß nicht was. Oh, hier steht der Feuer. Guck jetzt ab. Wie geht's ab? Guck. Oder auch nicht. Nee, er fällt weiter. Ich hätte jetzt alles verwöhnt, dass er nichts abbiegt. We are the kids. We get the power. Ach komm, wenn wir schon da sind, einmal dreh ich noch. So, weil ich in dich belieft habe, ja. Weil ich in dich so krass belieft habe, dreh ich noch einmal. Und dann lass ich's. Direktstück. Weißt du was, du bist ein Direktstück. Ich beliefe nicht in dich. Ich beliefe nicht in dich, weil du fake bist. Du gaukelst das vor, was du nicht bist. Ja, dass du nämlich Glück bringst. Ich beliefe nicht. Das ist der Sound, aber ich spende. Mal mal, das ist der Fall. Ach komm, ein noch, der letzte, der letzte. Ich kann nicht aufhören, das macht so süchtig, das Ding. Jetzt habe ich nur noch 24.000 Chips, weil ich beliefe. Ach komm, 1.000 kaufe ich noch. Belief, 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 belief. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, bitte, bitte. Okay, jetzt aber bin ich der allerletzte, jetzt bin ich dran. So, jetzt aber wirklich und dann reicht's. Der letzte und dann gehe ich hier wirklich von weg. Jetzt habe ich nur noch 23.800 Chips und dann war's das. Ach, leck mich hart, Alter. Den Automaten gehe ich mir nicht mehr. Belief, 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 Marc, belief. Ich beliefe, ich beliefe. Bitte, komm, 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 komm schon. Ich fall sogar hin für dich. Nein. Gönnen. Nein. Okay, ich will nur einmal, einmal, einmal. Ich spreche am Automaten. Der letzte Believer, der letzte, komm, der allerletzte. Aber pass auf am Automaten. Wenn ich jetzt 5.000 bekomme, dann bin ich wirklich glücklich. Dann höre ich auf zum Drehen. Ich schwöre dir, ich höre auf zum Drehen, Bruder. Ich schwöre. Bruder, ich schwöre, wenn du jetzt gibst, ich schwöre, ich höre einfach auf zu Drehen. Ich habe noch, dann habe ich eh wieder gleich viel wie vorhin. Bitte, ich schwöre auf alles, wenn du jetzt nochmal 5.000 gibst, bitte. Okay, letzte, wirklich. Also, schau mal, wenn ich jetzt 5.000 bekomme, drehe ich nie wieder. Ich verspreche es dir. Ich habe jetzt nur noch 21.000 Chips. Bruder, ich schwöre. Ich schwöre, ich beliefe in dich und ich schwöre, ich höre auf. Ich schwöre auf, ich schwöre auf, ich schwöre auf. Okay, ich lasse es jetzt die, was ist das ganze Geld am Heck? Ich habe viel zu viel reingesteckt jetzt. 1.500. Ach komm, weißt du was? Jetzt habe ich 100.000 Dollar. Komm, einmal drehe ich noch der letzte. Und wenn der jetzt nicht funzt, ist mir das komplett egal. Das darf mich jetzt einfach nicht, das darf mich jetzt einfach nicht, das darf mich jetzt einfach nicht belasten, weißt du? Also, ich habe vorhin belieft und ich beliefe jetzt auch noch. Oh, neckt mich am Arsch, Alter. 790 Chips habe ich noch. Und die ballere ich jetzt in irgendein scheiß Automat. Oh, Chips. Wo ist denn der nächste, der hier so kacke ist? 3.000 Junge. Was, laber nicht. Ja. Alter, laber nicht. 3.000. Du bist an diesen Diamond Automaten, ne? Ich suche den gerade. Geil. Hier ist einer. Ich hoffe, ich breche jetzt nicht wieder zusammen hier. Nein, nicht an die, für ein Fallchen. Ja, aufstehen. Oder jetzt beliebig. Die letzten Chips. Ja, ist egal, Leute, es geht eh um nichts. Ich hinten schreien höre. 7. Oh, nein. Ey, gewonnen. Ja, 200 Chips. Pendebo, gestern war Schrottwichten im Kindergarten. Wir sind jetzt die Eltern von Klein Kevin. Schrottwichten. Von Klein Kevin. Oh, ist schon mal schön. Ja, wünsche mir einfach viel Spaß mit dem Kevin. Also Klein Kevin. Ich hoffe, wie er hinten reinhaut. Oh. Ah, nee. 500? Noch mal 2.000? Alter, leck mich. Gibt's doch nicht. Das ist, weil du in meinem Automaten spielst. Weißt du, was du kriegen kannst, ist die drei großen Diamanten hier, ne? Ja, ach, schade. Vielleicht diese drei großen Diamanten kriegen würde, das wäre ein heftiger Win. Oder die Glocken wären ja auch schon geil. Cherry ist auch vorbei. Ja, also man merkt, also selbst in GTA, du bist, du bist süchtig von dem Scheiß. Du seid echt aufhörst. Deshalb, ich würde niemals in so ein Casino gehen. Oder gambeln oder sowas. Man sieht ja in GTA selbst, Alter. Selbst in GTA bist du davon süchtig. Du kannst einfach nicht aufhören, weil du immer denkst, du wirst dein Geld verdoppeln und so. Und gerade wenn du verloren hast, wirst du umso mehr reinstecken. Das ist das Problem beim Glücksspiel. 1.000 Chips, weil ich belieft hab. So, Lennart, Kau, immer gute Nacht. Schönes Team noch. Dankeschön. 20 Euro Superchat, vielen, vielen Dank. Vielen Reizdarm. Aber nicht der Automat, der gönnt nicht. Oh. Ach, komm. Schau dir das an, die zwei. Die zwei hätten nur ein bisschen rastern müssen nach unten. Noch eine Wassermillion. 4 Mann. Oh. Oh. 5 100 Chips, Alter. 5 mal 50 wäre so geil. Noch eine Kitsch, komm. 4 Mann, wenn ich. Alter. Gönnt nicht. Dann doch. Noch eine Glocke. Noch eine. Noch eine. Noch eine. Noch eine Glocke. Noch eine. Noch eine. Noch eine. Oh. Komm. Komm. Noch eine. Noch eine. Noch eine. 5.000 Chips, Junge. 5.000. Ja. Ja. Nur Glück, Alter. Ja. Ich hab jetzt. Ey, Bruder. Ich hab jetzt meine Chips, die ich grad verloren hab, an dem Spinning Wheel, hab ich wieder zurück. Ich hab 6600 Chips wieder zurückbekommen. Ja. Ich hatte nur noch 700 Chips übrig. Ja. Jetzt reicht's aber bei mir. Komm. Wobei, komm. Einen spinne ich hier noch durch. Und dann lass ich's. Noch eine. Noch eine. Noch eine. Den. Den spinne ich nochmal und dann lass ich. Dann war's das für mich im Casino. Dann war's das. Dann bin ich jetzt einfach nur glücklich und lucky, Alter. So. Gönnjermin. Jetzt nochmal 5.000. Und dann gehen wir raus. Ach, komm. Weißt du was? Weil er mir keinen Gewinn gibt. Einen mach ich noch und dann lass ich's. Komm, komm, komm. Na wirklich. Dann lass ich's wirklich. Egal, ob ein Loser gibt's. Zweimal. Zweimal. Melone. Noch eine. Noch eine. Noch eine. Ach, da ist er. Komm. Voll jetzt das würden. Ich will nicht als Loser rausgehen. Und? Ich will einfach nicht als Loser-Bilder nicht hier rausgehen, Leute. Das geht's. Auch wenn es nur 200 Chips sind. Wisst ihr, was ich meine? Ich will einfach nicht als Loser hier rausgehen, wo ein dickes L draufsteht. Ja, komm. Das reicht mit 200 Chips. Alter, letzter jetzt. Komm. Letzter. Also ich balle nochmal in die Maschine rein. Letzter, letzter. 7. Noch eine. Scheiße, einfach. Ja, Leute. Das ist die Suchsitzung. Seht ihr, jetzt will ich da wieder mein Geld zurückholen im Automat. Das ist ganz schlimm. Der hat einen Einsatz von 20. Der hat einen Einsatz von 5. Ganz schlimm ist das. Das ist wirklich ganz schlimm. 40, 30, 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 50, 30, 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 31, 30, 30, 30, 30, 30. Da haut das Glücksspiel ganz schön rein. Gib mir nur ein Chako. Florian Schneider, danke fürs Cook include. Vielen, vielen Dank auch dafür. Ui. Alter, komm. Das wird schön gewesen. Wenn ich nochmal diese drei Diamanten olabilir nicht, mach ich mal 50. 7 Der gönnt nicht, hörne Gitarre, Gitarre Noch eine, komm noch eine, noch eine Hallo So 4.350 Einmal spinnig, komm Spin, 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 spin Nix gescheits, Alter Diese Automaten müssen mal besser eingestellt werden Die geben mir nichts gescheits Ihr habt nicht zufällig jemanden gesehen, der so aussieht wie ich Nur mit Blau, Violett Farbe Mark, ich sag's, ich hab die neue Taktik Ich hab gerade Hab mich an den Automaten gesetzt Und 5000 Chips gewonnen Oh mein Gott Junge, also Das ist jetzt mein lucky Ding Nee, aber haben wir nicht gesehen so jemanden Wir sind schon den ganzen Tag hier Und Ja, wir kommen direkt an den nächsten Automaten Und nochmal an den Automaten, Alter Setz dich hin hier Komm Was krieg ich Und direkt einen Spin drauf Ah Loser, scheiße Komm Komm Ja, jetzt hab ich die Chips auf Gewonnen Noch einmal die Taktik Loser, er gönnt jetzt gar nicht mehr bei mir, der Automat da hinten Oh Ich schau dem Rad jetzt von hinten zu Komm schon Wenn ich mein Gewinn Gönn es mir Gönn Gönn einfach Gönn einfach, bitte 200 Er will nicht Ah komm Ein letzter Spin, dann geh ich wieder an den Automaten Jetzt renn ich Wird so viel zu tun, dass ich vielleicht niemals gesehen, dass wir das machen Ja, aber geht es ja Gott sei Dank um kein echtes Geld oder Spinnen Oder ich das in echt machen würde, aber heftig Gott sei Dank nur in GTA Da habe ich kein schlechtes Gewissen bei Weil in GTA kann es, also bei uns auf dem Server gibt es ja kein echtes Geld Zum Glück Das ist alles so Spielgeld Aber umso mehr sieht man, wie schlecht Glücksspielen ist, ne? Weil du gehst ja trotzdem wieder an den Automaten und denkst, ach ich hole das Geld wieder rein Das ist halt Und am Ende gewinnt dann das Casino, weißt du Da siehst du, man sollte nicht in Casinos gehen und sein Geld verzocken Vor allem nicht in Online-Casinos Man kommt Majestic, Troll und mit Cisco Bei der besten Streamer, mach weiter so Couscous Mal sehen, vielleicht die nächsten Tage Wir werden auf jeden Fall was für Korn Machen wir was aus, zahmen Ey, der gönnt halt nichts mehr, gib dir das Zuerst hat er so richtig geil gegönnt und dann sagt er, nö, kein Bock mehr Schau mal Die Ex hat sogar noch daneben Haut Mit den, mit den Dings Florian Schneider, guten Abend Brian, Natur, wir danken mal für deine Doni Für zwei Euründchen Die Freundin Sören grüße ich, jawohl Du bist doch verarschen, der Automat hier, oder? So, einmal lasse ich noch durchspinnen und dann gehe ich woanders hin Und was habe ich? Verarschen, wie viele habe ich denn jetzt noch? Wie viele Chips, Alter, 2006 Ja, nicht so schlimm wie gedacht jetzt gerade, aber trotzdem Geht hier nochmal zu dem hier Ob ich vorhin abgereckt bin Ich hoffe, ich recke jetzt nicht nochmal ab an dem Teil Äh, Spindern Ding, ja Kommt mir sympathischer, der Automat Auch wenn ich davon abgereckt bin Ja, äh, direkt sympathisch hier Mein Bruder hat einmal gespielt und dann hat er noch 15 Euro gewonnen, Lul Ja, aber das Problem ist Nicht das ist das Problem Du kannst auch mal Glück haben Es gibt auch Leute, die gehen mal ins Casino, spielen Roulette und kommen mit 1000 Euro wieder raus Und gewinnen das Ding Aber das Problem ist, im großen Ganzen ist Wenn du im Casino mal verlierst Da hast du immer dieses Gefühl Ja, dann verdoppel ich das wieder und verdoppel Dann kriege ich das vielleicht wieder raus Wo bist du hin, war Anderer Automat Da, wo ich vorhin ein Problem hatte Ah Kippt mich schon wieder rum Ne, ne Ne, und dann kann es passieren, dass du halt immer weiter und weiterspießen Bitte, gönn's Loser, ne Ja, wieder nichts Also vorhin so geil gewonnen an dem anderen Automaten drüben Und jetzt, seitdem ich jetzt einmal einen fetten Winner hatte, gönnt er mir nicht mehr Das wüsste er erst Also er geht mit Absicht daneben, der Pipi-Mann Das ist der Sound auf der Spende Ah Ah, nee Schon wieder ein Wodka Was soll ich denn mit dem Wodka? Ja, trinken Wie viele Chips hab ich noch? 1.500 Gramm 1.500 Gramm Das war der Chips Maiko Meister, ach komm, einer geht doch Vielen Dank, Maiko Meister Dankeschön, ja Ja Was will ich alles machen? Und abwarten, bis das endlich weiter geht, aber ich glaub gleich hab ich keine Chips mehr Wenn ich so weitermach Aber Casino gewinnen im Durchschnitt immer, das ist ja das Problem Würden die Casinos ja keinen Gewinn machen Dann würde doch keiner ein Casino aufmachen, Leute Also wenn man logisch denkt, müsste die Mehrheit ja Verlust machen Das ist ja das Ding Das ist es ja, das ist ja das Problem Warum das Casino immer gewinnt am Ende des Tages Weil die immer Gewinn machen Das ist nicht mal wenig Also wenn ich das mir ansehe, was die Streamer für Deals bekommen Das ist ja, äh, mega krank Dann weißt du, was diese Casinos eigentlich an Gewinn machen müssen Dass sich sowas überprintiert, dass die dort, äh, streamen Also das ist halt, das ist halt traurig eigentlich so Dass ein Casino so viel Oh, oh Oh, nee Dass sie so viel Umsatz machen Aber ich glaube, Leute, die so Casino spielen, sind meistens so langweilig Ich weiß nicht, was sie, was sie so tun sollen, wisst ihr So Ich weiß nicht, wer zockt denn sonst Casino Und wegen dem Nervenkitzel, denke ich halt Dass das sehr viele machen Aber ich würde halt niemals Ich würde nicht mal einen Euro in so ein Casino investieren Nicht mal das würde ich machen Ich weiß nicht Mir reicht das, wenn ich in so ein, ähm, Arcade gehe In Italien gibt es das ja öfters Da kannst du so Chetons kaufen Aber du weißt, du kriegst das Geld nicht mehr wieder Und du kannst die Chetons eintauschen dann Ähm Also wenn du dann Gewinne machst Du kriegst diese Tickets in einem Arcade Und kannst diese Tickets dann eintauschen Gegen so, ja, Klump-Spielzeug, kann man ehrlich sagen Du kriegst eigentlich so einen Klump Mehr nicht Aber da weißt du halt Du kannst dein Geld nicht verdoppeln oder sonst was Äh, das kriegst du nie mehr wieder Du kriegst dort halt, ich weiß nicht, so ein Plüschtier oder was Für ganz viele Tickets Aber das war's dann auch schon Also da viele vergleichen zum Beispiel so, ähm FIFA-Packs mit Casino Wo ich mir so denke Das kannst du nicht vergleichen So FIFA-Packs Da weißt du, du gibst das Geld aus Und du kriegst das Geld nie mehr wieder Bei einem Casino geht's ja darum, dass du halt Geld reinballerst Und Du ja wieder mehr Geld rauskriegen willst Und das ist ja scheiß, ne Bei FIFA-Packs, wenn ich 1000 Euro für FIFA-Packs ausgib Weiß ich, krieg's nie mehr wieder Ich hab dann zwar so einen Spinner wie hier Wo ich dann, ähm, durchrolle Aber ich weiß, ich krieg dafür kein echtes Geld mehr zurück Und ich kann dann auch nicht drauf hoffen Dass ich das verdoppelt oder verdreifache Oh, jetzt ist mein Ding stecken geblieben Perfekt Da gibt ja sehr viele, die sagen Ja, dieses FIFA-Packs-Öffner ist das gleiche wie Online-Casino Das einzige, was es vielleicht ist Vielleicht, dass es ein paar Leute süchtig macht Weil du halt auf Glücksspiel doch aus bist Aber es ist halt nie so, bei weit nicht so schlimm Wenn du in einem Casino bist, ne Wo es halt um echtes Geld geht Hallo Test Bin ich jetzt abgestürzt? Test Ja Geht's euch gut? Bei mir ist alles gut, bei dir? Bei mir war's gerade etwas komisch Bei mir allerdings aber auch Okay War nicht nur bei dir Hab irgendwie meinen Automaten angestarrt Und irgendwas zu machen Haben wir auch gegessen, wenn wir mit dem Automaten los Ja Was der hell war das denn gerade? Schluck auf des Todes oder was? Gerade im Server Du brauchst euch aber gleich nahe, was da los ist Dem gehe ich mal auf den Grund, dem war das Problem, was da gerade war Komm Gönn schon Bitte 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 gönn's mir Komm, ich ess sogar auf dich in der Pizza 10.000 Dollar 10.000 Dollar Kuss Komm Jetzt trinkst du meine Reddorsche auf dich Komm schon Gönn's Ich schätze aber nicht in der Serverkonsole, was das war Keine Ahnung Das war gerade richtig hart strange 5.000 Chips Das war immer gerade richtig hart strange, was das gerade war Das war mir so richtig Äh, kurz ein Disconnect gehabt vom Server, glaube ich so Ganz kurz aber, ne? Ich hab nie gehabt Auch wenn ich Komm Eine Pizza haue ich mir rein, obwohl ich keinen Hunger habe Gönn Also ich kann auch gar nicht mehr Ich habe nur 99 Chips Ich würde noch gerne einmal drehen, weißt du, so am Ende Letzter Spin Ich lehre dich an Gönn mir die 100.000 oder 5.000 100.000, 5.000 100.000 oder 5.000 100.000 oder 5.000 Komm Gönn 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 1.000 Okay Prespin Okay 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 Ja, 500 Chips Ja, ich kann wieder drehen Gönn 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 Was ist der Sound Er hast du heute überhaupt schon mal die 5.000 bekommen Ja, doch Jetzt gerade eben Ja, warte Lass mich auch mal drehen Ich hatte mal die letzten 1.000 für mich Das sind die allerletzten Wenn ich jetzt nichts rauskriege, ist auch okay Das ist auch schön warm Ich hatte nämlich vorhin schon 6.000 Chips, die ich alle wieder verspielt Aber ich hatte mal Spaß Ey, nochmal Freespinnen Den mache ich nochmal mit Das war ein Zeichen, dass ich jetzt Wodka bekomme Ich werde etwas mit Ich kriege 200 pro so einen Wodka reingeschallert Oder einen Loser Hast du eine Eieruhr gemacht? Ja, ja Achso, perfekt Nochmal 1.000, nochmal ein Freespinnen Alter, wollt ihr mich verarschen jetzt? Ich will doch nur Ich will doch meinen Wodka und meinen Loser abholen Komm, ich kaufe mir jetzt nur 200 Chips Und dann Dann war es das, ne? Das sagen wir schon die ganze Zeit, dann war es das Alter, nochmal 200 Chips Dass ich die wieder schön am Automaten verspielen gehe Das ist wieder so logisch Wart nur bis die Eieruhr fertig ist, wenn wir die Sachen holen Bevor wir ins Casino gehen, kommt der Das ist wirklich Ihr letzter Spin Ich bin richtig Komm, bitte Gönn Gönn es Er probiert sein Best Er gönnt nicht mehr Die Zeit sind vorüber Gönn Gönn 8 Emeralds Ja, geil Ey, gut Die sind echt was wert Ich bin 1 neben 120.000 Aber auch wirklich 1 Zentimeter daneben Guck dir das bitte an Einen verdammten Zentimeter Alter Das ist Alter, 100 Ey, das wäre heftig gewesen 120.000 Er will das Komm, komm, komm Ich leg mich nochmal auf die Presse für dich Komm schon Ob das was wird Komm, ich hab mich wieder hingelegt Bitte 200 Jetzt ist wirklich mein letzter Jetzt ist wirklich mein letzter Ja, ja, das haben wir alle Die ganze Zeit, dass es unser letzter ist Wirklich Ich komm wenigstens mit Gewinn raus Ich nicht Aber egal Bitte Du arme, du arme Alter Nee, 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 nee Ich verkaufe Eismann, ich bin auch ins Casino gegangen Mit 300 nach 50 100 gewonnen Und danach alles weg Nie wieder Ja, du kannst aber auch Glauben mal Glück haben Das ist ja das Ding bei Casino Ich denk mir so Wenn du in so ein Casino gehst Ähm Ich find's zum Beispiel nicht schlimm Wenn du sagst Du gehst einmal im Jahr ins Casino So Just for fun Und du gehst ja zum Beispiel Du setzt ja zum Beispiel fest Du hast 200 Euro zum Ausgeben Die gibst du aus im Casino Und dabei bleibst du Dass du nicht mehr reinsteckst In Casino in diesem Jahr Du sagst 200 Euro Ich bin mit 50.000 reingegangen Ich geh mit 38 wieder raus Ja, super Guten Verlust gemacht So viel Verlust hab ich jetzt nicht gemacht Ja, ich geh jetzt mit 100.000 raus Kann ich gleich einzahlen gehen Ich ruf 50.000 Ich bin ausgezahlt Das ist ja Bei 20.000 hab ich so auf der Tasche Oder 6.000 irgendwie sowas Ja, ich geh noch bis LKW fahren dann Ja, ich sag die LKW fahren lohnt sich richtig Ich weiß, aber die LKWs sind so teuer Die kosten 100.000 pro Stück Ja, 100.000 Ja, das ist billig Ja, dann noch Tune und so Ich sag dir ehrlich Ich hatte einen LKW Den es nicht mehr zu kaufen gibt Den hab ich für 250.000 verkauft Ja, welchen denn? Phantom Ah, okay Kaufen Anscheinend finden wir ihn so viel Akon Kaufen Willst du fahren? Soll ich fahren? Mir ist egal Oder du Ja, gut Dann fahr ich Alex, wie lange geht der Timer noch? Wo fahren wir hin? Wie lange haben wir noch? 4 Minuten Kann man eigentlich schon hinfahren, theoretisch Ich hab einen 30 Minuten Timer Dargestellt Alexa Timer beenden Schon heftig, ne? Der was? Wenn du die Handbremse ziehst Ah Der wackelt, ne? Naja Eis fahren, wenn du die Handbremse drückst Sebastian Eigenthaler Dank fürs die OP werden Das dritte Mal schon Resub So Ruf43 Ich hoffe dir geht es gut Im Casino Ja, wir haben es gut abgestoppt Und sie sagen Ich bin sehr happy Doch, man macht's kauf Das stimmt So, Justin Noyce Weil in der ersten Spende kann ich mich grüßen Justin Noyce natürlich sehr gerne Riechen Herzregen Habe Tacher Glaub genervt Hast du? Hast du Tacher genervt? Von Mike Schepperson Da machen wir ein Herzregen Und dann nur durchscheppern Einmal rein da, Leute Rein dir, Olga Ich glaube ich kann heute gar keine Fußraussprüfung machen Das sind nur 23 Leute Einmal eine Herzregen, Leute Doch, macht in den Chat Für alle die Akkusen In dieser Uhrzeit Und noch 5000 Leute am Start Alter, am Sonntag Einen Herzregen Ja, hier aber mit Offroader lang vermachen Alter Also wenn du einen coolen Offroader hast Der sich schön fährt Macht's richtig Spaß da Verstand eine G-Klasse Weiß nicht, war der War der, war der kopflos? Ich weiß nicht Vielleicht, baut doch er an Gerade War so aus Im ersten Blick Na, steht so eine G-Klasse In so eine schwarze Ist kopflos, oder? Ja Ist wahrscheinlich Ja Oh, das ist ein Bagger Ich schau, ob der offen ist Warte Ist das einfach ein Bagger Ganz chill Wenn der offen ist Ist schon lustig Geht ja Ah Naja, ist zu Ja, schade Hätte ja sein können Hätte, hätte Fahrrad Geht die Ja, wir gehen nochmal tanken Am höchsten Aber Wir gehen davor lieber nochmal tanken Falls der Kops Kein abzuhauen mit dem Ding Ja Falls, falls Ich glaube nicht, dass da Kops sind Fußraumspinne Spinne im Fußraum Ne, ich glaube, ich mache heute keine Auffall schon Wenn du da bist Alle zusammen Eine Lkw-Tour machen Stimmt, Alter Aber ich habe halt Keinen Führerschein Ist egal Wenn du keine Verkehrsordnung hältst Halten die dich nicht an Ich kann von innen das Auto betanken Okay Hab ich auch noch nie gesehen Hab ich auch noch nie gesehen Anscheinend geht das gerade Lass mich mal probieren Ne, geht nicht Kein nicht Wenn ich eine Karte nehmen würde Aber Wenn sie dann doch nicht Ah, Network Get Network ID Von No Such Entity Das war vom Lightbus Script Ein Problem Sehe ich gerade anscheinend Da ist Mumble runtergeschallert Irgendwie sowas Ja, kann sein Ah, Glitzer Immer da, ne Da fahre ich auch immer ein Bin mager nicht Warum man so einen Raider Detektor Immer einbaut Dass man weiß Wann die Radarfallen sind Ja, das wäre wirklich geil Alter, wenn man den So geil kaufen könnte So wie bei Need for Speed Weißt du Dieses Okay, das ist ein Radar Fast zu langsam Oder für so Polizei Alter, bin ich gerade erschrocken Ist da Ich habe irgendwie das Gefühl Die sind weg, ne Aber schon nochmal Nö, das ist ja nicht weg Ah, ich habe so ein doofes Gefühl Das Feuer brennt immer noch Da hinten Lichterloh Wirklich Wollen wir zusammenlegen und durch Zweiteilen oder Ja, ja, machen wir das Das ist fair Ja, ja So machen wir das So, abbauen Auf geht's Dogo, habt ihr vor Den Alpina B5 Auf dem Server zu nehmen Und was ist denn Weil die einen haben Aber mehr Glück Die anderen halt weniger Ich glaube nicht Das wir in Alpina Warum sollen wir denn drauf tun Ich denke mir so Wir haben die Standardmodelle Finde ich zum Beispiel Alpina so Luxusmäßig Eher Luxus und eher Schafs im Wolf im Schafspelz Nee, deshalb Wir haben die Basicmodelle Drauf und ich finde Ja Mansory haben wir ein paar Aber sonst LAPD Hände nach oben Ich weiß nicht Ich finde Standard BMW schöner Als Alpina Bin ich ehrlich Ich bin nicht so Der Alpina Fan Ist das irgendwie zu Weiß nicht Es sieht mir so aus Wie für einen chinesischen Markt gemacht So Alpina Wenn ich mir so angucke Vom Design her Kommt mir so ein bisschen Im chinesischen Markt vor Vor diese langen Limousinen Und sowas Also so luxuriös halt Und ich finde Ein BMW gehört immer So ein bisschen sportlich Aggressiv Und ich finde das Das macht immer so Das aggressive Vom BMW kaputt Diese Alpina Lippen und so Keine Ahnung Also bin ich jetzt Nicht so Fan von Da fahre ich lieber So einen normalen BMW Ohne Alpina Wenn das so luxuriös aussieht Aber gibt Leute die mögen das Ich habe eh schon mal Im Video gesagt Ich bin nicht so der Der Luxusauto Typ Ich stehe eher so sportliches Da bin ich dann eher Ja Sportlicher Typ Ne Für so Spinnen nicht geht Dann kommt bestimmt Eine links zu rechts Einblende Damit alle nochmal schön wach werden Das wärs Eis mit Dankeschön Oder was hältst du von dem Spot Ich finde den Hammer Vor allem da ist auch noch jemand Eben Der ist halt auffällig Aber deshalb ist es auch Wieder unauffällig Ey aber da wo wir vorne Langgefahren sind Dort hinten an dieser Gasse Die ist auch nicht schlecht Also im Dings drin Wie gesagt es gibt Ja der blaue Tacho von Alpina Den finde ich auch nicht so schön Das ist dann wieder so ein bisschen Golfoptik Das passt finde ich auch nicht Ich finde blau gehört Ambiente Beleuchtung passt das Aber im Tacho finde ich blau Bei BMW Dann eher dieses Dieses Wie sagt man Electric Blue Das passt so vom i8 Dieses blau Das finde ich geil Aber Alpina hat im Tacho Dieses Dieses dunkelblau Das feiere ich zum Beispiel Jetzt auch nicht so krass Also ich finde Alpina Muss halt einem gefallen Mir gefällt es halt nicht so Das ist halt Geschmackssache Muss jeder wissen Ob es ihm gefällt oder nicht Ich möchte noch keine gute Ausbeute Beim Grasabbaus Ah doch geht eigentlich Letzten zwei noch 108 Stück Habe ich jetzt insgesamt Klappt mal das 12 Gib mal rüber Ja Bitteschön Ja Jetzt wir gehen 112 Perfekt Fahre mit dem Gelände Lagern das ein Und schreiben wir das auf Außer die Preise sind gerade gut Aber ich denke mal nicht Können ja gleich mal schauen gehen Meistens wenn ich gucke Sind die kacke Die gut sind Dann gehe ich direkt das Von den anderen auch mit Und gebe das dann morgen Ich stimm ich kann den VIP-Chat Eigentlich wieder ausmachen Jetzt ist ganz gechillt der Chat Ich wollte es schon vorhin ausmachen Nur vergessen auszustellen Ich traut mich So Ne weil jetzt ist der Chat Gerade so angenehm Das kann man eigentlich Den wieder aufmachen Jetzt wollen wir auch wieder Alle schreiben können Leute haben selbst Die nicht VIPs gestiegen Wir sollen den mal Wir sollen den mal anmachen Schade Ja aber komm jetzt hatten wir Lange im VIP-Chat drin Ich glaube der war jetzt Fünf Stunden lang drin oder so Wir sollen sich auch nochmal Zu Wort melden Die anderen Leute Die nochmal mit dem Start sind Bei der Kiste habe ich jetzt mal So Angst dass uns etwas schlägt Oder so Ja ich Versuch es Um zu bringen Um sie kennenzulernen Um zu sehen Wie weit kann ich Und wie weit nicht Wir schauen ob das an meinem Ping liegt Das ist ja die ganze Zeit Ich glaube ich habe immer so Spikes drin bei mir Also so schlecht fährt die sich Finde ich gar nicht Die geht es ja schnell quer und so Aber sonst Also schon mal so schnell ist Dass die halt auch nicht Lass halt Ja langsam Das wäre mal so ein Auto Um sich zu challengen Um vor Kopf wegzukommen Ich glaube das kaufe mir Machen wir mal gemacht Glaube ich mit der Kiste Also bei der Wo wir da an der Schießerei Bei uns im alten Gelände waren Meinst du das? Das kann sein Boah es ist lang her gewesen Wo wir den gefahren sind Ja das war bei der Schießerei Damals Ich wüsste es gar nicht Was das war Ich weiß Auf jeden Fall Tahoes gefordert Und dann haben sie uns Den gebraucht Den aber nur neuer Glaube ich Aber auf jeden Fall Von gebraucht Davon ist es nicht abhängig Hier muss halt immer beten Dass kein Kopfloser da ist Thomas Tilt einlagern Naja Würdest du eh nix ausmachen Wie ich schlafen gehen würde Oder? Ha? Würdest du eh nix ausmachen Wenn ich gleich schlafen gehen würde Ich hab jetzt noch die Runde angebohrt Und dann Kann auch mal ne Runde schlafen gehen Aber ich geh jetzt dann schlafen Mir gleich Ich leg das noch rein Also falls der Preis gut ist Dann wirst du es verkaufen oder? Jaja klar Ich schau jetzt gleich nochmal Ob die Preise gut sind Und wenn ja Dann schreib ich rein Verkauft von Edin Tragst du mich gleich mit ein? Ins Lager Perfekt Dann muss ich es nicht mehr machen Ich lager es hier nur ein Was sind jetzt? Ah Das sind 112 Zock ist drin Und jetzt kannst du mich einfach sonst kurz auf deine Schulter nehmen und raustragen Und so lange ich hier schreibe Machen wir das Wolf hat 941 Kusch Warte wer was Warte wer was Warte wer was Wo ist das? 339 Ich nehme dann Hoppla Nehmen wir mal meinen Urus Fahr mal rüber Und dann Dann parke ich mal meinen ein Und werde mich mal hinlegen Jo dann schon mal gute Nacht Ich wünsche dir auch eine gute Nacht Und vielen Dank fürs nochmal anbauen Aber ebenso Danke Man sieht sich Man sieht sich Ciao Echte Polizisten Ja Wenn du unten rausfährst Kannst du tauchen Ich lass offen Was denn? Gehen wir uns mal hinlegen Welche Fußraumspiele mache Oder bei einer Person Und werde ich mal eine aussuchen Weil es sind nicht mehr so viele da Es sind noch 20 Leute da Wir machen ja die Fußraumspiele Bei einer Person Hätte ich gesagt Damit die doch noch Da ist für euch Ich bin halt echt schon müde Es ist noch Polizei Da noch zwei Cops Heftig Also heute Haben wir den F40 Hart gegrindet Und erarbeitet Mit der Mit der 1 zu 7 Gang Das heißt Höchstwahrscheinlich Im nächsten Stream Wird der F40 Vor meiner Tür stehen Ich bin gespannt Ob das hinhaut Ich bin gespannt Wie sich wir präsentieren werden Aber Der F40 Wurde heute Offiziell Gegrindet Durch natürlich Die 1 zu 7 Familie Die mir das jetzt gegönnt hat Dass wir den ganzen Gewinn Von der F40 ausgeben Also ich bin gerade echt happy Hätte ich mir jetzt auch Auch nicht gedacht Ich dachte so Ach das Geld Das nehme ich mir dazu Und dann habe ich diese 2,4 vielleicht Aber nein Die Familie hat jetzt zusammengelegt Und gesagt Komm wir nehmen das ganze Geld Jetzt Dass das übrig bleibt Kommt das Firmenkonto Und der Rest Der geht in eine F40 rein Das ist halt echt Ehrenhaft Da freue ich mich echt drüber Dass sie das so machen Jetzt da zusammen Oh 1600 Ich bin auf jeden Fall Sehr stolz drauf Dass ich so Eine F40 Geschenk bekomme Wieder Wobei es halt Ein Geschenk von allen Dann so gesehen Alles im Minus Ja perfekt Das Auto von Livia steht nur hier Nice Gut da bin ich jetzt auch Außer Funk Jo Gute Nacht Gutes Nacht Le Hallo Auch die letzten 1,7er Auch selten Dass ich mal der letzte 1,7er bin Mit ihm zusammen Der alle echte letzte Gucken wir mal Names Ob noch wer da ist Tatsächlich Da du den Gedanken hast Waisel wieder Ja ja Pass auf Warte Jetzt wenn du den Gedanken hast Das ist ja Welche Gedanken hat der Herr Schweinische Gedanken Der Herr Der mag es Wenn er ein bisschen Mit dem Elektroschocker Schweinische Gedanken Mag der Herr Ich hab gehört Sie mögen sich Nja Ey Ich glaub wir müssen hier mal wieder Spinnenbeseitigung betreiben Ne Du hast schon Knicks Weck Zeit Wie der heute oben Gehört zu Petit dazu Ja Ja Aber diesmal Die anderen ja auch Ey Jungs Ihr kennt doch da oben Beim Notistencamp Die Geistertussi Die wo Da schreit Da müsst ihr anfangen Boah sind sie Perfers Dass sie das kennen Der hat sich mitgeben müssen Der hat sich halb in die Hose geschissen Der kannte das anscheinend nicht Ne ist das voll egal Ist da rumguckt Gut Das tun wir mit anderen Ich werde hart ignoriert Und abgelehnt Das ist natürlich nicht schön Schon mal Der parkt im Briefkasten Das ist auch ein Skill Den hätte ich auch gerne Dass ich mal in den Briefkasten parken darf Echt schön 1.07 1.07 Ja Was ist rund Braun und stinkt Ein Stuhlkreis Taylor Fegt nicht Taylor Swift Gute Nacht lieber Kurt War mega toller Stream Dankeschön Ich hab zu danken Taylor fegt nicht Taylor Swift Der ist gut Oh gut Das mit dem Was ist rund Braun und stinkt Das ist wie der stinkende Stuhl Was ich gesagt hab Ähm Was hat für Beine Und stinkt Ein stinkender Stuhl Das kommt circa Aufs selbe raus Ne Mal mal Blips anmachen Kann ich irgendwie nach Schrägen auf schneller Ich muss mir nochmal so richtig Hopps nehmen Ist sicher noch Beim Anbau Ja guck mal hier Ist sicher Wer Wo ist denn der Äh Jungs Wo ist denn der denn Ja der war doch noch Gerade da Wo ist der denn Weg Der Bri ist einfach weg Der hat keinen Bock mehr Auf uns Der ist weg Auf Nimmerwiedersehen Wo auch immer du eben bist Liebe geht raus Da ist gar keiner Guck Ah hier Hier kocht noch wer Und den kann ich richtig Harte erschrecken Ähm Lkw-Job machst du halt nicht viel Geld Und du musst halt Gucken Dass du Wenn du da bist Auch richtig Gas gibst Wie spricht der denn Na er kocht noch nicht Das bringt dich so weit nach vorne Bin sofort fertig Fuckt ja gerade Ist gerade am Funken Ja klar Der funkt da drinnen Gerade Ich möchte gerade Das vibriert Der da Einmal umlagern Was hast du denn jetzt Blatt gemacht Ich weiß nicht Ich sehe da Blut Aua 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 Ich sehe nichts Ich kann nicht helfen Meine sechs Beine Gab da noch zwei Die gehen Der ist natürlich dumm gelaufen Do you believe in life of the love Ganz schön glücklich Für nur noch zwei Ja Aua Aua Au 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 Die Arme Ja gut Die habe ich jetzt nicht erschrecken können Weil die schon weggefahren sind Perfekt Dann habe ich dir nur Ein Polizeiauto hingestellt Warte Ich habe eine richtige Idee Ich habe eine richtig gute Idee Das klappt so nicht Das rutscht aber so Schau Schau Jetzt sind sie weg Aber ganz schnell Jetzt sind sie weg Guck Ich sehe sie gar nicht Für so schnell Sind sie weg Ich wollte eigentlich Mit der Polizei Oder immer noch durch Aber jetzt sind sie schon Über alle Berge Jetzt sind sie hier Ganz schnell weggefahren Aber so schnell wie es Ja schau da fahren sie Guck Guck Ich habe eine Idee Oh Was ist das Ne das ist eine schlechte Idee Jetzt denken sie noch Da macht ein Polizist Fail ab hier Wenn ich schon über die Rampe fahre Kommt erstmal Ein fader Report rein Da ist ein Polizist Der ist über die Rampe gefahren Ein hartes Fail ab hier Wir stellen sie hier einparken Auf ganz schnelle Art und Weise Auf den ganzen spannten Rino Ja ich sag mal so Es sind halt echt nicht mehr Viele Leute da Wie ich gesagt habe Was willst du noch machen Um die Uhrzeit Im Parken sind noch ein paar Leute Aber sonst Ja super der fährt jetzt weg Der kann ja auch nichts machen Ja nee so sag ich das einfach Es sind nicht so viele da Die ich erschrecken kann Oder sonst was Weil die chillen halt alle irgendwo Oder fahren die mit dem Auto Eigentlich die meisten Was macht Ach der ist noch am Boot Ja das war eine Möglichkeit Am Boot Och nein Jetzt schibitzt er mich Bis nach oben Och nö Der chillt da irgendwo ganz oben Oder war das ja super MrKill 0515 Danke für 11,99 Euro Und fürs nichts dazu schreiben Danke fürs VIP werden Vielen vielen Dank So ich würde mal sagen Wir machen jetzt echt mal Schluss Boah alter Voll die schöne Aussicht hier Ey der Nebel Was ist denn das für ein geiles Wetter Gerade Gibt euch das mal Sieht ja richtig geil aus Hier oben Will ich jetzt bleiben Gib ich mal die Aussicht hier Was ist denn das für ein Wetter Was wir gerade haben Das sieht ja mega gut aus Das ist glaube ich Äh Nicht Claudi Oder Was ist denn das Neutral Ne was ist denn das für ein Wetter Dass das so geil aussieht Gibt euch das mal Sieht ja mal richtig geil aus So richtig alles weit entfernt So auch die Stadt Schaut mal Richtig weise entfernte Stadt Boah was Ich würde echt gerne wissen Was das für ein Wetter Es gibt es ja Wetter App Wo ich das nachgucken kann Ne haben wir nicht Natürlich haben wir nicht Gut Leute Ich wünsche euch jetzt noch Einen entspannten Montag Jetzt sind wir in den Montag Reingestreamt Sind wir gerade Reingrutscht Ich wünsche euch noch Wie gesagt Einen wunderschönen Montag Vergesst nicht Wuppelt in den Merchshop vorbei Für den kleinen Wuppel Wer es noch nicht gesehen hat Äh Ja Für den Wuppel Der Schaut vorbei Im Shop Im Shopperino Bei mir Merchstore Vorbestellungen Sind ab jetzt möglich Und Ja Wie gesagt Autogrammkarten Gibt es dann auch dazu Und so weit ist Und ja Wir werden schauen Dass die Leute Eine Autogrammkarte bekommen 1000 steht drin Je nachdem Wie viele Vorbesteller sind Werde ich noch ein paar Leute Äh Ach es geht auch Ein paar Leute nachlegen Ein paar Autogrammkarten nachlegen Dass noch die Ein oder andere Noch eine ergattern können Dass dann nicht nur 1000 sind Ich weiß nämlich nicht Wie viele Leute Sich einen Plüsch kaufen wollen Das kommt immer auf euch drauf an Und da Gibt es dann Demnach Vielleicht mehr Autogrammkarten Als sonst Wäre ich auf jeden Fall gucken So Jetzt aber liebe Leute Macht es gut Ich verabschiede mich Vielen Dank für alle Die heute mit am Start waren Leute mitgefiebert haben Es war echt ein geiler Stream Hat mir richtig fett Bock Laune gemacht Wir sehen uns dann Höchstwahrscheinlich wieder heute Oder vielleicht sogar morgen Mal gucken Und ich wünsche euch noch was Tschüssikowski Bis zum nächsten Mal Haut rein und Ciao ciao